Kapitel 1 von der tote Gast. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der tote Gast von Heinrich Zschocke. Kapitel 1 Dietus Nelde Einer meiner Freunde, er hieß Waldrich, hatte die hohe Schule kaum seit zwei Jahren verlassen und sich in einer Provinzialhauptstadt als überzähliger und unbesoldeter Gerichtsassessor oder dergleichen herumgetrieben, da eben in die Posaunen des Heiligen Krieges gestoßen ward. Es galt die Befreiung Deutschlands vom Joche des französischen Eroberers. Ein frommer Eifer bemächtigte sich alles Volkes, wie man weiß. Freiheit und Vaterland war das Feldgeschrei in Städten und Dörfern. Tausend und tausend Jünglinge flogen freudig zu den Fahnen. Es galt Deutschlands Ehre und die Hoffnung, auch dann auf Hermanns Boden vielleicht ein edleres Leben zu finden, in gesetzlich geregelten, des gebildeten Zeitalters würdigern Verhältnissen. Mein lieber Waldrich hatte in dem frommen Eifer und der schönen Hoffnung seinen guten Teil. Kurz, er empfahl sich seinem Gerichtspräsidenten zu gnaden und wählte statt der Feder das Schwert. Weil er noch nicht das volle Alter gesetzlicher Mündigkeit besaß, schrieb er, da er keine Eltern mehr hatte und Reisegeld doch in allen Fällen wohltut, seinem Vormund, um die Erlaubnis, den Zug fürs Vaterland mittun zu dürfen, und er suchte um hundert Taler Reisegeld. Sein Vormund, Herr Bantes, ein reicher Fabrikherr in der Stadt oder Städtchen Herbesheim an der Ahr, der ihn, wenn man so sagen will, erzogen hat, Waldrich hatte nur als Knabe bis zur Hochschule bei ihm im Hause gelebt, Herr Bantes war ein alter, wunderlicher Herr. Dieser schickte ihm einen Brief, mit 15 Louis d'Or in Gold, folgenden Inhalts. Mein Freund, wenn Sie noch in Jahren älter sind, können Sie über sich und den Rest Ihres Vermögens nach Belieben verfügen. Bis dahin bitte, der Rotzug fürs Vaterland einzustellen und Ihren Geschäften zu obliegen, um einst Amt und Brot zu bekommen, denn das wird Ihnen sehr nötig sein. Ich weiß, was ich meiner Pflicht und Dero-Vater, meinem Freunde selig schuldig bin. Lassen Sie endlich Ihre Schwindeleien alle einmal fahren und werden Sie solid. Ich schicke daher keinen Kreuzer. Bleibe Dero und so weiter. Die in ein Papier gewickelten 15 Louis d'Or standen mit diesem Briefe in seltsamen, doch gar nicht unangenehmem Widerspruch. Waldrich hätte sich ihn noch lange nicht und vielleicht nie erklärt, wäre sein Blick nicht auf das zu Boden gefallene Papier geraten, worin das Geld eingeschlagen gewesen. Er nahm es. Es hieß, lassen Sie sich nicht abschrecken, ziehen Sie hinaus für die heilige Sache des armen deutschen Landes. Gott schütze Sie. Dies wünscht ihre ehemalige Gespielin Friederike. Diese Gespielin Friederike war nun keine andere als die junge Tochter des Herrn Bantes. Der Himmel weiß, wie sie zum Briefversiegeln ihres Vaters gekommen war. Waldrich stand ganz begeistert da, mehr über das Heldenherz des deutschen Mädchens als über das Gold entzückt, das Friederike vermutlich aus ihrem eigenen Sparhafen dazugelegt hatte. Er schrieb auf der Stelle nach Herbesheim an einen Freund, schloss ein paar dankende Zeilen für das kleine Mädchen ein, er hatte ganz vergessen, daß das kleine Mädchen wohl seit vier Jahren etwas gewachsen sein konnte, und nannte es sogar seine deutsche Tusnelde und wanderte stolz, wie ein zweiter Herrmann, dem Reine und den Heeren zu. Ende von Kapitel 1 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 2 von Der tote Gast Von Heinrich Schocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Das Inkognito Ich möchte hier gar nicht umständlich Waldrichs Hermannstaten erzählen. Genug, er war dabei, wenn's galt. Napoleon ward glücklich entkaisert und nach Elba geschickt, Waldrich kehrte nicht zurück wie die übrigen Freiwilligen, sondern ließ sich gefallen, als Oberleutnant in ein Linien-Infanterieregiment zu treten. Das Leben gefiel ihm im Felde besser, als hinter den Aktenschanzen der staubigen Schreibstube. Sein Regiment machte auch den zweiten Zug gegen Frankreich mit, und kehrte endlich, nach vollbrachtem Werk, unter Paukenschlag und Sing und Sang in die Heimat zurück. Waldrich, der in zwei Schlachten und mehreren Gefechten gestritten hatte, war so glücklich gewesen, ohne alle Wunden davon zu kommen. Er schmeichelte sich, als einer der Vaterlandshelden, zur Belohnung bald vorzugsweise eine bürgerliche Anstellung zu erhalten. Er war beim Regiment wegen seiner Liebenswürdigkeit und vielen Kenntnisse sehr geachtet. Allein mit der Anstellung ging es nicht so schnell, als er hoffte. Es waren zu viele Söhne und Vättern von Geheimräten, Präsidenten und so weiter zu versorgen, die so klug gewesen waren, andere in den Heiligen Krieg ziehen zu lassen, aber für ihre Person zu Hause zu bleiben. Auch hatten sie wohl vor ihm das Ansehen der Geburt voraus, denn Waldrich stammte nur von bürgerlichen Eltern. So ließ es sich nicht ändern. Er blieb Oberleutnant und um so lieber, weil ihm Herr Bantes, sein gewesener Vormund, längst den winzigen Rest seines väterlichen Erbteils ausgehändigt hatte und dieses längst schon zu allen Heiden ausgewandert war. Er trieb sich also in der Besatzung umher, machte in den Wachstuben Gedichte und auf den Paraden philosophische Betrachtungen. Dies gab ihm bittere Langweile, bis einmal die Truppen verlegt wurden. Da traf es sich ganz unerwartet, daß seine Kompanie Befehl erhielt, nach Herbesheim in Besatzung zu gehen. An der Spitze seiner Kompanie, denn der Hauptmann, ein reicher Baron, war auf Urlaub, rückte er als Kommandierender in sein Vaterstädtchen ein. Oh, wie ward ihm beim Anblick der zwei schwarzen, hochgespitzten Türme und des alten, wohlvertrauten, grauen Torturms. Vor dem Rathaus schwieg die Trommel. Ein paar Ratsherren brachten die Quartiersbillets. Der Kommandierende, versteht sich, ward ins Vornehmste, das ist ins reichste Haus der Stadt einquartiert, also auch zu Herrn Bantes. Angenehmeres hätte ihm der gesamte löbliche Stadtrat nicht erweisen können. Die Kompanie schied gar vergnügt auseinander, denn es war um die beliebte Mittagsstunde, und die ehrsame Bürgerschaft, von der Einquartierung zeitig belehrt, hatte sich auf den Empfang der neuen Gäste vorbereitet. Waldrich, der die beiden Ratsherren noch von seiner Knabenzeit her wohl kannte, bemerkte, daß er ganz unkenntlich geworden sein müsse, denn sie behandelten ihn fremd und ehrerbietig und führten ihn, obwohl er es ablehnte, selbst zum Hause des Fabrikherren. Hier empfing ihn Herr Bantes ebenso fremd und führte ihn gar höflich in ein sehrartiges Zimmer. »Herr Kommandant«, sagte Herr Bantes, »dieses und die anstoßenden Zimmer hatte auch Ihr Vorfahre. Nehmen Sie vorlieb. Machen Sie sich's bequem, und dann erwarten wir Sie zum Essen und dergleichen. Tun Sie, als wären Sie zu Hause.« Unseren Waldrich belustigte sein unerwartetes Inkognito. Er nahm sich auch vor, es erst bei irgendeiner passenden Gelegenheit aufzugeben, um dann die Überraschung zu vermehren. Sobald er die Kleider geändert hatte, ward er zu Tische gerufen. Er fand da, außer Herrn Bantes und dessen Gemahlin und einigen alten Schreibern und Fabrikaufsehern, die er noch alle recht gut kannte, auch ein junges Frauenzimmer, das er nicht kannte. Man setzte sich. Man sprach vom Wetter, vom heutigen Tagesmarsch der Kompanie, von dem Bedauern der ganzen Bürgerschaft, dass die bisherige Garnison, mit der man ungemein zufrieden gewesen wäre, in eine andere Stadt verlegt worden sei. »Ich hoffe indes,« sagte Waldrich, »Sie werden mit mir und meinen Leuten nicht unzufrieden sein. Lassen Sie uns nur heimisch werden bei Ihnen.« Um nun heimisch zu werden, war es natürlich, dass der Kommandant, der sich schon gewundert hatte, dass seine Jugendgespielin Friederike im Hause fehlte, der er immer die fünfzehn Luidor schuldig geblieben war, dass er, sag ich, seine Wirtin fragte, ob sie keine Kinder hätte. »Eine Tochter,« antwortete Frau Bantes und zeigte auf das junge Frauenzimmer, das bescheiden die Augen zum Teller niedersenkte. Waldrichs Augen aber gingen voller Verwunderung über Gebühr weit auf. »Hilf, heiliger Himmel, welch ein höheres Wesen ist das kleine Riegchen geworden!«, so rief Waldrich nun eben nicht, aber er dachte es doch bei sich, wie er jetzt die Bescheidene aufmerksam ansah. Er sagte den Eltern etwas Verbindliches, so gut er es in der ersten Bestürzung aufzubringen wusste, und war herzlich zufrieden, als der alte Papa rief, »noch einen Löffel Soße und dergleichen zu ihrem trockenen Braten da, Herr Kommandant!« Frau Bantes sprach von einem Sohne, der ihr schon früh als Kind gestorben war, und noch immer sprach sie mit bewegtem Mutterherzen. »Lass gut sein, Mama«, rief der Papa, »wer weiß, er wäre am Ende vielleicht auch ein Windbeutel und dergleichen geworden, wie der Georg.« Jetzt war die Reihe an Waldrich, die Augen bescheiden auf den Teller niederzusenken, denn mit dem Windbeutel Georg meinte man keinen anderen als seine eigene Wenigkeit. »Aber wissen Sie denn, Papa, ob Georg wirklich ein Windbeutel geworden, wie Sie sich vorstellen?«, sagte Friederike. Die Frage erwärmte den Kommandanten durchdringender als das Glas alten Burgunders, das er eben angesetzt hatte, um seine Verlegenheit zu verbergen. In der Frage lag noch eine Spur ehemaliger Jugendfreundschaft, die nicht ganz vergessen zu sein schien. Eine solche interessante Frage, die über so interessante Lippen floss, und zwar mit einer so weichen, herzrührenden Stimme gefragt, konnte billig als Honigsaim gelten, dem armen Waldrich die bittern Pillen zu versüßen, die Herr Bantes in vollem Maß spendete. Denn dieser erzählte, um sein Urteil zu rechtfertigen, dem Gaste, als wenn der nun Schiedsrichter sein sollte, dessen eigene Lebensgeschichte von der Wiege an bis zum Zuge für das Vaterland. »Hätte der Bursche«, so schloß die Historie nutzanwendend, »auf der Universität etwas Rechtschaffenes gelernt, so wäre er nicht unter die Soldaten und dergleichen gegangen. Wäre er nicht Soldat geworden, säße er jetzt irgendwo als Gerichtsrat, Kriegsrat, Kanzleirat, Hofrat und dergleichen, hätte sein gutes Brot und Auskommen.« »Ich weiß nicht«, entgegnete die Tochter, »ob er auf der Universität fleißig gewesen.« »Aber ich weiß, dass er wenigstens mit gutem Herzen ging, sich für eine heilige Sache zu opfern.« »Komm mir doch nicht immer mit deiner heiligen Sache und dergleichen«, rief Herr Bantes. »Wo sitzt denn das heilige Zeug?«, frage ich. »Die Franzosen sind fortgejagt.« »Nun ja, aber das Heilige Reich ist dennoch zum Kuckuck und zum Küster gegangen. Die alten Steuern sind provisorisch beibehalten, und neue sind provisorisch zugefügt. Die verdammten Engländer mit ihren Waren lässt man wieder zu, wie vorher, und bekümmert sich nicht darum, wenn wir, heilige Deutsche, darüber zu heiligen Bettlern werden. Alles ging auf der letzten Messe wieder flau. Die Minister und dergleichen essen und trinken wieder, machen, wie sie's wollen, verstehen den Handel nicht, lassen die Fabrikanten bankrott werden, und hilft kein A und kein O. Die Welt liegt wieder im Alten und noch ärger als im Alten. Tut eine ehrliche Seele, die es vielleicht besser versteht, den Schnabel auf, will ein anderes Lied pfeifen als die Exzellenzen da mit dem Kreuze auf dem Knopfloch und der Gleichgültigkeit unterm Knopfloch, »Hast du nicht gesehen, kurz angebunden, flugs mit der armen Seele in ein Loch, abgesetzt, inquiriert, abgeschmiert, ist ein demagogischer Umtreiber und dergleichen. Ich sage dir, schweig, Mädel, davon verstehst du nichts. Du musst nicht weiter über deine Teekanne sehen als die Tasse, dann schüttest du nicht nebenbei.« Waldrich merkte nach dieser Unterhaltung, dass der alte Bantes noch immer der ehemalige lebhafte, aufflammende, wunderliche Mann war, in dem man doch bei allen seinen Eigenheiten nicht böse werden konnte. Da nun in diesem Streite zwischen Vater und Tochter ein schiedsrichterlicher Spruch gefällt werden mußte, war der Kommandant so klug und gefällig, erst dem Vater vollkommen recht zu geben, im Punkte der heiligen Sache nämlich, und das ward seinem Verstande allerdings zur Ehre angerechnet. Dann aber, weil er sich doch auch selbst nicht geradezu verdammen wollte, mußte er auch seiner Fürsprecherin recht geben, nämlich in dem Punkte des guten Herzens, mit dem sich Georg für die gemeinte Sache geopfert habe. »Merke schon«, rief der Alte, »der Herr Kommandant ist pfiffiger als Hans Paris bei den dreitörichten Jungfrauen von Troja und dergleichen. »Macht sich's bequem, schneidet den Apfel in zwei Hälften und gibt jedem einen Bissen. Sagt, wohl bekomm's.« »Nein, Herr Bantes, Ihr Georg irrte, wenn er irrte, wahrscheinlich wie mehrere tausend anderer deutscher Männer und wie zum Beispiel ich selbst. Auch ich machte den Kriegsgang für die Befreiung Deutschlands mit und ließ alles im Stich. Unsere Armeen, Sie wissen es, waren aufgerieben. Das Volk mußte aufstehen und sich selbst helfen, weil die Armeen nicht mehr helfen konnten. Da mußte man nicht rechnen und fragen, sondern zuschlagen, Gut und Blut daran setzen und die Ehre der Nation, den Thron unserer Monarchen retten. Das haben wir getan. Jetzt wollen wir das Heil erwarten. Unsere bessergesinnten Staatsmänner können auch nicht zaubern und das verlorene Paradies durch ein Taschenspielerstück sogleich wieder verjüngen. Ich wenigstens bereue meinen Schritt noch nicht.« »Allen Respekt«, sagte Herr Bantes mit tiefem Verbeugen. »Allen Respekt, Herr Kommandant, für Ihre Ausnahme von der Regel. Dünkt mich übrigens spaßhaft oder ernsthaft, dass wir Bürger, Bauern, Kaufleute und Fabrikanten zwanzig Jahre lang unser Geld hergeben müssen, um im Frieden eine Armee von einigen hunderttausend müßigen Beschirmern des Thrones zu ernähren, zu kleiden in Samt, Seide und Gold, und dass wir anderen dann im einundzwanzigsten Jahr, wenn die Beschirmer des Thrones zusammengehauen sind, selbst aufstehen und das Rad wieder ins Gleis bringen müssen und dergleichen.« In solchen Gesprächen war man schon beim ersten Mittagsmahl vertraulicher untereinander. Herr Bantes selbst gab dazu den Ton, denn er war ein Mann und setzte einen Wert darauf, es zu sein, kein Blatt vors Maul zu nehmen, wie er sich gern auszudrücken pflegte. Dem Kommandanten war sein Inkognito zuweilen ganz behaglich dabei, doch wünschte er sehr, es zu beenden. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 3 von Der tote Gast Von Heinrich Schocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Entdeckung Es war aber schon geendet, ehe er es wusste. Frau Bantes, eine stille, fein beobachtende Frau, die wenig sprach, viel sann, hatte am Tische, sobald sie Waldrichs Stimme hörte, sich seiner Knabenzüge erinnert, sie mit diesen männlichen verglichen und ihn erkannt. Seine sichtbare Verlegenheit, als die Rede auf den Windbeutel Georg gekommen war, konnte, was sie vermutete, nur bestätigen. Dennoch sagte sie weder den anderen noch ihm ein Wort von ihrer Entdeckung. So pflegte sie immer zu tun. Keine Frau hatte so wenig die frauenhafte Art, ihre Gedanken auf der Zunge zu tragen, als sie. Alles ließ sie gehen und reden, wie man gehen und reden wollte. Sie hörte, verglich und zog daraus ihre Folgerungen. Daher wußte sie immer mehr als die übrigen im Hause und leitete unvermerkt alle Geschäfte und Unternehmungen ohne viele Worte. Selbst der lebhafte, feurige Geist ihres Mannes, der ihr am wenigsten gehorchen wollte, gehorchte ihr, ohne es zu ahnen, am meisten. Dass sich Waldrich nicht entdeckte, war ihr etwas verdächtig. Sie wollte schweigend den Grund erforschen. Waldrich hatte in der Tat keinen Grund, sondern suchte nur einen Anlass, die Familie mit seinem Namen zu überraschen. Da er abends zum Tee gerufen wurde, fand er im Zimmer niemand als Friederiken. Sie kam eben von einem Besuch heim und warf ihren Schal ab. Waldrich trat zu ihr. »Fräulein«, sagte er, »ich muss Ihnen noch Dank für den Schutz sagen, den Sie meinem Freund Waldrich gewähren wollten. Sie kennen ihn, Herr Kommandant?« »Er dachte Ihre oft, aber gewiß nicht so oft, als Sie verdienten. Er ist in unserem Haus erzogen worden. Ein wenig undankbar ist es aber doch, dass er, einmal von uns weg, nie auch nur zu Besuch zu uns kam. Beträgt er sich gut? Ist er geschätzt?« »Man hat nicht über ihn zu klagen. Keiner hat so sehr über ihn zu klagen, als Sie, mein Fräulein.« »Dann muss er ein guter Mensch sein, denn ich habe nichts gegen ihn.« »Aber er ist noch, wie ich weiß, Ihr Schuldner. Er ist mir nichts schuldig.« »Aber er sprach von einem Reisegelde, das er damals zu seiner Einrichtung gebraucht, als er zur Armee gehen wollte und sein Vormund ihm es verweigert hatte. »Ich habe es ihm ja gegeben, nicht geliehen. Ist er darum Ihnen weniger schuldig, du Snelde?« Friederike sah den Kommandanten bei diesem Namen starr an, und es ging ihr wie ein Licht auf, und sie errötete, da sie ihn erkannte. »Es ist nicht möglich,« rief sie freudig überrascht. »Wohl, liebe Friederike, wenn ich Sie noch so nennen darf. Ach, das schöne Du darf ich nicht mehr sagen. Der Schuldner, der Sünder steht vor Ihnen. Verzeihen Sie ihm. Ja, hätte er früher gewusst, was er nun weiß, er wäre schon tausendmal für einmal nach Herbesheim gekommen. Er nahm ihre Hand und küßte dieselbe. In dem Augenblicke trat Frau Bantes herein. Friederike eilte ihr entgegen. »Wissen Sie, Mamachen, wie der Herr Kommandant heißt?« Das Antlitz der Frau Bantes ward von einem milden Rot überflossen. Sie sagte sanft lächelnd, »Georg Waldrich.« »Wie, Mamachen?« »Sie wussten es und verschwiegen es,« sagte Friederike, die sich noch immer nicht von ihrer Überraschung erholen konnte, und nun den hochgewachsenen, festen Kriegsmann im Heerkleide mit dem schüchternen Schulknaben der Vorzeit verglich. »Ja, wahrhaftig,« sagte sie, »er ist es,« »wo ich auch nur meine Augen hatte. Da hat er ja noch die Schramme am linken Auge, die er sich vom Falle holte, als er mir eine Zitronenbirne vom höchsten Baum im Garten brach. Wissen Sie noch?« »Ach, was weiß ich nicht noch alles,« sagte Waldrich und küßte seiner ehemaligen, ehrwürdigen Pflegemutter die Hand und bat auch bei ihr um Verzeihung, nie seit seiner Mündigkeit zum persönlichen Besuch gekommen zu sein. Er behauptete, es sei eigentlich nicht wirkliche Undankbarkeit gewesen, denn er habe oft mit ehrfurchtsvoller Erkenntlichkeit an dieses Haus zurückgedacht, noch weniger Leichtsinn und Gleichgültigkeit, aber er wisse selbst nicht, was ihm immer im Gemüt widerstanden habe, daß er nie nach Herbesheim zurückkehren mochte. »Ungefähr wohl dasselbe,« erwiderte leise die Mutter, »was die seligen Geister abhalten mag, sich nach dem Raupenstande ihres elenden Menschtums zurückzusehnen. Sie waren in Herbesheim eine Weise und als Weise, ohne Vater und Mutter, ein Fremdling. Das konnten wir sie nie vergessen machen. Sie waren Knabe, abhängig, oft fehlbar. Es zog sie keine reizende Kindheitserinnerung in die Stadt, die mehr ihre Schul als Vaterstadt gewesen ist. Sobald sie frei, Jüngling, Mann geworden sind, fühlten sie sich allerorten glücklicher, als sie bei uns sein konnten.« Waldrich blickte mit einer Träne im Auge auf die Rednerin. »Ach, Sie sind noch immer die liebe, fromme, weise Mutter wie sonst. Sie haben recht. Es ist mir aber doch jetzt in der Tat heimatlicher in Herbesheim, als ich es selbst erwartet habe. Und ich gestehe, der Gegensatz meiner ehemaligen und jetzigen Verhältnisse mag dazu etwas beitragen. Wäre ich nur früher gekommen. Geben Sie mir in Ihrem herrlichen Herzen die Rechte des Pflegesohns wieder.« Frau Bantes konnte auf die Frage nicht antworten, denn Herr Bantes trat rasch herein und sogleich zum Tätisch. Wie ihm Friederike erklärte, wer sein Gast sei, stutzte er, streckte dann plötzlich die Hand gegen den Kommandanten und sagte, »Seien Sie mir herzlich willkommen, Herr Waldrich. Waren ein Knirps und sind mir ganz aus den Augen gewachsen, Herr Waldrich. Ja, nun heißt es nicht mehr Georg, sondern Herr Waldrich. Oder wohl gar Herr von Waldrich und dergleichen. Sind Sie von Adel? Nein. Und der Bannzipfel da im Knopfloch bedeutet nichts? Dass ich mit meiner Kompanie eine feindliche Schanze nahm und gegen drei, vier Stürme sie behauptete. Wie viel Mann kostete das? Zwölf Tote, siebzehn Verwundete. Also neunundzwanzig Menschenkinder für ein Achtele Seidenband. Verdammt teure Ware, die der Fürst verkauft. Und doch in jedem Kramladen, um ein paar Kreuzer einzuhandeln. Setzen wir uns, trinken wir. Friederike, Bediene. Viel Beute gemacht? Wie stehen die Finanzen? Waldrich zuckte lächelnd die Achseln. Wir zogen aber auch nicht der Beute willen ins Feld, sondern des Vaterlands willen, dass es nicht die Beute der Franzosen bleibe. Schön, schön. Ich liebe solche Gesinnungen, und es ist gut, dass man auch bei leeren Säcken darauf hält. Und ihr väterliches Kapitälchen sicher und solid angelegt? Waldrich ward rot und sagte dabei lachend, »Ich bin sicher, es geht mir nicht wieder verloren.« Ende von Kapitel 3 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 4 von »Der tote Gast« von Heinrich Schocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der tote Gast Kaum war im Städtchen laut geworden, wer der Kommandant sei, sammelten sich die alten Bekannten wieder um ihn. Waldrich ward in alle Gesellschaften der besten Häuser gezogen, und er in allen der beste Gesellschafter, geistvoll, witzig, brav, ein angenehmer Erzähler, mit den Gelehrten gelehrt, mit den Kunstfreunden Künstler, er zeichnete gut, spielte Flügel und Flöte mit Fertigkeit, tanzte allerliebst, und die Frauen und Töchter gaben zu, er sei ein schöner, flüchtiger, aber eben darum äußerst gefährlicher junger Mann. Was die Gefährlichkeit betrifft, wußte eigentlich keine der Schönen bei sich ins Klare zu bringen, ob er durch sein bescheidenes Wesen die Gefahr vermindere oder vergrößere. Indessen war es eben damals im Städtchen keiner Schönen und keiner Häßlichen sehr darum getan, Eroberungen zu machen oder sich erobern zu lassen. Jede vielmehr verwahrte ihr Herz mit ungewöhnlicher Sorgfalt. Die Ursache dieser Enthaltsamkeit wird, wer nicht zu Herbesheim wohnt oder die handschriftlichen Chroniken der Stadt kennt, schwerlich erraten. Wer sie nun aber kennenlernen wird, schwerlich glauben, und doch ist die unleugbar wahr, je unwahrscheinlicher sie ist. Es war nämlich dieses Jahr die hundertjährige Jubel oder Jammerfeier des sogenannten Totengastes, der besonders allen Bräuten in der Stadt ein böser Geselle zu sein schien. Niemand wußte genau, welch eine Bewandtnis es mit diesem Gast habe. Aber man erzählte sich, es sei ein Gespenst, das alle hundert Jahre einmal in die Stadt Herbesheim wiederkomme, vom ersten Advent bis zum letzten Advent darin hause, zwar kein Kind beleidige, aber richtig jeder Braut den Hof mache, und damit Ende ihr das Gesicht in den Nacken zu drehen. Des Morgens finde man sie, das Antlitz im Rücken, Tod im Bette. Was dieses Gespenst aber noch vor allen Gespenstern in der Welt auszeichnet, ist, dass es nicht etwa nur in der gesetzlichen Geisterstunde, Nacht zwischen elf und zwölf Uhr, sein Wesen treibt, sondern es soll am heitern lichten Tag in wahrer Menschengestalt auftreten, ganz modisch, wie andere Erdensöhne gekleidet einhergehen, überall hinkommen und sich einführen. Dieser Gast soll Geld voll aufhaben und, was das Ärgste ist, wenn er keine Braut eines anderen findet, selbst die Gestalt eines Freiers annehmen, die armen Herzen der Mädchen behexen, bloß um diesen nachher, wenn er ihnen mit Liebesgrillen das Köpfchen ein wenig verrückt hat, des Nachts den Kopf umdrehen zu können. Niemand konnte angeben, woher diese Sage entstanden sei. Im Kirchenbuche der Pfarrei las man noch den Namen von drei Jungfrauen, die zur Adventszeit des Jahres 1720 plötzlich abgestorben waren. Als Glosse liest man daneben die Worte »Mit dem Angesicht im Nacken, wie vor hundert Jahren, möge Gott ihrer armen Seele gnädig sein.« Wenn nun auch diese Anmerkung auf dem Rande des Kirchenbuches keinem vernünftigen Manne ein Beweis der Tatsache war, so bewies sie doch wenigstens, dass die Sage schon älter als hundert Jahre gewesen sei, ja, dass vielleicht vor zweihundert Jahren irgend etwas Ähnliches begegnet sein müsse, weil sich das Kirchenbuch darauf beruft. Die älteren Kirchenbücher sind leider nicht mehr vorhanden, sie gingen bei einer Feuersbrunst im Spanischen Erbfolgekrieg verloren. Wie dem nun auch sei, jedem war die Sage bekannt, jeder behauptete, sie sei ein lächerliches Gespenster und Ammenmärchen, und fast jeder dachte doch mit, ich möchte sagen, neugieriger Ängstlichkeit an die bevorstehende Adventszeit, um zu erfahren, was an der Sache sei. Denn, meinten bei sich im Stillen selbst die aufgeklärtesten Köpfe, es gibt ja, laut Hamlets Zeugnis, am Ende noch vielerlei Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Philosophie nichts träumen lässt. Der alte Stadtpfarrer, zu dem man nun häufiger besuchsweise kam, um die wunderliche Stelle im Kirchenbuche mit eigenen Augen zu lesen, äußerte sich auch etwas zweideutig, obwohl er sonst ein sehr verständiger Herr war. Entweder sagte er, es will mich wundern, ob, aber ich glaube es doch nicht, oder Gott verhüte, dass ich so etwas ins Kirchenbuch eintragen müsse. Am ungläubigsten waren die jüngeren Herren. Sie machten sich bei dieser Gelegenheit darüber tapfer lustig. Die Jungfrauen stellten sich zwar auch stark, aber sie stellten sich auch nur so. Heimlich gedachte gewiss jede, ihr jungen Herren habt gut lachen, es geht das Spiel am Ende nicht um eure Köpfe und Nacken, sondern, und das ist abscheulich, nur um unsere. Die Wirkung dieser Sage und des Glaubens oder Aberglaubens bemerkte niemand besser als der alte Pfarrer, denn, wo irgendeine Liebschaft, irgendeine Brautschaft in der Stadt war, alles tummelte sich, die Hochzeit noch vor dem ersten Advent abzutun, und wo keine Hoffnung auf baldige Vermählung sein konnte, ward Liebschaft und Brautschaft von Grund aus abgebrochen und hätte das Herz darüber brechen mögen. Nun kann man sich erklären, was die schönen Herbesheimerinnen unter Gefahr verstanden, wenn sie den Kommandanten wieder ihren Willen einnehmend fanden. Es war ihnen im buchstäblichen Verstande ums Köpfchen und vor dem Besuch des toten Gastes bange. Man muss ihnen daher gern den etwas unnatürlich stillen Schwur verzeihen, vor Advent und während der Adventszeit nicht im Mindesten zu lieben und käme ein Engel vom Himmel, ihn nicht freundlicher anzusehen als jeden anderen Christenmenschen. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 5 von Der tote Gast von Heinrich Tschocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Häusliches Glück Es ist mir nicht genau bekannt, ob die schöne Friederike Bantes ungefähr etwas Ähnliches geschworen haben mochte wie die übrigen Adventsnonnen zu Herbesheim. Doch so viel ist gewiß, sie sah Waldrich nicht freundlicher an als jeden anderen, denn sie war huldreich jedem. Der Kommandant lebte im Banteschen Haus einen wahrhaften Paradies-Sommer. Er stand da wie ein Sohn der Familie. Die alten Verhältnisse seiner Kindheit, nur etwas behaglicher, stellten sich unerwartet so ganz wieder ein, dass er den Herrn und die Frau Bantes wie ehemals Vater und Mutter hieß. Das Herr Bantes ihn von Zeit zu Zeit abkanzelte, so nannte es Herr Bantes, wenn er seinem Verdruss oder seiner üblen Laune in Sittensprüchen Luft machte, dass Frau Bantes jedes Mal, wenn der Kommandant einen Schritt aus dem Haus tat, zuvor seinen Anzug musterte, für seine Kleider und Wäsche sorgte, ihm das Mangelnde gab, als wäre er noch Mündel wie sonst, sogar Rechnung über sein Taschengeld hielt und ihm, wenn er sich schon anfangs sträubte, den Geldbeutel zu kleinen Ausgaben allmonatlich mit kleiner Münze versah. Waldrich kommandierte nicht nur in der Stadt, sondern auch im Haus, gab zu allen Angelegenheiten sein Wort und half entscheiden, wo man stritt. Auch zwischen Friederiken und ihm, wie sie sich allmählich zueinander gewöhnt und sie gleichsam vergessen hatten, dass sie groß geworden waren, erneuerte sich ganz unabsichtlich der Ton der Kinderzeit. Sie lebten einander wie damals gefällig, zankten aber auch, wie damals, nicht selten miteinander und zwischen dem höflichen Sieh sprang oft ganz unberechnet ein Du hervor, nichts weniger als das Du der Zärtlichkeit, sondern das mürrische Du des Vorwurfs. Zwar in der Stadt machten alte und junge Frauen, auch alte und junge Mädchen, wie es so zu geschehen pflegt, ihre Frauen und mädchenhaften Anmerkungen über Waldrichs Verhältnisse. Denn die Herbesheimerinnen hatten ein Vorurteil, dass sonst in anderen Städten dem weiblichen Geschlecht gar nicht eigen ist, dass nämlich ein junger Mann von 28 und ein hübsches Mädchen von 20 Jahren schlechterdings keine vier Wochen miteinander unter einem Dache wohnen könnten, ohne zuletzt, wenn sie einander säen, Herzklopfen zu haben. Unter dem Dache des Herrn Bantes war aber so wenig vom Herzklopfen die Rede, dass man tagelang beisammen oder getrennt sein konnte, ohne zu empfinden, wo das Herz sei. Dies war auch so auffallend, dass sich selbst die Herbesheimerinnen zuletzt überzeugten, hier gelte statt der Regel die Ausnahme. Denn kein Blick, kein Minenzug, keine Bewegung, keine eigene Betonung der Stimme und was sonst die Liebe für Buchstaben in ihrem Alphabet haben mag, verriet etwas anderes als einen reinen geschwisterlichen Stand der Dinge aus der Knaben- und Kleinmädchenzeit. Am frühesten würde der Feinblick der Frau Bantes auffälligen Herzensunfug erlauscht haben. Frauen haben dafür einen eigenen Sinn, der den Männern fehlt, aber sie erlauerte nichts und blieb beruhigt. Herr Bantes dachte an solche Möglichkeiten gar nicht. Er selbst hatte in seinem Leben von dem, was man Liebe nennt, keine Vorstellung gehabt und würde ebenso leicht gefürchtet haben, seine Tochter könne einmal wahnsinnig werden, als sie könne einmal irgendeinen jungen Mann um seines Selbstwillen leidenschaftlich lieben. Er wußte, dass Frau Bantes schon seine Braut gewesen, ehe sie ihn nur von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte. Und er war Bräutigam geworden und hatte dem Vater sein Ja-Wort gegeben, sobald er wußte, dass seine zukünftige ein braves Mädchen sei, Tochter eines soliden Hauses und bringe dreißigtausend Taler mit und habe noch weit mehr durch Erbschaft zu erwarten. Dies Verfahren in Ehestands und Verlobungsgeschäften, von dem ihm seine Erfahrung den unleugbarsten Beweis der Zweckmäßigkeit gegeben, denn er war einer der glücklichsten Ehemänner und Hausväter schien ihm daher das Vernünftigste. Er hätte seine Tochter längst vermählen können, an Freiern fehlte es nie. Allein teils mochte er sich nicht gern von dem Mädchen trennen, denn er hing mehr an ihm, als er sich bewusst war, teils gab es bei den Abrechnungen mit den Freiern oder Werbern Anstößigkeiten. Er behauptete, die Welt bestehe lediglich durch das Gleichgewicht ihrer Soliditäten, sonst wäre sie schon vor Jahrtausenden zusammengefallen, und eben darum stellte er das Gleichgewicht des gegenseitigen Vermögens als wesentlichen Grundsatz einer ehelichen Verbindung auf. Sowohl Frau Bantes als Friederike hatten dies bisher vollkommen billig gefunden. Nun aber war Friederike bald volle zwanzig Jahre alt. Der Alte bedachte, dass er seine Gattin bekommen, da sie noch weit jünger gewesen, und er dachte ernster an die Verheiratung seiner Tochter. Frau Bantes hatte eingestimmt und Friederike es ebenfalls ganz billig gefunden. Eine junge zwanzigjährige Frau, der Ausdruck lässt sich hören, es ist etwas Zartes darin. Allein ein junges zwanzigjähriges Mädchen, man kann dies kaum sagen, ohne in Gedanken zu fragen, wie lange will denn das Jung bleiben? Herr Bantes fühlte dies sehr gut und straf danach seine Anstalten. Ende von Kapitel 5 Kapitel 6 von Der tote Gast von Heinrich Schocke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Geburtstag Im Hause des Herrn Bantes pflegten viele Familienfeste gefeiert zu werden, und zwar nur von und in der Familie. Bloß am Hochzeitstagesfeste des Herrn und der Frau wurden Fremde aus der Stadt eingeladen. Auch der alte Buchhalter, der Fabrikaufseher und Kassierer, welche die Ehre genossen, am Tische des Herrn Bantes zu speisen, waren der Familie zugezählt, und die Geburtstagsfeste derselben wurden förmlich begangen. Kein Wunder also, dass das Jahresfest unseres Oberleutnants stattlich gefeiert werden musste. An einem solchen Tage durfte, so war es Gesetz, keine Seele im Hause dem Gefeierten eine böse Miene machen, keiner ihm eine billige Bitte abschlagen. Jeder musste ihm ein Geschenk bringen, es mochte groß oder klein sein. An diesem Tage des Mittags war die Mahlzeit reicher und ausgewählter, nur an diesem Tage speiste Silber, brannte des Abends silberne Kerzenstöcke und der Gefeierte saß am Tische auf der Ehrenstelle, das heißt an dem gewöhnlichen Platze des Hausvaters. Die Geschenke und Angebinde wurden jedes Mal überreicht, ehe man sich zum Mittagessen niedersetzte. Dem Gefeierten wurden Gesundheiten mit gefüllten Gläsern zugebracht. Nach aufgehobener Tafel empfing er von jedem der Anwesenden Umarmung und Kuss. Herr Bantes hatte die löbliche Sitte noch aus dem elterlichen Hause herübergeerbt und beibehalten. Das alles ging nun auch an Waldrichs Geburtstag in altbestandener ihm wohl bekannter Ordnung vor sich. Als er ins Speisezimmer trat, waren die sämtlichen Tischgenossen schon versammelt. Herr Bantes kam ihm mit seinem Glückwunsche entgegen und überreichte ihm ein Blättchen in Seidenpapier eingeschlagen. Es war ein schöner Wechsel von Herrn Bantes auf sich selbst ausgestellt Avisto zahlbar. Frau Bantes folgte. Sie trug ihm eine äußerst feine, vollständige Hauptmannsuniform entgegen, mit allem Zubehör. Darauf nahte Friederike mit einem Silberteller. Auf einem halben Dutzend feinen, von ihrer eigenen Hand bestickten Halstüchern lag ein Brief mit großem Siegel des Regiments und der Adresse an den Hauptmann Georg Waldrich. Hier stutzte der Oberleutnant, als er aufbrach und ein Hauptmannspatent für sich erblickte. Auf Beförderung hatte er lange gewartet, aber sie sobald nicht zu erleben gehofft. Er war Hauptmann seiner Kompanie geblieben, sein auf Urlaub befindlicher Vorgänger zum Major vorgerückt. Aber, mein gnädiger Herr Hauptmann, sagte Friederike mit ihrem ihr eigenen anmutigen Lächeln. Geld, Sie werden mir doch nicht böse. Ich will nur bekennen, der Brief kam schon vor acht Tagen während ihrer Abwesenheit an, und ich unterschlug ihn, um ihn für heute aufzusparen. Gestraft genug bin ich schon durch meine achttägige Todesangst, Sie möchten die Ernennung doch von woanders her erfahren und dann diesen Brief vermissen. Baldrich war gar nicht in der Laune zu zürnen. Auch konnte er in der Bestürzung kaum ein Wort hervorbringen und den übrigen danken, die ihm Glückwünsche und Angebinde brachten. Hauptsache ist, rief Vater Bantes fröhlich, dass man den neu gebackenen Hauptmann bei uns und seiner Kompanie läßt. Ich hatte Ich hatte acht Tage durch so eine Gattung Todesangst und dergleichen im Leibe, der Georg müsse fort. He, Herr Buchhalter, Marsch, in den Keller, Marsch, sag ich, zu Nr. 9, zum alten Neckar. Auf der Stelle den Herrn Offizieren der Kompanie ein Dutzend Flaschen, jedem Unteroffizier, Feldwebel, Korporal und Admiral eine Flasche und einen halben Gulden dazu und jedem Gemeinen einen halben Gulden und der Herr Oberleutnant wäre ihr Hauptmann. Sollen eins auf seine Gesundheit trinken, aber ihm heute mit Komplimenten und dergleichen vom Halse bleiben, morgen so viel sie wollen nach Herzenslust. Der Buchhalter gehorchte. Man sah bei Tische offenbar, wie lieb dem Herrn Bantes sein ehemaliger Mündel war. Er sprudelte von ausgelassener Fröhlichkeit in einer Menge drolliger Einfälle. So hatte Waldrich ihn nie gesehen, und er war recht gerührt dadurch. Nun, mein Haupt- und Kapitalmännchen, rief ihm über Tisch der muntere Kreis zu, ich meinte, weiß Gott, der Wechsel, den ich Ihnen da gab, wäre wohl für Sie als Reisepfennig gut sein müssen. Dazu war er auch bestimmt. Nun ärgert's mich, dass ich so kleinmütig war. Sie brauchen ihn nicht, hätte was Besseres geben sollen. Vergessen Sie nicht das Hausgesetz. Sie können eine Bitte tun, ich muss sie gewähren. Also, ohne Umstände heraus mit der Sprache. Verlangen Sie, was Sie wollen, ich gebe es, und müsste es selbst meine neue, schöne, weiße Perücke sein, und dergleichen. Der Hauptmann hatte feuchte Augen. Ich habe nichts zu bitten. Ei, geschwind besonnen, der Augenblick kommt vielleicht übers Jahr nicht wieder, rief der Alte. So erlauben Sie mir, Papa, Ihnen einen herzlichen, dankbaren Kuss zu geben. Je, du Herzensjunge, das hast du wohlfeil, rief Herr Bantes. Beide sprangen sogleich von ihren sitzen, fielen einander um den Hals, und beide ließen erst mit bewegterem Herzen voneinander los. Es entstand eine tiefe Stille. Die Rührung beider hatte sich über Friederiken, ihre Mutter und alle Tischgenossen verbreitet. Dass Herr Bantes dem Hauptmann das Du gegeben, war allein eine unerhörte Erscheinung. Herr Bantes sammelte sich aber schneller als die anderen, machte ein ernstes Gesicht und brach das Schweigen. Nun genug mit den Possen da, lasset uns wieder etwas Vernünftiges reden. Er hob sein Glas und befahl es zu füllen. Dann stieß er mit Waldrich an und sprach, wo ein Mann muss auch eine Männin sein, und folglich im höheren Chore, wo ein Hauptmann ist, darf noch weniger die Frau Hauptmann fehlen, also sie lebe, blühe und grüne und der gleichen hoch. Waldrich konnte sich des Lachens nicht erwehren. Sie möge fromm, gut und häuslich sein, sagte Frau Bantes, indem sie mit dem Glaser anstieß. Mama, wie sie, antwortete der Hauptmann. Und die Liebenswürdigkeit unterm Monde, sagte Friederike anklingend. Fräulein, wie sie, antwortete er dankend. Friederike schüttelte den Kopf und drohte halb böse, halb dem Finger zu ihm herüber. Man muss sich heute von dem Geburtstagsprinzen viel gefallen lassen, dass zu anderen Zeiten mit sie machte mit der Hand ein Zeichen, wie man unartigen Kindern Strafe gibt, vergolten wird. Buchhalter, Kassierer, Fabrikaufseher und Schreiber machten bei dieser sonderbaren Tischszene ihre unschuldigen Bemerkungen. Erst das Kecke anerbieten, das Herr Bantes dem Hauptmann getan hatte, ihm bewähren, was er bitten würde, ein Anerbieten, das Waldrich so übel verstand, dann die ausgebrachte Gesundheit zu Ehren der künftigen Frau Hauptmannin. Wahrlich, der Günstling des Glückes musste blind sein, dass er nicht begriff, was ihm Papa Bantes begreiflich machen wollte. Und ich glaube doch, sagte der Fabrikaufseher leise zum Kassierer, als man vom Tische aufstand, die Sache ist heute ein Paar. Der Kassierer erwiderte ebenso leise, mir graut's, ich denke an den toten Gast, ich kann nicht anders. Die Formalität des Geburtstagskusses begann. Man ging rings um den Tisch, sich, gesegnete Mahlzeit wünschend einander entgegen. Waldrich empfing von jedem Umarmung und Kuss. Er traf auf Fräulein Bantes. Unbefangen höflich näherten sie sich einander und gaben sich einander den Kuss. Aber indem sie ihn gegeben hatten, sahen sie einander auf sonderbare Weise in die Augen, wie Personen, die sich ganz unerwartet als alte Freunde erkannt hätten. Beide schwiegen, sahen Aug in Auge wie in den Herzensgrund und neigten sich noch einmal mit den Lippen zusammen und wiederholten den Kuss, als wenn der Erste gar nicht gegolten hätte. Ich weiß nicht, ob das jemand bemerkt hatte, aber das weiß ich, Mama Bantes senkte bescheiden ihre Augen nieder auf den Brillantring an ihrem Finger, und Waldrich ließ sich nach diesem vom Kassierer und Buchhalter und so weiter küssen. Er fühlte keinen anderen Kuss mehr, verlangte keinen zweiten mehr, sondern ließ den ersten jedes Mal gelten. In der Tat aber sah er aus, als wäre ihm die breite Brust zu eng geworden, und Fräulein Bantes ging ebenfalls mit einer Miene zum Fenster hin, als wäre ihr etwas angetan. Doch das zerstreute sich bald, die Heiterkeit nahm ihr voriges Recht wieder ein, zwei Schäsen standen draußen angespannt, und man fuhr aufs Land, den lieblichen Herbstnachmittag im Grünen zuzubringen. Ende von Kapitel 6 Gelesen von Hokus-Pokus Kapitel Sieben von Der Tote Gast von Heinrich Tschocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Noch ein Geburtstag Den folgenden Tag war alles wieder beim Alten. Der neue Hauptmann hatte vielerlei Geschäfte abzutun, er hatte Erlaubnis empfangen, seinen General zu besuchen, er hatte mit seinem Vorgänger mancherlei in Sachen der Kompanie zu verrechnen. Das machte seine Abwesenheit von einigen Wochen nötig. Er reiste vom Hause Bantes ab, wie von einem wie einen Sohn, mit freundlichen Ermahnungen, mit guten Lehren, mit wohlwollenden Wünschen, wie einen, dessen man sich sicher ist, ohne Trauer und Wehmut um solch eine Trennung. Waldrich und Friederike schieden ebenso wie sonst, wenn sie etwa in eine Gesellschaft oder eher zur Parade ging. Nur erinnerte sie ihn noch, dass er nicht zu ihrem Geburtsfest fehlen müsse, am 10. November. Auch hatte ich das Vergnügen, meinen Freund auf jener Reise einige Tage bei mir zu sehen. Er freute sich seiner Beförderung, zweifelte aber, wie er aus den Worten seines Generals schließen konnte, dass er mit der Kompanie noch lange zu Herbesheim bleiben würde. Das sagte er auch ganz unbefangen bei seiner Rückkehr im Hause Bantes. Man bedauerte ihn wieder verlieren zu müssen. Doch, setzte der Alte hinzu, lassen wir uns keine grauen Haare darum wachsen. Spät oder früh schickt uns alle der Drogen in andere Besatzung. Hier auf dem Erdbällchen sitzen wir einander, ob in dieser oder jener Stadt oft einander nur allzu nahe. Die verdammten Engländer und dergleichen sitzen meiner Fabrik zum Beispiel gerade auf dem Nacken. So versteht sich, Friederikens Geburtstag ward in gewohnter Ordnung und Feierlichkeit begangen. Waldrich hatte ihr aus der Residenz eine neue Harfe, ein zierliches Meisterwerk und ausgesuchte Musikalien mitgebracht. Beides überreichte er ihr, als die Reihe an ihn kam. Ein breites rosenfarbenes Seidenband flatterte um das glänzende Seitenspiel. Vater Bantes war hochselig. Er ging still vergnügt und rasch umher im Speisesaal und rieb sich so heimlich lächelnd die Hände, dass Frau Bantes, die ihm verwundert mit den Augen folgte, sich nicht enthalten konnte, dem Kommandanten leise zuzuflüstern, der Papa hat für uns noch eine artige Überraschung im Hintergrunde. In der Tat die kluge Matrone irrte nicht. Man setzte sich nach vollendeten Glückwünschen und Angebinden zum Tische. Als Friederike wie die anderen ihre Servierte vom Teller hob, fand sie auf diesem ein kostbares Halsband von orientalischen Perlen, einen prächtigen Brillantring und einen an sie gerichteten Brief. Das Fräulein erstaunte freudig und hob die glänzende Schnur und den blitzenden Ring mit mädchenhaftem Wohlgefallen. Herr Bantes sah sie mit freudefunkelnden Augen an und weidete sich an ihrer und aller anwesenden Überraschung. Ring und Perlenband gingen darauf an der Tafel umher auf dem Teller, dass jeder die Pracht bequemer schauen könne. Friederike hatte inzwischen den Brief erbrochen und las ihn. Ihre Gesichtszüge verrieten noch mehr Erstaunen, als sie schon vorher bei dem Geschenk geäußert hatte. Herr Bantes schwamm in Seligkeit. Die Mama studierte mit einer ängstlichen Neugier die gespannten Gesichtszüge der Tochter. Friederike schwieg lange, indem sie sinnig das Blatt betrachtete. Endlich legte sie es nieder. »Lass »Lass auch den Brief herum gehen«, rief der entzückte Vater. Sie gab den Brief verlegen und stumm an die neben ihr sitzende Mutter. »Nun, Rieckchen«, rief der Alte, »hat dir die Überraschung den Atem und dergleichen gestohlen? Geld, der Papa weiß es anzustellen.« »Wer ist der Herr von Hahn?« fragte Friederike mit dunkler Miene. »Wer anders denn als der Sohn meines alten ehemaligen Associe Hahn, des berühmten Bankiers? Könntest du für dich einen anderen erwarten? Der Alte hat bessere Geschäfte gemacht als ich hier mit meiner Fabrik. Nun setzt er sich in Ruhe. Sein Sohn, der junge Hahn, übernimmt und du wirst die Henne des jungen Hahn. Frau Bantes gab, indem sie mit dem sich sanft hin und her bewegenden Kopf eine stille Mißbilligung äußerte, den Brief an den Kommandanten. Der Inhalt war folgender. Zu ihrem Geburtstagsfeste, mein schönes Fräulein, drängt sich, leider diesmal im Geiste nur, weil der Arzt bei rauer Witterung die Reise untersagt hat, ein ihnen Unbekannter. Ach, dass ich sagen muss Unbekannter, dass ich nicht statt dieser Zeilen selbst nach Herbesheim fliegen und dort um ihre Hand flehen und das, was unsere guten Väter in der Herzlichkeit ihrer Jugendfreundschaft wegen unserer Verbindung beschlossen haben und was meine Sehnsucht so ungeduldig verlangt vollenden kann. Oh, mein angebetetes Fräulein, mit der ersten milden Witterung, wenn auch noch etwas kränklich, eile ich nach Herbesheim. Ich segne mein Schicksal. Ich mache es zur Aufgabe meines Lebens, dass auch Sie einst unser vereintes Schicksal segnen sollen. Nur um die Hand darf ich flehen, ich weiß es, nicht um das Herz. Dieses kann sich nur frei hingeben. Aber lassen Sie mir wenigstens die Hoffnung, es verdienen zu können. Wenn Sie wüssten, wie glücklich nur eine kleine Zeile von Ihrer Hand mich machen, wie die mich wunderreicher als die Kunst meines Arztes heilen und stärken würde, Sie ließen mich nicht vergebens bitten. Erlauben Sie, daß ich mich in Verehrung und Liebe nennen darf Ihren Verlobten Eduard von Hahn. Der Kommandant sah ernst und starr auf den Brief. Er hatte gar nicht das Ansehen eines Lesenden, sondern eines Denkenden oder ich möchte lieber sagen eines Träumenden. Inzwischen wollte Vater Bantes durchaus, Friederike solle ihre mädchenhafte Ziererei abtun und ihm einmal recht offen und ehrlich bekennen, dass sie sich freue. Aber Papa, wie kann ich das? Ich habe diesen Herrn Bankier von Hahn in meinem Leben nicht gesehen. Närchen, ich verstehe dich natürlich, aber ich kann dir darüber Trost und Frieden geben. Er ist ein feiner, schlanker, großer Jüngling, ein hübsches Milchgesicht. Etwas schwächlich war er schon ehemals, das ist vermutlich vom plötzlichen Wachsen gekommen. Er war gewaltig in die Höhe geschossen. Wann sahen sie ihn denn, Papa? Als ich das letzte Mal in der Residenz war. Laß sehen, es mögen zehn, zwölf Jahre sein. Ich brachte dir damals die schöne Puppe mit. Wie hieß sie noch? Sie war fast so groß wie du, die Babette, Rosette, Lisette oder dergleichen. Nun weißt du's. Der junge Hahn mochte kaum viel über zwanzig haben. Ein rechtes Milchgesicht, sag ich dir. Du sollst ihn nur sehen. Papa, ich hätte erst lieber ihn gesehen, als diesen Brief mit solchem Antrag gelesen. Ein dummer Streich nicht selbst zu deinem Geburtstag kommen konnte. Als ich mit der Mama verlobt war, kam ich selbst. Nun, Mama und du? Geld, du hast die Äuglein aufgerissen. Das Geheimnis brannte mir fast die Seele ab. Hätt's dir gern gleich anfangs mitgeteilt. Allein ich kenne euch Frauen, da wäre das Geheimnis schon vor dem Geburtstage verraten worden und alle Überraschung in die Brüche gegangen. Frau Bantes erwiderte etwas ernsthaft, du hast wohlgetan, Papa, mich als Mutter nicht zu Rate zu ziehen. Es ist nun geschehen, segne der Himmel dein Werk. Aber Mama, ich sage, die Wahl, für seinen Adel zwar geb ich ihm keinen roten Kreuzer, doch solch ein Mädel nimmt eben auch nicht übel, wenn es gnädige Frau getitelt wird. Aber der reiche Bankier? Sieh, Mama, wir Fabrikanten sind am Ende mit unserem Plunder nur gemeiner Plunder. Aber ein Bankier ist in der Handelswelt allezeit ein Superlativus und der gleichen. Krümmt der alte Hahn den Finger und winkt nach Wien, Flux ist da am Hofe alles in Bewegung und fragt, was befehlen der Herr von Hahn? Nickt er mit dem Kopf nach Berlin, Flux beugt sich alles Langländer und der gleichen nichts anhaben. Davon, Mama, spreche ich. Was sagst du dazu? Ich finde die Wahl, eben wie du sie machen konntest, vortrefflich, sagte Frau Bantes ernst und senkte die Augen auf ihren Suppenteller. Friederike sah düster seitwärts nach ihrer Mutter und seufzte, Mama, auch sie? Der Kommandant stierte noch immer den Brief an, während man sofort sprach. Donner, Hauptmännchen, können sie sich nicht sattlesen? Ihre Suppe wird kalt, rief Herr Bantes. Waldrich erwachte, sah noch einmal das Papier an und warf es hastig vor sich hin, als säße Pestgift daran. Er aß, ein anderer nahm den Brief. Papa Bantes ärgerte sich, dass Friederike nicht fröhlicher war. Er schob anfangs alles auf die jähe Überraschung, dass das arme Mädchen keine Worte finden konnte. Inzwischen ließ er nicht ab und trieb seine Scherze weiter, wie sie ein frohsinniger alter Herr bei solchen Anlässen wohl zu treiben pflegt. Aber von keiner Seite wollte es anklingen. Nur Buchhalter, Kassierer und Inspektor lächelten freundlich Beifall. Friederike, verdrieß Diese Erklärung beruhige sie. Nun, das ist aller Ehren wert, Rieckchen, so muß ein vernünftiges Mädchen zur Sache denken. Mama hat's mir selbst gestanden, sie habe zu ihrer Zeit auch so gedacht. Also, die Gläser gefüllt, die Braut soll leben und der Bräutigam daneben. Der Papa stieß mit seiner Tochter an, die anderen folgten, die frohe Laune schien zurückzukehren. Dummen streiches kein Ende, dass der junge Hahn uns gerade heute fehlen muß, fuhr Herr Bantes wieder fort. Ein schöner, hübscher Mann, sag ich dir, sehr gefällig, sehr gesellig, er hat mehr Schulen durchgemacht als sein Vater. Ich wette, du kommst nicht wieder los von ihm, wenn du ihn einmal gesehen hast. Ich wette, du fällst dem Papa um den Hals und dankst ihm. Es ist möglich, Papa, wenn's dann so ist, werd ich's gerne tun, aber bis ich ihn gesehen, bitt ich, und sie wissen, lieber Papa, ich habe am Geburtstag das Recht der billigen Bitte, und so bitte ich kein Wort mehr von ihm, bis ich diesen Unbekannten gesehen habe. Herr Bantes runzelte die Stirn und sagte endlich, mit Erlaubnis, Fräulein Tochter, das war einmal eine einfältige Bitte, indes sie gilt, die Mama tat zu ihrer Zeit nicht solche Bitten. Schatz, sagte Frau Bantes zu ihrem Mann, keine Vorwürfe für Friederike, du musst nicht vergessen, dass ihr Geburtstagsfest ist, es darf sie niemand kränken. Recht hast, Mama, erwiderte der Alte, er kommt gewiss bald, der Neumond ist nahe, dann ändert das Wetter. Damit nahm die Unterhaltung, freilich anfangs etwas gezwungen, andere Wendungen und ging endlich auch in die alte Unbefangenheit und Gemütlichkeit über. Nur beim Hauptmann blieb unter allen Scherzen etwas Frostiges zurück. Frau Bantes schien es zu bemerken und füllte ihm, wieder ihre Gewohnheit, öfter das Glas. Friederike sah einige Male mit starrem, forschendem Auge auf ihn hinüber, und wenn sich beide zufällig mit den Blicken begegneten, war ihnen, als täten ihre Seelen geheime Fragen aneinander. In Waldrichs Auge lag etwas wie ein stummer Vorwurf, und in Friederikens Gemüt ward es, als vernähme sie von diesem Blicke eine angenehme Antwort. Die anderen plauderten anders, unterhielten sich wohl, und der Papa erreichte die volle Höhe seiner guten und mutwilligen Laune. Es traf sich eben, als man nach aufgehobener Tafel um den Tisch ging, um der schönen Königin des Festes den gesetzlichen Kuss zu geben, dass Waldrich und Friederike einander vor dem Vater begegneten. Höre, Rieckchen, sagte der mutwillige Vater, denke dir jetzt, unser Georg sei ein gewisser jemand, den ich bei Leibes und Lebensstrafen nicht nennen darf, bis er hier ist. Denke dir das, dann wird der Kuss anders als ein gemeiner werden. Versuch's nur, du Närchen. Waldrich und Friederike standen voreinander, er nahm ihre Hand. Sich, Auge in Auge verloren, ernst, fast wehmütig anschauend, neigten sie sich zum Kusse gegeneinander. Der Alte sprang mit einer komischen Bewegung auf die Seite, um den Kuss zu sehen. Er ward gegeben. Beide, indem sie sich zurückzogen, schlossen ihre Hände fester zusammen. Waldrich erblasste. Friederikens Augen verdunkelten von einer Träne. Sie neigten noch einmal die Lippen zusammen. Nach diesem Kusse schienen beide voneinander gehen zu wollen. Rasch noch einmal flogen beide Lippen zusammen. Dann laut weinend eilte Friederike fort. Waldrich wankte gegen ein Fenster und zeichnete gedankenlos mit dem Finger im angelaufenen Glase desselben. Der Alte sah links und rechts mit dem Kopfe, während er übrigens steif und wie versteinert dastand. Was zum Kuckuck ist denn los? Was hat denn das Mädchen? rief er. Was ist ihm begegnet? Frau Bantes senkte ihre Augen schweigend nieder auf den Brillantring ihrer Hand. Sie wusste, was Friederike begegnet war, und sagte zu Herrn Bantes, Papa, schone jetzt das Mädchen, lass es erst ausweinen. Aber, 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 rief der Alte hastig und lief zu Friederike. Was hast du, Kind? Was weinst du? Sie weinte und erwiderte, sie wisse es selbst nicht. Ach, Flausen und dergleichen, rief der Vater. Dir ist etwas geschehen? Bist du gekränkt worden? Hat etwa die Mama? Nein. Oder der Hauptmann dir etwas gesagt? Nein. Donner, doch nicht, was, rede doch, ich, wegen des Spaßes, warum weinst du? Frau Bantes zog ihn sanft an der Hand von Friederike zurück und sagte, Papa, du hast dein Wort gebrochen und sie gekränkt. Du hast ihre Bitte verletzt, und wieder, du weißt es wohl, an den jemand erinnert, recht hast, ich hätte es nicht tun sollen. Lass gut sein, Rieckchen, es geschieht nicht wieder, wer nimmt aber den Papa dergleichen auch auf der Stelle so hoch auf? Friederike beruhigte sich. Frau Bantes führte sie zur Harfe. Waldrich musste stimmen, die Flöte ward geholt. Man versuchte die neuen Notenstücke. Friederike spielte die Harfe unter Waldrichs Flötenbegleitung vortrefflich. Es ward noch ein schöner, genußvoller Abend. Ende von Kapitel 7 Gelesen von Hokuspokus Kapitel 8 von Der tote Gast von Heinrich Tschocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Beratungen Papa Bantes hielt Wort. Mit keiner Silbe mehr geschah Erwähnung von dem gewissen jemand. Eitles Treiben, desto mehr dachte nun jeder im Haus an ihn. Regelmäßig morgens, mittags und abends ging Herr Bantes zum Barometer, klopfte an, um das Quecksilber steigen zu machen und für reisende, kränkliche Leute schönes Wetter zu erzwingen. Friederike, wenn es niemand bemerkte, klopfte auch, um das Quecksilber fallen zu machen. Waldrich, nicht minder Frau Bantes, schielten auch öfter als sonst nach der weissagenden Röhre Torricellis. Das Wetter bessert offenbar, sagte eines Tages Herr Bantes, da er sich mit der Mama allein im Zimmer befand. Die Wolken zerteilen sich, ich denke, er ist schon unterwegs. Das verhüte Gott, Papa. Mir schiene überhaupt geraten, du würdest Herrn von Hahn schreiben, nicht vor Weihnachten nach Herbesheim zu kommen. Und wenn ich auch nicht an das alberne Geschwätz glauben mag, so kann man sich doch nicht erwehren, ängstlich zu sein. Ei, ei, Mama, denkst du an den toten Gast? Possen, schäme dich. Ich gebe es zu, lieber Mann, es ist Torheit. Allein, es dürfte unserem Kinde in der Adventszeit begegnen, was wolle, man würde immer, ja bloß der Gedanke daran könnte, wenn etwa Rieckchen unpässlich würde, das Übel verschlimmern. Und wenn ich auch nicht an Gespenster glaube, und wenn auch Friederike darüber lacht, möchten wir doch zum Beispiel nicht nachts in der Kirche herumgehen. Der Mensch ist nun so. Verschiebe die förmliche Verlobung bis nach der fatalen Zeit. Nach Advent haben die jungen Leute noch hundert Jahre Muße sich einander Hochzeit zu machen. Warum denn eben jetzt geeilt? Was schadet ein Verzug von wenigen Wochen? Schäme dich, Mama, mute mir nicht Torheiten zu. Eben deswegen gerade, weil der Pöbel sein Larifari mit dem Totengaste hat, muß Friederike jetzt Braut werden, muß jetzt Verlobung sein. Man muß ein Beispiel geben, es ist für uns Pflicht und der gleichen. Sehen die Leute in der Stadt, dass wir uns um keinen Totengast bekümmern, dass wir unsere Tochter verloben, allem Geschwätz zum Trotz, dass Rieckchen den Kopf behält und ihr keiner den Hals umdreht, so ist dem tollen Aberglauben der Hals umgedreht auf immer. Den Leuten bloß predigen, seid einmal gescheit, tut Buße, werdet fromm, das hilft nicht, sondern hübsch voran, Herr Pfarrer voran. Gesetzt aber, Papa, dein Kind ist dir doch auch lieb. Gesetzt nun, siehst du, vor hundert Jahren muß doch, laut dem Kirchenbuche, etwas unglücks begegnet sein, sei es gewesen, was es wolle. Vielleicht waren damals auch Menschen, die sich über die alte Sage hinweg setzten. Nun, wir wollen es auch tun. Aber wenn du die Verlobung eben in die böse verrufene Adventszeit dieses hundertsten Jahres legst und, was Gott verhüte, es geschehe dann, dass, halt, du willst doch nicht sagen Friederikes Gesicht im Nacken, ich mag den Teufelseinfall gar nicht denken, bleib mir damit vom Leibe, sag ich. Nein, aber, zum Beispiel Herr von Hahn käme in diesen berüchtigten Tagen bei diesem winterlichen Wetter zu uns, denke nur, kränklich ist er, wie er schreibt, es könnte doch die Witterung auf weiter Reise bei schlechten Wegen sein Übel verschlimmern, gesetzt wir hätten einen kranken, vielleicht zuletzt einen Totengast, es graut mir, es auszusprechen, und dann die vom Aberglauben ausgezeichneten Advente dieses Jahres durch deinen Eigensinn diesen Aberglauben bestätigt, Freund, bedenk es doch wohl. Er Er bandt es schien nachdenken zu werden und brummte endlich, Mama, ich begreife nicht, wie du immer auf Einfälle gerätst, die sonst in keines Menschen Gehirn kommen. Wie machst du's auch? Könntest Poet werden und der Gleichen. Spür's übrigens euch allen an, dass ihr vom Popanz der Herbesheimer Adventstage lebendig besessen seid. Alle seid ihr's, du, Friederike, sogar der Hauptmann, der doch Soldat sein will, der Kassierer, Buchhalter, Inspektor, alle, sag ich. Aber keiner will es Wort haben. Pfui! Wenn es wäre, woran ich doch aber fast zweifle, so ist es Pflicht des guten Hausvaters, glimpflich eines Vorurteils zu schonen, das eben keinem schadet. Alle Narheit schadet, darum keine Schonung, Krieg, offener Krieg. Seit Friederikens Geburtstag geht und steht im Hause jeder so verblüfft, als wäre das jüngste Gericht unterwegs. Der Teufel hat das Märchen vom toten Gaste erfunden. Es bleibt, wie gesagt, beim alten Mama, nichts wird geändert, ich bin unbeweglich. So sagte Herr Bantes und lief aus dem Zimmer. Inzwischen blieb es doch bei ihm nicht ganz beim Alten. Das Gespräch hatte in ihm einen Dorn zurückgelassen. Er fand, dass es um des lieben Hausfriedens Willen besser sein könne, die förmliche Verlobung auf Weihnachten hinauszustellen. Er liebte seine Tochter zu sehr, und diese Liebe brachte ihn auf allerlei Besorgnis, der Teufel könne doch auf irgendeine Art sein Spiel treiben, und dann würde man es dem toten Gaste zuschreiben. Je näher der erste Advent rückte, je unheimlicher ward ihm dabei, und zwar wieder seinen Willen. Er wünschte, sein zukünftiger Schwiegersohn möchte einstweilen noch ausbleiben. Es jagte ihm Schrecken ein, als sich das Wetter völlig aufklärte und der volle warme Sonnenschein über die Welt floss, als wolle der Spätherbst noch einen schönen Nachsommer zum Geschenk bringen. Er ging nun ebenso fleißig zum Barometer und klopfte, das Quecksilber wieder fallen zu machen. Zu seiner Verwunderung bemerkte er, dass die Mama, dass Friederike die ehemalige gute Laune mit dem guten Wetter wiederbekommen hatten, der Kommandant ebenfalls, und dass zuletzt alle Hausgenossen den ehemaligen Ton wiederfanden. Nur er konnte ihn nicht sogleich wiederfinden. Ende von Kapitel Acht Gelesen von Hokus Pokus Kapitel Neun von Der tote Gast von Heinrich Tschocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gutes Wetter Frau Bantes hatte wohl bemerkt, dass Rieckchen mancherlei in ihrem Herzen gegen den reichen Bankier einzuwenden hatte, dass der Stadtkommandant in ihrem Herzen mehr als es sein sollte Kommandant geworden war. Nicht um den Kommandanten, so lieb er ihr auch war, zu begünstigen, sondern jede Übereilung und das daraus mögliche Unglück zu verhüten, trachtete sie nun, die förmliche Verlobung des Bankiers mit ihrer Tochter zu verspäten. Sie wünschte, die jungen Leute sollten sich erst kennenlernen, Friederike sollte sich erst an ihr bestimmtes Schicksal in Gedanken gewöhnen. Nebenbei war doch auch erst näher zu erfahren, ob Herr von Hahn durch sein Herz das Herz Friederikens verdiene. Daher hatte die sorgliche Mutter dem Herrn Bantes, obwohl er ihr das auch für sie hochwichtige verfügen über die Hand seiner Tochter bis zum Geburtstag verheimlicht hatte, nie in seiner Wahl widersprochen, keinen Vorwurf gemacht. Sie kannte Herrn Bantes zu gut, Widerspruch würde ihn noch erpichter auf seine Sache gemacht haben. Darum spann sie jenes Gespräch mit ihm an und schob ihm den Dorn ins Gewissen und freute sich, als sie wahrnahm, es sei nicht ohne Wirkung geblieben. Darum hatte sie auch, schon am in der Residenz um Erkundigung über den sittlichen Wert des Herrn von Hahn geschrieben. Die Antwort traf an demselben Tage ein, als das schöne Wetter dem Herrn Bantes Schrecken machte. Herr von Hahn ward in dem Briefe der Freundin als einer der rechtschaffensten Männer geschildert, der Jedermanns Achtung und bisher auch Jedermanns Bedauern genossen hätte, nicht nur, weil er immer sehr kränklich, von seinem alten, mürrischen, wunderlichen und geizigen Vater gewesen wäre. Seit einigen Wochen aber habe der junge Mann die sämtlichen Geschäfte des Alten übernommen. Der Alte zöge sich nun auf ein Landgut zurück, weil er schon die Altersschwäche zu sehr fühle, schwer höre und selbst durch die Brille nicht mehr gut sehe. Diese angenehmen Nachrichten machten der Frau Bantes gutes Wetter. Ein anderer Umstand brachte das gute Wetter für Friederiken und den Kommandanten an dem selben Tage. Waldrich war nämlich im Auftrag der Frau Bantes in Riechens Zimmer getreten. Das Mädchen saß am Fenster, die Stirne auf die neue Harfe gelehnt, die sie vor sich hatte. »Fräulein, Mama wünscht zu wissen, ob Ihnen gefällig wäre, mit uns beim schönen Wetter eine Fahrt ins Freie zu machen. Riechchen antwortete nicht, sondern drehte das Gesicht noch ein wenig mehr von ihm ab gegen das Fenster. »Irognaden sind ungehalten?« fragte Waldrich, der da glaubte, sie wolle mit ihm Scherz treiben. »Hab ich zum Frühstück nicht, auch wieder Neigung, eine Tasse Schokolade mehr getrunken, bloß weil Irognaden befahlen? Bin ich nicht pünktlich und zur rechten Zeit von der Parade zum Essen gekommen? Hab ich bei Tisch nicht mein ehrerbietiges Ja gesagt?« Es folgte keine Antwort. Er stand eine Weile schweigend da, ging dann zur Tür, als wolle er fort, kehrte dann wieder um und sagte ungeduldig, »Kommen Sie, Riechchen, das Wetter ist herrlich!« Darauf ertönte ein dumpfes »Nein«. Er erschrak bei dem Tone, denn dieser verriet, dass er unter Tränen hervorgegangen war. »Was fehlt Ihnen?« sagte er ängstlich und nahm die unter ihrer Stirn ruhende Hand von der Harfe und zwang sie aufzusehen. »Will Mama ihm vielleicht mit uns entgegenfahren? Soll er heut ankommen? Hat sie das gesagt?« fragte Friederike hastig und trocknete mit dem weißen Tuch ihre rot geweinten Augen. Waldrichs Blick verdunkelte sich. Halb unwillig sagte er, »O Friederike, es ist nicht recht von dir, dass du so fragst. Glaubst du, ich möchte dich noch einladen, wenn ich so etwas nur ahnen könnte? Wollte Gott, käme nicht, ehe ich davon wäre. Wie davon? In eine andere Garnison. Ich habe dem General schon an deinem Geburtstag geschrieben und gebeten und noch keine Antwort. Rieckchen sah ihn vertrießlich an, stand auf und sagte, Georg, nimm mir's mal wieder einfältig von dir. Ich kann, ich will, ich darf aber nicht bleiben. Waldrich, ist das ihr Ernst? Sie werden machen, dass ich ihnen zeitlebens böse werde. Und wollen sie meinen Tod, wenn sie mich zwingen, ihr Hochzeitsgast zu sein? Sie sollen nie zu meiner Hochzeit eingeladen werden. Wer hat ihnen gesagt, dass ich mein Ja-Wort schon gegeben? Sie dürfen es nicht verweigern. Und ach Gott, ich kann es doch nicht geben, schluchzte das Fräulein und verhüllte ihr Gesicht. Auch Waldrich ward von seinem geheimen Schmerz übermannt. Dies war das erste Mal, dass beide unter sich diesen Gegenstand berührten, obgleich er ihnen nie aus dem Sinn gekommen war. Am letzten Geburtstage, als beide zum ersten Mal von der Gewissheit oder Möglichkeit erschreckt wurden, sich in Zukunft nicht mehr sein zu können, was sie bisher in unbefangener Fortsetzung jugendlicher Zusammengewöhnung gewesen waren, hatten sie zum ersten Mal in sich erkannt, mit welcher Liebe sie aneinander hingen. Beide betrachteten sich seit jenen drei verräterischen Festtagsküssen mit ganz anderen Augen. Beide verstanden sich, wussten, dass sie liebten und geliebt wurden, ohne es einander mit Worten zu sagen. In beiden war plötzlich das ruhige, alles verschönernde Licht der Freundschaft zur Flamme geworden. Beide wollten diese voreinander verbergen und erhöhten damit nur die innere Macht derselben. Nach einer Weile trat Walterich wieder zu ihr und sagte in treuherzigem Tone, Rieckchen, dürfen wir noch miteinander bleiben, wie es bisher war? Walterich, können wir denn gegeneinander anders werden als bisher? Können? Ich? Das ist unmöglich. Ach, ich wusste selbst nicht, Rieckchen, was mein Glück gewesen. Und nun ich dich verliere, weiß ich erst, dass ich verloren bin. Verloren, Georg? Sage mir das nicht und mache mich nicht unglücklich. Es ist ein entsetzliches Wort, das. Nenn es nicht wieder. Aber wenn er kommt, dann wird Gott sorgen. Da, nimm meine Hand, Georg. Zehntausendmal lieber verlob ich mich dem toten Gaste. Aber du sagst das weder dem Papa noch der Mama. Ich will es ihnen sagen, wenn es Zeit ist. Nimm auf dieses Wort meine Hand und sei ruhig für mich. Er nahm ihre Hand und bedeckte sie mit heißen Küssen. Es ist ein Lebenswort, Fräulein, sagte Waldrich. Ich durfte es kaum erwarten, aber ich nehme es von ihnen. Brechen sie es, so brechen sie mein Leben. Und sind sie nun wieder froh und glücklich? Ach, ich war's noch nie so wie in diesem Augenblick, rief er. Fort, rief Rieke, die Mama wird dich erwarten. Fort, ich mache meine Toilette und fahre mit euch. Sie stieß ihn zurück und drängte ihn zur Tür, aber an der Tür erlaubte sie ihm einen Abschiedskuss. Wie ein Trunkener ging er und meldete der Frau Bantes Friederikes Entschluß. Sich selbst nicht empfindend sang Friederike auf einen Sessel hin und verging im Traum ihrer Seligkeit und vergaß die Spazierfahrt. Der Wagen wartete. Frau Bantes ging endlich selbst die Tochter zu holen. Diese saß träumend da, das Köpfchen von blonden Locken umringelt auf die Brust gesenkt, die gefalteten Hände im Schoß. Was sinnest du? Oder betest du? fragte die Mama. Ich habe mit Gott gesprochen. Ist dir wohl? Wie einem Engel bei Gott. Dein Ernst, Riegchen, du scheinst geweint zu haben. Ja, ich habe geweint, aber ich bin nun glücklich, Mama. Kommen Sie zum Wagen, ich nehme nur noch den Hut. Sie nahm den Hut und stellte sich vor den Spiegel, unter dem das rosenrote Seidenband lag, das Waldrich um Schleife. Frau Bantes schwieg, aber sie beschloss, dem Kommandanten nie wieder einen Auftrag an das Mädchen zu geben. Ende von Kapitel 9 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 10 Abschnitt 1 von Der tote Gast von Heinrich Schocke Am folgenden Abend war im Hause des Herrn Bantes die gewöhnliche erste Wintergesellschaft. So hieß in Herbesheim, was in anderen Städten auch Kränzchen, Soiree, Tee und so weiter genannt wird. Unter den besten Familien der kleinen Stadt ging es nämlich der Reihe nach herum, sich jede Winterwoche einmal, freundlich und einfach zu bewirten, mit Musik, Gesang, Gespräch, Spiel und Scherz den langen Abend zu erheitern. Zu bemerken ist übrigens im Vorbeigehen, dass unter Spiel kein Kartenspiel verstanden ward, wie es gewöhnlich die armselige Unterhaltung von Leuten zu sein pflegt, die zwischen Medisieren und Langeweile haben, keinen Mittelweg durch ein erheiterndes Gesellschaftsspiel kennen. Diesen Abend beim Herrn Bantes war aber weder an Gesang noch Musik, weder an Spiel noch Scherz zu denken. Man sah sich in diesem Kreis und diesen Winter das erste Mal, man hatte einander viel zu sagen und weil in drei Tagen der erste Advent war, kann man denken, dass der tote Gast die Kosten der Unterhaltung bestreiten musste. Die jungen Frauenzimmer rümpften die Näschen oder stellten sich doch etwas ungläubig. Manche war froh, dass sie keinen Bräutigam hatte, den sie aber vielleicht nach der Adventszeit nicht verschmäht haben würde. In mancher zog sich das arme Herz bange zusammen, wenn sie an jemanden dachte, der dem armen Herzen angehörte. Die Eltern Frauen nach reiflicher Überlegung stimmten so ziemlich überein, dass die Geschichte vom toten Gaste nicht ganz aus der Luft gegriffen sein möge. Die jungen Herren waren alle ohne Ausnahme ungläubig. Einige wünschten, der tote Gast möge kommen und ihren Heldenmut versuchen. Ein paar eltliche Herren drohten den jungen großsprechend warnend mit den Fingern. Einige der jungen Frauenzimmer stimmten ein, und es gab manche Neckerei, manches Witzspiel und mutwilliges Gelächter. Aber, rief Herr Bantes mit drolligem Zürnen, was ist das für Wirtschaft? Wohin ich den Kopf stecke, toter Gast links und rechts? Ist das auch eine Unterhaltung für meine lebendigen Gäste? Fort damit, sag ich. Lebendigere Unterhaltung, keine Winkelplaudereien, kein Geflüster von den Toten. Der Meinung bin ich auch, sagte der Kreissteuereinnehmer. Lieber das gemeinste Pfänderspiel, wenn Herbesheim von den lebendigen Gästen so wenig zu fürchten hätte, als von dem hundertjährigen Besuch des Totengastes, so würde ich sicher sein, dass unseren jungen Schönen nie das Köpfchen verdreht würde. Ich möchte eigentlich nur wissen, wie das alberne Histörchen in die Welt hineingekommen wäre, sprach ein junger Ratsherr. Die Sage ist auch so dürr, wie ein Gerippe, kein näherer Umstand davon bekannt, dass sich daraus allenfalls eine Romanze oder Ballade schaffen ließe, damit es doch zu etwas tauge. Umgekehrt, entgegnete Waldrich, die Sage vom Totengaste, wie man sie ehemals kannte, und wie ich sie in meiner Kindheit einmal von einem alten Jäger erzählen hörte, ist zu lang und für unsere heutigen Tage zu langweilig, darum hat man sie vergessen und recht daran getan. Wie? Sie wissen die Geschichte noch? fragten schnell mehrere. Ich erinnere mich ihrer noch dunkel, erwiderte Waldrich. Oh, sie müssen uns erzählen, riefen die Mädchen und drängten sich zu ihm. Bitte, bitte, sie müssen uns erzählen. Da half kein Widerstand, keine Entschuldigungen. Zu den Frauenzimmern traten die Herren und baten. Man rückte die Stühle zusammen. Waldrich, gern oder ungern, mußte sich bequemen, die Sage mitzuteilen, wie er sie vom alten Jäger empfangen hatte. Er schmückte, um damit einigermaßen zu unterhalten, die Geschichte so gut aus, als er es sogleich aus dem Stegreif konnte. Es sind nun wirklich, fing er an, zweihundert Jahre voll, als der Dreißigjährige Krieg angefangen und der Kurfürst Friedrich von der Pfalz die Krone des von Bayern an der Spitze der Katholiken Deutschlands brachen auf, die Krone wieder zu erobern. Die große entscheidende Schlacht am Weißen Berg bei Prag wurde geliefert, der Kurfürst Friedrich verlor die Schlacht und die Krone. Wetter schnell flog die Nachricht von Mund zu Mund durch Deutschland. Alle katholischen Städte jubelten über den Untergang des armen Friedrich der seinen Thron nur wenige Monate besessen hatte und den man deswegen schlechthin den Winterkönig zu nennen pflegte. Man wußte, dass er in Verkleidung mit geringem Gefolge aus Prag geflohen sei. Das wußten auch unsere lieben Vorfahren in Herbesheim vor zweihundert Jahren. Sie plauderten damals schon ebenso gern von Stadt- und Staatsneuigkeiten wie wir, ihre würdigen Enkel. Sie waren aber damals, ich darf nicht sagen, religiöser, wohl religionswilder. Die Freude über Niederlage und Flucht des Winterkönigs war ungefähr ebenso ausgelassen, ja weit stürmischer als bei uns vor einigen Jahren über Niederlage und Flucht des Kaisers Napoleon. Drei bildschöne Jungfrauen saßen einst, vom Winterkönig plaudernd zusammen. Sie waren alle drei gute Freundinnen und alle drei hatten einen Bräutigam, das heißt jede einen besonders für sich, weil sie sonst nicht Freundinnen gewesen wären. Die eine hieß Veronika, die andere Franziska und die dritte Jakobea. Man sollte den König der Ketzer nicht aus Deutschland entwischen lassen, sagte Veronika, solange er lebt, wird das Ungeheuer der Lotherei leben und nicht ruhen Verderben auszuspeien. Ja, rief Franziska, wer den Tod schlägt, hat vom Papst zu erwarten. Ja, er hat auf den Himmel zu zählen. Ich wollte, rief Jakobea, er käme in unsere Stadt. Oh, ich wollt es, er müßt durch die Hand meines Liebsten sterben. Mein Liebster bekäme wenigstens eine Grafschaft zum Lohn. Es ist die Frage, sagte Veronika, ob dich dein Liebster zur Gräfin machen möchte, denn er hat kaum Herz genug zu solcher Heldentat. Der und den Winterkönig zu Boden schlagen und die Grafschaft wäre dir von der Nase weg erobert. Macht euch beide nicht so breit, sagte Franziska, mein Liebster ist doch der stärkste von allen. Ist er nicht schon im Kriege gewesen als Hauptmann? Und wenn ich ihm geböte, den Großtürken auf dem Throne niederzuhauen, er ginge, freut euch auf die Grafschaft nicht so auf der Straße vom Tore her. Flug's alle drei Mädchen zum Fenster. Es war aber ein schreckliches Wetter draußen. Der Regen schoss in Strömen auf die Gassen von allen Dächern und Rinnen. Der Sturmwind sauste und trieb die Fluten des Regens gegen Häuser und Fenster. Dass sich Gott erbarme, rief Jakobea, wer bei solchem Wetter noch unterwegs ist, der reist gewiss nicht aus Lust. Den treibt die wilde Not, sagte Veronika. Oder das böse Gewissen, setzte Franziska hinzu. Gegenüber von dem Wirtshaus zum Lindwurm hielten dreizehn Herren zu Pferde still und stiegen eilfertig ab. Zwölf blieben bei den Rossen, der dreizehnte in weißen Kleidern ging in das Haus des Wirtes. Bald kam der Wirt mit den Knechten. Die Pferde Trotz des Regens lief Volk in der Gasse zusammen, die fremden Reiter und Pferde zu sehen. Das schönste Ross gehörte dem weißen Herrn, es war ein schneeweißer Schimmel mit prächtigem Geschirr. Wenn das der Winterkönig wäre, riefen die drei Jungfrauen, als sie sich von den Fenstern abwandten im ersten Augenblicke und einander bedenklich mit großen Augen anstarrend. Da polterte es auf der Treppe. Siehe, herein traten die drei Bräutigamme der Jungfrauen. »Wißt ihr schon?« rief der eine, »der flüchtige Winterkönig ist in unseren Stadtmauern. Da wäre ein Fang zu machen,« sagte der Zweite. »Die Angst liegt dem Langenhagern Weißrock im Angesicht,« rief der Dritte. Ein froher Schauer überfloß die Mädchen. Sie starrten sich wieder zusammen, als verständten sie einander. Plötzlich reichten sie einander die Hände und sagten, »Ja, es gilt, es gilt, alle drei miteinander und ungeteilt.« Dann ließen sie die Hände los und jede dritte sich hin zu ihrem Bräutigam. Veronika sprach zu dem ihren, »Lässt mein Liebster den Winterkönig lebendig aus unseren Stadtmauern ziehen, so will ich lieber des Winterkönigs Metze als meines Liebsten ehelich Gemahl werden, so wahr mir Gott helfe mit seinen Heiligen. Franziska sprach zu dem Ehrigen, »Lässt mein Liebster den Winterkönig diese Nacht überleben, so will ich eher den Tod als meinen Liebsten küssen und mein Liebster soll ewig die Hochzeit umsonst erwarten, so wahr mir Gott mit seinen Heiligen helfe. Jakubea sprach zu dem Ehrigen, der Herz allerliebste mein nicht purpurrot sein Kriegsschwert vom Blute des Winterkönigs. Die drei Bräutigamme erschraken, doch sammelten sie ihre Geister bald wieder, indem sie die schönen Jungfrauen liebreizender denn jemals vor sich stehen und der Antwort gewärtig sahen. Keiner wollte zurückbleiben, jeder der Erste seien, die Inbrunst seiner Liebe durch ein Heldenstück zu beurkunden. Alle verhießen sie, der Winterkönig solle die Sonne nicht wieder sehen. Sie beurlaubten sich von den Bräuten, die nun frohlockend beisammen saßen und von dem ewigen Ruhm ihrer Geliebten, von deren Mut und Zärtlichkeit und zuletzt von der Grafschaft plauderten, wie sie dieselbe unter sich teilen wollten. Die drei jungen Männer aber beredeten sich, gingen alsbald ins Wirtshaus zum Lindturm, forderten einen Trunk, forschten gesprächig den Fremden nach, und wer der König sein möge, und wo er schlafe, und ob er ein schönes Zimmer habe. Sie kannten aber alle jeden Winkel des Hauses wohl, und sie zechten bis tief in die Nacht. Vortages Anbruch ritten eilfertig zwölf der fremden Gäste fort bei Sturm und Wetter. Der dreizehnte lag niemand konnte sagen, wer er sei, doch versicherte der Wirt, der König sei es nicht, und er hatte recht, denn der Winterkönig entkam wie bekannt glücklich nach Holland und lebte noch manches Jahr. Der tote Gast wurde noch denselben Tages begraben, aber nicht auf dem Kirchhofe in geweihter Erde zu den Gebeinen anderer katholischer Christen, sondern als ein vermutlicher Ketzer aus christlicher Liebe auf dem Schindanger ohne Sanger. und Klang. Ängstlich warteten indessen die drei Bräute auf die Ankunft ihrer Liebsten, um ihren süßen Lohn zu zollen. Aber sie kamen nicht. Sie schickten wohl nach ihnen aus, in alle Gassen und Häuser, aber es hatte sie niemand mehr seit der Mittagsstunde gesehen. Selbst der Wirt und dessen Frau, Mägde und Knechte wußten nicht zu sagen, wohin sie gegangen und was aus ihnen geworden. Da herrnten sich die armen Mädchen bitterlich und sie weinten Tag und Nacht und bereuten den frevelvollen Befehl, den sie so treuen und schönen Männern gegeben. Am meisten jammerte es heimlich die reizende Jakobea, denn sie hatte zuerst den gefährlichen Anschlag auf das Leben des Winterkönigs vor ihren Gespielinnen getan. Ende von Abschnitt Eins Gelesen von Hukuspokus Kapitel 10 Abschnitt 2 Von Der tote Gast Von Heinrich Schocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Zwei Tage waren seit der Unglücksnacht verflossen, der dritte fast verflossen, noch wußten die Bräute, noch die bekümmerten Eltern nichts über das Schicksal der Jünglinge. Da ward an Jakobeas Tür gepocht und es trat vornehmer Mann herein und fragte nach dem Mägdlein, das weinend neben dem Vater und der Mutter saß. Der Fremde überreichte einen Brief, den er unterwegs von einem Jüngling empfangen und zu bestellen versprochen hatte. Oh, wie freudig schreck Jakobea. Das Briefchen kam vom Geliebten. Es war aber fast dunkel. Die Mutter eilte und brachte zwei brennende Lampen, den Brief zu lesen und den Fremden besser zu sehen. Er war ein Mann bei dreißig Jahren alt, von hoher magerer Gestalt, ganz schwarz gekleidet, noch nach der Sitte damaliger Zeit mit großem, von schwarzen Federn umwehtem Hut, schwarzem Wams mit weit überliegendem Spitzenkragen auf den Achseln, schwarzen Unterkleidern und weiten Stiefeln, an der Seite ein Schwert, dessen Griff mit Gold und Perlen und blitzenden Steinen belegt war. Funkelnde Edelsteine sah man mit allerlei Licht von seinen Fingerringen strahlen, doch sein Angesicht zwar regelmäßig und edel, war trotz dem Feuer Blass und Erdfarben und der schwarze Anzug machte ihn noch bleicher. Er setzte sich und der Vater las bei der Lampe den Brief. Er lautete »Wir haben den Unrechten getroffen, drum Liebchen lebe wohl, dieweil ich den Schlüssel zum Brautkämmerlein verloren. Ich zieh in Krieg gen Böhmerland und suche mir eine neue Braut, die nicht fordert vom Liebsten ein Da sende ich dir den Ring zurück. Der Ring fiel aus dem Briefe. Als Jakubea solches vorlesen hörte, ward sie schier ohnmächtig und sie weinte und fluchte dem Ungetreuen. Vater und Mutter trösteten das arme Kind und der Fremde redete viel holdselige Worte. Hätte ich gewußt, dass der Schalksknecht mich zum Überbringer solcher Verzweiflung mache, so war ich bin guten Schwert erteilt. Trocknet eure schönen Augen, holdes Fräulein, eine einzige Tränenperle, die über eure rosenroten Wangen rinnt, ist genug, alle Flammen eurer Liebe auszulöschen. Aber Jakubea konnte nicht aufhören zu weinen. Der Graf entfernte sich endlich und bat um die Erlaubnis, die schöne Leidende am folgenden Tag noch einmal besuchen zu können. Er hielt auch Wort er, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, indem ich immer eure Schönheit und eurer Tränen gedachte. Ihr seid mir wohl ein Lächeln schuldig, dass meine von Schlaflosigkeit blassen Wangen wieder Röte gewinnen. Wie kann ich lächeln, sagte Jakubea, hat nicht der Ungetreue mir den Ring gesandt, das Herz umgewandelt? Der Graf nahm den Ring und warf ihn hinaus einem Schönern und legte den prächtigsten Reif von seinen Fingern vor ihr auf den Tisch. Wie gern mit allen diesen Ringen und an Jedwedem hängt eine reiche Herrschaft. Jakubea errötete. Sie schob den prächtigen Ring zurück. Seid nicht so grausam, sprach der Graf, denn nun ich euch einmal gesehen, kann ich euch nimmer vergessen. Hat euch euer Liebster verschmäht, mein Herz und meine Grafschaft liegen zu euren Füßen. Aber Jakubea mochte nicht davon hören. Aber doch fand sie in ihrem Herzen, der Graf habe mit der Rache recht, und der Treulose müsse vergessen sein. Sie sprachen noch vieles miteinander. Der Graf redete sehr bescheiden und einnehmend, nur war er nicht so schön wie der verlorene Bräutigam, sein Gesicht auch gar zu bleich und Erdfarben. Doch wenn er anmutig redete, vergaß man die Farbe leicht. Und da alles seine Zeit hat, so hörte auch Jakubea auf zu weinen, und sie mußte wohl zuweilen zu den Scherzen des Grafen lächeln. Die Anwesenheit des reichen Herrn in Herbesheim ward bald in der ganzen Stadt ruchbar, denn er hatte prachtvoll gekleidete Dienerschaft und machte viel Aufwand. Auch daß er Jakubea einen Brief von dem verschwundenen Bräutigam gebracht, erfuhr bald jeder. Als dies Veronika und Franziska hörten, eilten sie zu ihrer Freundin und fragten, ob der vornehme Graf nichts von den übrigen beiden gewußt habe und bat, danach zu forschen. Solches tat auch Jakubea, und da der Graf sagte, er wolle die leidtragenden Freundinnen wären, dankte ihm das Mäglein sehr. Auch tat sie ihm schon gütiger, denn sie hatte nachts bei sich selber mancherlei überlegt und den kostbaren Ring viel betrachtet und gedacht, da darf ich ja nur die Hand ausstrecken und die Grafschaft nehmen, ohne sie mit Veronika und Franziska teilen zu müssen. So hat mir doch die Tat des Ungetreuen zur Grafschaft geholfen. Und sie zeigte den Eltern das Juwel, das der Herr auf dem Tische hatte liegen lassen und von seinen ehrbaren Anträgen erzählte sie alles und von seinen weitläufigen Herrschaften, was sie wusste. Die Eltern staunten sehr und wollten lange nicht daran glauben. Wie aber der Graf wiederkam und die Eltern geziemend bat, ihrer Jungfrau Tochter eine Kleinigkeit zum Sonntagsschmuck verehren zu dürfen und wie er aus kostbarem Kästlein ein Diamantenkreuz an siebenfacher Perlenschnur zog, bekamen sie den Glauben. Da beredeten sich Vater und Mutter und sprachen Der Eidam steht uns wohl an, den müssen wir fangen. Nun redeten sie ihrer Tochter viel zu, ließen sie auch viel im Kämmerlein mit dem Grafen allein und bewirteten ihn mit Leckerbissen und edlen Weinen oft noch spät in der Nacht. Er nahm nichts ohne Dank und die Eltern erfreuten sich seiner schönen Geschenke. Jakobea freute sich im Geiste als Gräfin von Gräbern den Neid und die Bewunderung der ganzen Stadt zu erregen und ward gegen den Ungestüm des neuen Liebhabers nachgiebiger. Dieser war aber doch ein böser Vogel, denn als er zu Veronika kam, fand er sie noch schöner als die schöne Jakobea, und wie er endlich gar die blondlockige Franziska sah, deuchten ihm die anderen fast häßlich. Er sagte aber der blondlockigen Franziska und der rabenlockigen Veronika, einer jeden insbesondere von ihrem Liebsten fast die gleiche Geschichte. Er habe unterwegs drei Junggesellen in einer Herberge gefunden, mit zwei jungen Mädchen gar ausgelassen scherzend, bei vollen Weinbechern. Alle hätten in den Krieg nach Böhmenland ziehen wollen, und die Dirnen mit ihnen. Als sie von ihm im Gespräch vernommen, er werde auf seiner Reise durch das Städtlein Herbesheim ziehen, habe der eine an Jakobea den Brief geschrieben, und ihn gebeten, solchen mitzunehmen. Die anderen hätten aber gespottet und gesagt, wir haben wohl hier bei lustigen Mädeln Besseres zu tun, als Briefe zu schreiben. Wollt ihr euch für uns beschweren, so sagt ihnen, wir zögen nach Böhmenland, weil wir auf ihr Geheiß ein übles Werk getan. Und wir schicken ihnen statt des Briefes den Brautring zurück. Sie sollen sich durch den Mann trösten lassen, dem er besser als ihnen an den Finger passe. Schon bei Veronika behauptete der Graf, der Ring passe ihm vortrefflich, aber bei Franziska fand er, der Ring wäre wie ausschließlich für ihn gemacht. Und er tröstete jede Garberät und fragte sie, ob ein Bräutigam solche Tränen verdiene, der sein Liebchen so schnöde verlasse und an der Seite einer leichtfertigen Buhlin Ring und Herz wegwerfen könne. Und er spielte seine Rolle bei jeder so gut, wie bei Jakobea, und wusste zuletzt, jede zu trösten, jeder machte er Geschenke, jeder bot er sein Herz und die Grafschaft, und jede gewöhnte sich bald an sein blasses Gesicht. Die drei Freundinnen aber machten sich gegenseitig aus ihrem Umgang mit dem Grafen und aus ihren Entwürfen ein Geheimnis, denn eine fürchtete die andere, dass sie ihr Netz nach dem reichen Liebhaber auswerfen möchte. Sie besuchten sich nicht mehr wie sonst und ärgerten sich sehr, wenn sie zufällig erfuhren, dass der Graf auch die Bekanntschaft der anderen unterhalte. Eine auf die andere eifersüchtig, wollte es den übrigen zuvortun, ließ sich anfangs Liebkosungen gefallen und erwiderte endlich dieselben, um den Anbeter enger zu fesseln. Niemand freute sich dieser Eifersucht mehr als der lose Graf, denn vermittels derselben gewann er in kurzer Zeit immer größere Vorteile über die drei Schönen. Zwar beteuerte er jeder, bei allem, was heilig im Himmel ist, dass er die übrigen häßlich und albern fände, aber doch müsse er sie von Zeit zu Zeit Höflichkeit willen noch besuchen. Auch diese Ausrede half ihm zuletzt nicht mehr. Wie aber jede von ihm als Beweis wahrer Lieber begehrte, er müsse die anderen beiden gänzlich meiden, stellte er sich sehr betroffen. Und er machte eine Gegenbedingung, förmliche Verlobung und Ringwechsel in Gegenwart der Eltern, und nach diesem eine stille Stunde in der Nacht, wo Liebende ungestört von der Hochzeit, von der Reise und von den Einrichtungen im gräflichen Palast kusen könnten. Auch das gab jede der drei Schönen zu, und das Wort ward mit einem Kusse versiegelt. Aber im Küssen sagte jede, Liebster Graf, wie seid ihr doch gar so bleich? Legt das schwarze Gewand ab, es macht euch noch blässer. Dann antwortete er immer, Ich trage Schwarz, um ein Gelübde zu erfüllen. Am Hochzeitstage erscheine ich rot und weiß, wie Herz aller Liebste deine Wangen. Also hielt der Graf Verlobung mit jeder, das geschah am gleichen Tag. Dann schlich er im Finstern zu jeder ins Schlafkämmerlein. Das geschah in der gleichen Nacht. Als des anderen Morgens die Mädchen zu lange schliefen, gingen die Eltern sie zu wecken. Da lag jede der Jungfrauen eiskalt im Bette und den Hals umgedreht, das Gesicht im Nacken. Zeter Geschrei fuhr aus den drei Häusern über die Gassen. Alles Volk rannte erschrocken zusammen. Mord, Mord ward geschrien, und weil der Verdacht auf den Grafen von Gräbern fiel, sammelten sich die Menschen vor dem Wirtshause zum Lindwurm, und die Stadtweibel und Hatschiere drangen hinein. Da wehklagte im Hause der Wirt, sein Gast sei verschwunden mit allen seinen Knechten, und niemand habe sie sehen fortwandern. Alles Gepäck, dessen so viel gewesen, sei davon, und habe es doch niemand von hinnen getragen, aus dem wohlverschlossenen Stalle seien die vielen prächtigen Rosse entkommen, und keiner auf der Straße, kein Wächter an den Toren habe von ihnen gehört. Da erschrak alle Welt, und jeder schlug ein Kreuz und segnete sich, wer an den Häusern der unglücklichen drei Bräute vorüberging. Drinnen heulte Jammer und Schmerz, und bedenklich musste jedem vorkommen, dass die reichen Geschenke, die prächtigen Brautkleider, die der Graf schon gegeben, die Perlenschnüre, Steinringe und Diamantenkreuze, nicht mehr gefunden werden konnten. Es war nur ein kleines Leichengefolge, das den Särgen der drei Jungfrauen zum Tor hinaus nachwandelte, in schwarze Mäntel gehüllt. Und als die Särge auf dem Gottesacker bei der Sebalduskirche niedergesetzt worden waren und das Gebet verrichtet werden sollte, sah man einen langen Mann aus dem Gefolge hinweggehen, den man bisher noch nicht bemerkt hatte. Und wie man ihm nachsah, wunderte sich jeder, wie er, obgleich vorher schwarz gekleidet gewesen, allmählich ganz weiß ward. Und es erschienen drei rote Flecken auf dem weißen Wams, und das Blut träufelte sichtbar über die Schöße des Wamses herunter. Und der lange, bleiche Mann ging zum Schindanger. »Jesus Maria«, schrie der Wirt vom Lindwurm, »das ist der tote Gast, den wir vor einundzwanzig Tagen dort einscharren ließen.« Entsetzen ergriff die, die auf dem Kirchhof waren, und alle liefen mit Grausen davon, und die Schuhhacken wurden ihnen unter den Füßen lang. Ein Sturmwind mit Schnee und Regen blies in heftigen Stößen ihnen nach. Drei Tage und drei Nächte blieben die Särge unbeerdigt stehen, neben den offenen Griften. Als die Obrigkeit endlich befahl, sie einzusenken, und die Eltern viel Geld an herzhafte Männer boten, das letzte Liebeswerk zu leisten, verwunderten sich die Männer gar sehr, denn wie sie die Särge aufhoben, fanden sie dieselben so leicht, als wenn sie leer wären, und doch sah man noch die Deckel fest vernagelt. Einer fasste Mut, holte Stemmeisen und Hammer, und ein anderer musste den Herrn Pfarrer und Kaplan rufen. Als die Särge geöffnet wurden, fand man dieselben ganz leer, und auch keine Totenkissen, kein Leinentuch, keinen Strohhalm darin. Also wurden die leeren Särge vergraben. Hier machte Waldrich eine Pause. Es war Totenstille im Zimmer. Alle Kerzen brannten dunkel und warfen Fallbes Halblicht auf den Kreis der Horchenden. Die Männer saßen und standen ernsthaft umher, die jungen Frauenzimmer hatten sich unvermerkt paarweise enger aneinander gedrängt, und die betagten Frauen horchten noch, da Waldrich schon lange schwieg, mit gefalteten Händen und verlängerten Gesichtszügen. Ende von Abschnitt 2 das Teufelszeug könnte einem Grauen machen. Das war jedem aus der Seele gesprochen. Man lief zu den Kerzen, man stand auf, man bot Erfrischungen umher, man gefiel sich, recht laut zu plaudern und laut zu lachen, und sich mit der Furchtsamkeit zu necken, die eine am anderen bemerkt haben, aber keiner gestehen wolle. Man nannte die Sage vom Totengaste das tollste Märchen, was je eine ammen Fantasie ausgebrütet habe, und meinte, wenn eine Miss Anne Radcliffe oder ein Lord Byron darum wüßte, die Welt noch ein Meisterstück des Schauerlichen zu erwarten hätte. Sobald aber der Stadtkommandant vom Reden und die Gesellschaft vom Hören ausgeruht hatte, ward das Bitten um den zweiten Teil der Sage oder um die Geschichte von der anderen Erscheinung des Totengastes begonnen. Man setzte sich im Halbkreise um den Erzähler, ohne seine Erklärung abzuwarten, ob er fortfahren wolle. Mit furchtsamer Neugier richteten sich alle Augen auf ihn, als er endlich seinen Platz einnahm. Gruppenweise rückten gleich anfangs die Mädchen die Stühle enger zusammen, ebenso die Matronen untereinander. Es ward neue Stille. Das heutige Bäckersche Gut vor der Stadt gehörte ehemals, wie Sie wissen, einer freiherrlichen Familie von Rohren, erzählte Waldrich, die es aber schon seit hundert Jahren nicht mehr bewohnte, sondern in Pacht gab, bis es vor ungefähr zwanzig Jahren in den Kriegsunruhen an den verstorbenen Herrn Hofrat Becker kaufweise kam. Der letzte Baron, der dieses Gut, zu dem noch ein großer Teil unserer Stadtwaldungen gehörte, mit seiner Familie zuweilen selbst bewohnte, war ein ungeheurer Verschwender. Er zog freilich nur hierhin, wenn er nach seinem Aufwand, den er zu Venedig oder Paris getrieben, wieder neue Kräfte sammeln wollte. Allein selbst seine ökonomischen Erholungszeiten auf dem prächtigen Edelsitze waren meistens nur Fortsetzungen der gewohnten Lustbarkeiten in verjüngtem Maßstabe. Noch jetzt sehen wir da die Spuren der alten Größe und Pracht an den weitläufigen Ruinen des ehemaligen Schlosses und der Nebengebäude, die schon vor siebzig Jahren ein Raub der Flammen geworden sind und an deren Seite sich jetzt das schöne, bürgerlich bescheidene Landhaus erhebt, das der Hofrat Becker zu seiner Zeit aufführen ließ. Weit umher, wo jetzt der Pflug geht, war ehemals alles Garten. Als der Baron das letzte Mal zu seinem Edelsitz kam, war es zu ganz ungewöhnlicher Zeit und in ganz ungewöhnlich großer Gesellschaft, nämlich spät im Herbst und mit fünfzehn bis zwanzig jungen Edelleuten und deren Dienerschaft. Seine Tochter war damals die Braut des Vicomte de Vivienne, eines reichen und liebenswürdigen Wildfangs, der die deutschen Höfe mit Aufträgen des Kardinals Dubois bereist hatte. Dubois war der allmächtige Minister des Herzogs von Orléans, Regent von Frankreich und Vivienne sein besonderer Günstling. Man kann sich denken, der Baron von Rohren ließ es an nichts fehlen, seinem Gaste den Aufenthalt im ländlichen Palaste neben einer kleinen Stadt so angenehm als möglich zu machen. Die Freuden der Tafel, die Freuden der Jagd in den benachbarten Forsten, die Freuden der Hassarspiele um aufgeschichtete Goldsummen wechselten mit Lustreisen, mit Aufführungen kleiner französischer Schauspiele und so weiter unablässig ab. Graf Altenkreuz, ein junger, reicher, lebenslustiger, der Sohn einer der vornehmsten Familien am Niederrheiner, machte in dieser frohen Bande den Freudenmeister. Er war ein Erzspieler, kannte das Treiben aller damaligen Höfe und hatte an allen die kostbare Kunst gelernt, die Tage im möglichsten Wechsel der Lustbarkeiten zu verjubeln. Nichts kam darin seinem erfinderischen Witze gleich. Der Baron von Rohren hatte erst kurz vorher, ehe er nach Herbesheim ging, seine Bekanntschaft gemacht und ihn als einen wahren Schatz mitgenommen, vermutlich wohl auch deswegen, weil Altenkreuz gern und hoch spielte, aber nicht immer glücklich. So war von ihm zur Herstellung zerrütteter Finanzen manch schöner Beitrag zu hoffen. Eben dieser junge Wüstling war es auch, der, als die Wintertage heranrückten, auf den Einfall geriet, man müsse einmal Maskenbälle geben, und zwar also, dass sich jeder seine Schöne dazu aus der Nachbarschaft oder aus der Stadt ohne Rücksicht auf Stand und Geburt wählen könne. Denn in der Tat fehlte es in den Gesellschaften und Festen der Herren an Frauenzimmern. Die junge Baroness Rohren und einige ihrer Freundinnen verloren sich zu sehr in der zahlreichen Menge der Herren. Wozu denn, wo man Freude sucht, nach dem Stammbaum schauen, sagte Altenkreuz. Die Schönheit ist jedem Stand, selbst der Königinnen ebenbürtig, und unter den Grisetten zählt man die Schönheiten, die auch kein Hof verschmäht. Alles klatschte Beifall, wenn schon die Fräulein ein wenig die Nase rümpften. Nun wurden Putzmacher und Schneider des Städtchens in Bewegung gesetzt, sogar aus anderen Städten verschrieben, um Maskentrachten von allerlei Art zu bereiten. Der Vicomte de Vivienne wollte auch hier an Geschmack vor allen sich auszeichnen und Altenkreuz auch hier, wie immer, den Franzosen überglänzen. Er suchte sich in Herbesheim den geschicktesten Schneider und das hübscheste Mädchen, um es zum Ball zu führen. Beides fand er unter einerlei Dach beisammen. Meister Vogel war der beste Schneider, der sogleich die Vorzeichnungen des Grafen verstand und seine Tochter Henriette in der ersten Blüte ihrer Reize, die den Grafen bald mehr, als sie sollte, bezauberte. Der Graf fehlte nur selten im Hause des Meisters. Er hatte beständig nachzusehen, damit nichts verdorben würde. Besonders hatte er der fleißigen Henriette bei ihrer Arbeit viel zu erinnern. Auch ein paar köstliche weibliche Anzüge ließ er verfertigen für den Maskenball. Die mußte Henriette nicht nur nähern, sondern der Vater ihr auch nach ihrem eigenen Körper anmessen, weil der Graf sagte, daß ein Fräulein von einem benachbarten Edelsitz, das er zum Ball führen würde, vollkommen Henriettes schlanke Gestalt habe. Dabei war er sehr freigiebig. Bloß die kleinen Geschenke, die er machte, waren zuletzt so viel wert, als der wirklich bedungene Arbeitslohn. Daß Henriette die ausgewähltesten Geschenke bekam, verstand sich von selbst, und daß er ihr, wenn er sie alleine traf, viel Schmeichelhaftes über ihre Schönheit sagte, ja zuletzt sogar von Liebe sprach, war bei seiner Leidenschaft vorauszusehen. Henriette mochte nun freilich von diesen Zärtlichkeiten nichts hören, denn sie war ein ehrbares Mädchen, und noch überdies schon mit einem Gesellen ihres Vaters versprochen. Aber sie hörte doch auch die Süßigkeit eines so vornehmen und gütigen Herrn nicht mit Verdruss, denn ein Mädchen kann selten auf den böse werden, von dem es verehrt wird. Wenige Tage vor dem Balltage, schon waren die Maskenkleider fertig, kam Altenkreuz sehr düster und verstimmt in Meister Vogels Haus. Er bat den Meister ein Wort, mit ihm allein zu reden, und die entfernten sich. Meister, sagte er, ich bin in schwerer Verlegenheit. Ihr, wenn ihr wollt, könnt mir aus der Not helfen, und ich will es euch besser lohnen, wenn ihr mir den Gefallen erweist, als wenn ihr mir das ganze Jahr Ballkleider nähet. Ich bin euer Gnaden allzeit gehorsamer Diener, versetzte mit Verbeugung und Lächeln der Miene der Schneider. Denkt nur, Meister, sagte Altenkreuzferner, mein Fräulein, das ich zum Tanz führen sollte, ist krank geworden und lässt mir absagen. Alle anderen Herren haben ihre Tänzerinnen, und, ihr wisst es, meistens Bürgertöchter Töchter aus der Stadt. Nun stehe ich da ohne meine andere Hälfte. Ich könnte sie wohl noch in den Familien der Ratsherren und Kaufleute finden, aber welcher passen die Ballkleider? Ihr seht, Meister, ich muß euch schlechterdings um eure Tochter bitten. Ihr selbst habt ihr ja die Anzüge auf den Leib gemessen. Ihr müßt sie bitten. Der Schneider stutzte anfangs. So viel Ehre hatte er nicht erwarten können. Er verbeugte sich vielmals und konnte kein Wort hervorbringen. »Henriette solle es nicht bereuen,« fuhr Altenkreuz fort. »Die Kleider, in denen sie tanzt, bleiben ihr Eigentum, und ich will ihr, was in einer glänzenden Gesellschaft noch nötig sein mag, um würdig zu erscheinen, mit Freuden anschaffen.« »Euer Gnaden sind allzu gütig,« rief Meister Vogel. »Ich muß eure Gnaden auch noch ohne Selbstlob sagen. Das Mädchen tanzt vortrefflich, Sie sollten sie nur an der Hochzeit meines Nachbarn, des Zinngießers, gesehen haben. Ich bin starr und steif geworden, als ich das Mädchen so tanzen sah. Es hat nichts zu sagen. Bleiben euer Gnaden nur im Zimmer hier. Ich will das Mädchen herschicken. Tragens euer Gnaden vor, und an mir soll's nicht fehlen.« »Meister«, versetzte Altenkreuz. »Henriettes Bräutigam ist vielleicht eifersüchtig, woran er sehr Unrecht hätte. Ihr müßt ihm ein gutes Wort geben.« »Oh«, rief Meister Vogel, »der Lümmel darf mir nicht mucksen.« Er ging. Nach einem Weilchen trat Henriette errötend ins Zimmer. Der Graf bedeckte ihre Hand mit seinen Küssen. Er sagte ihr seine Wünsche, seine Verlegenheiten, und daß er sie bäte, auf seine Kosten alles anzuschaffen, was sie für unentbehrlich halte, um gleich dem geschmücktesten Fräulein zu erscheinen. Sie errötete von neuem, besonders als er ihr zuflüsterte, sie werde die erste Schönheit des Balles sein, und als er ihr ein Paar der prächtigsten Ohrringe überreichte. Das war für das schwache, eitle Mädchen fast zu viel. Henriette dachte sich in einem flüchtigen Augenblick die Pracht des Festes, sich darin glänzend und bewundert, vom Kopf bis zum Fuße den ersten Fräulein gleichgekleidet. Aber sie blieb verlegen und stammelte etwas von ihrem Vater her, wenn er es erlauben würde. Altenkreuz beruhigte sie über diesen Punkt, und da sie nun nicht anstand, seine Einladung dankbar anzunehmen, schloß er sie entzückt in die Arme und sagte, Henriette, was soll ich's leugnen? Du und kein anderes Fräulein warst vom ersten Augenblick an meine Auserwählte. Dich hatte ich schon ersehen, als dein Vater dir den Maskenanzug auf deinen schönen Leib maß. Nur zur Tänzerin wählte ich dich damals. Ach, Henriette, ich möchte dich zu mehr wählen, denn ich bete dich an. Du bist nicht so wunderschön geschaffen, um das Eheweib eines rohen, armen Schneidergesellen zu sein. Du bist zu hören bestimmt. Verstehst du mich? Willst du mich verstehen? Sie antwortete nicht, trug sich aus seinen Armen und versprach nur, seine Tänzerin zu werden, wenn der Vater nichts dagegen habe. Beide gingen in die Arbeitsstube zurück. Hier lispelte Altenkreuz dem Meister ins Ohr, sie ist es zufrieden, sorgt, dass ihr das Nötige angeschafft werde, um anständig zu erscheinen. Hier nehmt dies zur Bestreitung der Auslagen. Und er drückte dem Alten eine Rolle Goldstücke in die Hand und ging. Jetzt aber gab es stürmische Auftritte in dem Hause des Schneiders. Denn Christian, der Gesell, Henriettes Verlobter, ward fast toll, als er vernahm, wovon die Rede sei. Weder die tausend Liebkosungen des weinenden Mädchens noch die Flüche und Schwüre des Alten konnten ihn wieder zur Vernunft bringen. Das dauerte den ganzen Tag. Henriette hatte eine schlaflose Nacht. Sie war dem Christian in vollem Ernste gut, aber sie konnte ihm doch unmöglich, wie er es trotzig forderte, die Gelegenheit aufopfern, einmal an einem Maskenball unter den Vornehmen der Stadt und der Nachbarschaft, im höchsten Schmuck, wie sie ihn in ihrem Leben nicht getragen hatte, Bewunderung zu ernten. Er verlangte in der Tat auch beinahe das Unmögliche. Ja, sie konnte nicht anders als glauben, er liebe sie nicht wahrhaft, weil er ihr eine solche Freude, die an sich höchst unschuldig war, mißgönnen mochte. Am anderen Tage war Christian wohl etwas ruhiger, das heißt, er tobte nicht mehr so schrecklich, aber doch wiederholte er immer drohend und warnend sein, »Du gehst nicht zum Ball«, dem Henriette gewöhnlich ebenso mürrisch entgegensetzte, »und ich gehe doch«, worauf der Vater hinzuzusetzen pflegte, »und sie soll gehen, dir zum Trotz, ich befehle es.« Tanzschuhe, Seidenstrümpfe, feine Schnupftücher, Spitzen und so weiter, alles aufs Kostbarste wurde angekauft. Nie aber der Balltag kam und aus der Sache ernst ward, schnürte Christian sein Bündel und trat vollkommen reisefertig herein und sprach, »Gehst du, so geh ich auch, und wir sind auf ewig geschiedene Leute.« Henriette erblaßte. Der Alte, der schon vorher heftig mit Christian gezankt hatte, sprach, »Pack dich, wenn du willst. Ich will doch sehen, wer von uns hier Meister ist. Henriette bekommt noch alle Tage einen Mann, zehnmal besser als du bist.« Aber Henriette weinte. Da trat ein Bedienter des Grafen Altenkreuz mit einer Schachtel herein, die er im Namen seines Herrn abgab. Sie enthielt, sagte er, noch einige Kleinigkeiten zum Anzuge der Jungfervogel. Es war ein kostbarer Schleier, es waren prächtige Rollen breiten Seidenbandes, es war eine zierliche Korallenschnur zum Halsbande, es waren zwei Brillantringe. Henriette sah seitwärts nach den Herrlichkeiten, die der Vater hervorzog, und durch ihre Tränen funkelten die Diamanten der Ringe noch sonnenhafter in allen Farben. Sie wankte zwischen Eitelkeit und Liebe. »Und du gehst nicht«, rief Christian. »Und ich gehe«, sagte Henriette mit stolzer Entschlossenheit. »Du bist nicht wert, daß ich so viel um dich weine. Du bist nicht wert, daß ich dich so lieb habe. Denn nun sehe ich deutlich, daß du mir so viel Freude und Ehre nicht gönnst und mir nie gut gewesen bist.« »Meinethalben«, sagte Christian, »so geh, du brichst ein treues Herz.« Er warf ihr den von ihr empfangenen Ring vor die Füße und ging, und kam nicht wieder. Henriette schluchzte laut, wollte ihn zurückrufen, allein der Vater tröstete sie. Der Abend kam, sie kleidete sich um zum Ball, die Zerstreuungen des Putzes machten sie alsbald des davongelaufenen Liebhabers vergessen. Ein Wagen rollte vor das Haus. Altenkreuz kam, sie abzuholen. Man fuhr davon. »Ach, Henriette«, sagte er im Wagen, »du bist unendlich schöner, als ich glaubte. Du bist eine Göttin. Du bist für solchen Putz und nicht für deinen niedrigen Stand geboren.« Das Fest war glänzend. Altenkreuz und Henriette erschienen diesen Abend schwarz in altdeutscher Tracht. Beide zogen durch ihre Pracht alle Augen an sich, denn sie übertrafen selbst die Pracht des Vicomte de Vivienne und der jungen Baronin von Rohren, die sich durch die bunten Reihen als Perser und Perserin bewegten. »Der Schwarze ist kein anderer als der Graf«, sagte der Vicomte zu seiner Geliebten, »wozu nur der Narr die Larve vornimmt. Er kann doch seine Stangenfigur nicht verkürzen, mit der er eines Kopfes Länge über alle wegragt. Um sich kenntlicher zu machen, bedarf dieser Ritter von der traurigen Gestalt wahrhaftig seiner Leibfarbe nicht, in der er sich alle Tage wie ein Pariser Abbé zur Schau stellt, schwarz auf schwarz. Aber neugierig bin ich, wer seine Tänzerin ist. Wahrhaftig, sie hat schönen Wuchs und tanzt allerliebst. »Ich wette«, sagte die Baronesse, »irgendein gemeines Ding aus der Stadt. Man sieht es der gezwungenen, ungelenken Haltung an.« Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 10 Abschnitt 4 Von Der tote Gast Von Heinrich Schocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Ball dauerte tief in die Nacht, ehe man zum Gastmahl ging, bei dem man natürlich die Masken ablegte. Da gab es beim Erblicken so vieler reizenden, fremden Gesichter neue, angenehme Überraschungen. Der Vicomte konnte sich an der lieblichen Altdeutschen nicht satt schauen. Er saß bei der Tafel neben ihr, so wie Altenkreuz bei der jungen Baronin. Die beiden Herren schienen hier ganz ihre Rollen zu wechseln, so viel Artigkeiten, die fast mehr als Artigkeiten waren, die der Vicomte seiner freudetrunkenden Nachbarin spendete, ebenso viel der Graf der Geliebten des Vicomte. Diese Vertraulichkeiten setzten sich auch nach der aufgehobenen Tafel fort. »So wahr ich lebe,« sagte der Vicomte zum Grafen, »ich kapere Ihnen Ihre Tänzerin, und wenn Sie mir darüber Todfeind würden.« »Ich habe die Rache in Händen, lieber Vicomte,« erwiderte Altenkreuz, »ich kapere Ihnen Ihre liebenswürdige Baroness.« Der Vicomte, den die neue Leidenschaft und der alte Wein am Tische allzu lebhaft gemacht hatten, sagte unbesonnen genug, und ohne darauf zu achten, dass die Baroness in der Nähe stand und es wohl hören konnte, »Ein Dutzend meiner Baronessen für die einzige Venus im altdeutschen Kostüm.« »Vicomte«, rief der Graf Finster, »besinnen Sie sich, was Sie sagen. Wie artig immerhin meine Tänzerin sei, der erste Preis der Schönheit gebührt immerhin der Königin des Festes, ihrer Braut.« »Titularkönigin, Titularkönigin, ich halte es mit der wirklichen Macht«, rief der Vicomte. Der Graf gab vergebens durch Blicke und Winke, wegen der Nähe der Baronin zu verstehen, dass er sich mäßigen solle, redete zuletzt entschlossener und gebot dem Vicomte, keine Beleidigungen weiter gegen die Baronin, die sich zornig entfernte, auszustoßen. So kam es zum Wortwechsel. Umsonst suchte der Graf wieder zum Gütlichen einzuleiten. Der Vicomte, von Liebe, Wein und Ärger entflammt, betrug sich immer unanständiger. Die Gäste traten zusammen. Der Graf suchte durch Schweigen größeres Aufsehen zu verhüten. Als der Vicomte aber sagte, »Graf, ich hätte nicht geglaubt, dass ein so abgezehrter Wüstling wie Sie noch Kraft genug zur Eifersucht habe, denn nur ohnmächtige Eifersucht spricht aus Ihnen,« da konnte sich Altenkreuz nicht länger mäßigen. »Vicomte«, rief er, »Wüstling, ich, wer sagt das?« »Ihr eigenes, bleifarbenes Gesicht«, lachte höhnisch der Vicomte. »Wenn Sie keine Memme sind, Vicomte«, sagte der Graf, »so geben Sie mir Rechenschaft über Ihre Albernheit. Einer von uns wird dieses Haus verlassen müssen. Sie sind ein Gag.« Baron von Rohren hatte seine Tochter in einem Nebensaal weinend angetroffen und von ihr die Ungezogenheit des Vicomte erfahren. Er suchte ihn auf. Er hörte noch die letzten Reden des Grafen. Alle Anwesenden waren gegen den Vicomte empört. Der Baron faßte zornig die Hand des Vicomte und führte ihn auf die Seite. »Sie haben meine Tochter öffentlich beschimpft. Elender, haben wir das um Sie verdient? Mir geben Sie diesen Augenblick, nicht erst morgen, Genugtuung.« Damit verließen beide den Tanzsaal. Während sich hier die Paare von neuem Reiten, um im Tanze die gestörte Freude herzustellen, waren der Baron und der Vicomte in einen erleuchteten, einsamen Nebensaal getreten. Ihnen auf dem Fuße aber war der Graf gefolgt. Er brachte zwei Degen, bot einen dem Vicomte dar, indem er sich zugleich an den Baron wandte und sagte, »Erlauben Sie, Herr Baron, dass ich die Ehre der göttlichen Baroness und meine eigene an diesem Nichtswürdigen räche.« Der Vicomte rief wütend, »Nun denn, du Aschengesicht, zieh!« Und damit zog er den Degen, schleuderte die Scheide weg und fiel den Grafen an. Dieser verteidigte sich mit vieler Kaltblütigkeit. Es währte der Zweikampf keine drei Minuten. Dann ward dem Vicomte der Degen mit gewaltiger Macht aus der Hand geschleudert, dass die Klinge weit weg in einen großen Wandspiegel flog, der in tausend Stücke zersplitterte. »Erbärmlicher Mensch!«, rief der Graf. »Dein Leben ist in meiner Macht. Ich möchte mich nicht mit deinem verächtlichen Blute besudeln. Fahrt aus dieser Atmosphäre und erscheine mir nicht wieder!« Damit gab er dem Vicomte einen flachen Hieb über den Rücken und warf ihn mit Riesenstärke zur Tür hinaus. Noch in derselben Nacht verließ der Vicomte de Vivienne mit seinen Leuten das Schloß. Wie schwer gekränkt auch die junge Baronin durch die Unanständigkeit des Vicomte gewesen, hatte sie doch in der Ehre, dass man ihretwillen den Degen zog, volle Entschädigung gefunden. Zwar hatte sie den Vicomte eigentlich nicht geliebt, aber jetzt haßte sie ihn. Hingegen der Graf, der ihr vorher nicht hübsch genug gewesen, schien ihr nun wirklich viel Angenehmes zu haben. Man muß sich über die plötzliche Verwandlung eben nicht wundern. Es ist doch bekannt, Liebe macht blind, und die Selbstliebe der Eitelkeit ist ja auch eine Liebe. Als sie alles Vorgefallene von ihrem Vater erfahren hatte, suchte sie den Grafen mit einer freilich nur angenommenen Ängstlichkeit auf. Sie wußte sehr gut, dass von beiden Seiten alles blutlos abgelaufen war. »Aber«, rief sie, »bester Graf, was haben Sie begonnen? Sie sind doch nicht verwundet. Um Gottes Willen, wie Sie mich erschreckt haben!« »Meine Gnädige, und wenn ich nun für Sie verwundet wäre, wie stolz würde ich sein!« »Fürchten Sie nichts! Mich verwundet solch ein Gag wie der Vicomte nicht leicht. Wollen Sie aber doch ein wenig Mitleid mit mir haben, so haben Sie es immerhin, denn verwundet bin ich doch an gefährlicher Stelle, an diesem Herz, und noch dazu durch Sie, aber dafür haben Sie kein Mitleid.« »Tändler, bis jetzt hat Ihnen die ganze Welt noch keinen wunden Schmerz angesehen.« Ich schwieg und litt, und wollte gern eins der vielen Opfer Ihrer Reize sein. Ich schwieg und war glücklich, Sie mit Hinwagen meines Lebens an einem Frevler zu rächen. Ich werde schweigen und werde einst mit Freuden für Sie sterben. »Schweigen Sie!« sagte die Baronin lächelnd und vergalt seine Worte mit einem leisen Händedruck. »Führen Sie mich lieber zum Tanz!« Sie tanzten. Beide wurden nun vertraulicher, da er das schwere Geständnis, das schwerste für jeden Liebenden, schüchtern ausgesprochen, und sie es nicht verworfen hatte. stand allgemeiner Bewunderung. So viel Schönes war ihr in ihrem Leben noch nicht über ihre Schönheit gesagt, wie hier von den jungen Edelleuten auf dem Balle. Als der Graf sie gegen Morgen wieder im Wagen zum väterlichen Hause zurückführte und sie wieder zum nächsten Balle einlud, verdoppelte sich ganz natürlich ihr Entzücken. »Ach, Henriette!« seufzte er. »Wirst du mich nie ein wenig lieben? Du hattest heute einen frohen Abend. Willst du nicht immer diese Abende, diese Tage, diese Nächte? Es hängt von dir ab. Als Gräfin von Altenkreuz ist dein ganzes Leben ein fröhlicher Balltag.« Sie schwieg. Er raubte ihr einen Kuss, indem er sie an ihre Brust drückte. Sie zitterte und schwieg und duldete einen zweiten. Des anderen Tages fehlte der Graf nicht, sich nach dem Befinden beider Tänzerinnen zu erkundigen und bei beiden seine Bewerbung fortzusetzen. Beiden machte er glänzende Geschenke. Beider Mädchen Eitelkeit begeisterte er so, dass beide sich zuletzt einbildeten, ihn wirklich zu lieben. Die Väter, der Schneider wie der Baron, wurden auf gleiche Weise von ihm geblendet. Der Schneider glaubte sich bald reich genug, sein Handwerk aufgeben zu können, und der Baron konnte den Grafen nicht genug loben und schmeicheln, denn dieser hatte ihm, der in bedeutender Geldverlegenheit war, wirklich beträchtliche Summen vorgeschossen. Altenkreuz hatte also leichtes Spiel, als er, um zum Ziel zu kommen, beim Schneider um Henriettes Hand, beim Baron von Rohren um dessen Tochter anhielt. Ohne dass einer vom anderen wußte, gaben ihm beide das Ja-Wort, wie er es endlich auch schon von den beiden hoffärtigen Mädchen herausgelockt hatte. Ja, was das Äußerste war, dieser unersättliche Verführer hatte dasselbe Spiel noch im Hause eines Beamten in der Stadt getrieben, durch seine Künste die Tochter des Hauses von ihrem Geliebten getrennt und dann dessen Stelle eingenommen. Förmlich war die Verlobung mit allen abgeschlossen. Der Baron feierte den Verlobungstag seiner Tochter mit Gastmahl, Spiel und Ball. Auch Henriette ward wieder dazu eingeladen, und Altenkreuz empfing Erlaubnis von seiner Braut, die Schneidertochter, jedoch erst abends zum Tanze abzuholen. Es war aber ein fürchterlicher Tag in der Natur. Sturm, Regen und Schnee wüteten. Sogar Blitz und Donner fanden sich mit Hagelschauern ein. Von den Dächern rasselten die Ziegel, viele Bäume stürzten gebrochen. Dessen ward man jedoch im Tanzsaal nicht gewahr. Hier glänzte von hundert Kerzen ein heller, warmer Tag, und Liebe, Wein und Spiel herrschten ungestört unter den Schrecken der empörten Außenwelt. Die junge Baronin und Henriette schwammen in Seligkeit. Der Graf weihte sich jener mit gesteigerter Zärtlichkeit fast ausschließlich. Nur selten tanzte er mit Henriette, die sich indessen mit den Anbetungen schadlos hielt, die ihr von anderen Tänzern wetteifernd dargebracht wurden. Die junge Baronin, die in wirklich königlicher Pracht ganz in die verschwenderischen Geschenke ihres Verlobten gekleidet war, tanzte mit ausgelassener Lust und weidete sich stolz an der neidischen Bewunderung der übrigen Frauenzimmer. Viele der reichsten Edelfräulein der ganzen Nachbarschaft mußten diesen Abend Zeuginnen ihres Reichtums sein, und sie ließ mehrere empfindlich fühlen, daß sie, als Braut des reichsten Grafen von Deutschland, nicht mehr ihresgleichen kennen möchte. Früh ermüdet verließ sie den Ball gegen Morgen, ehe der Ball selbst geendet war. Der Graf, liebetrunken, führte sie unbemerkt hinweg. Im Nebensaal fanden sie eine der Kammerfrauen, die ihr zum Schlafgemach folgen wollte. Die junge Baronin, am Arm ihres Verlobten, sagte hocherrötend, »Macht euch lustig, ich will eure Dienste nicht und mich selbst entgleiden.« Sie ging durch den Korridor, der Graf folgte ihr ins Schlafgemach. Als er zurückkam, war die Gesellschaft eben bereit zum Aufbruch, die Wagen fuhren vor. Altenkreuz führte Henriette zum Wagen und begleitete sie bis nach Hause. Alles schlief. Leise öffnete sie. Vergebens sträubte sie sich vor dem Hause. Der Graf ließ den Kutscher zurückfahren. Er folgte Henriette. Folgenden Morgens schon früh durchlief ein entsetzliches Gerücht die Stadt. Man habe die Tochter eines Beamten tot im Bette gefunden, den Hals umgedreht. Man drängte sich zu dem Hause hin. Ärzte und Polizeibeamte eilten dahin. Die schreckliche Wehklage aus dem Trauerhause scholl weit durch den Haufen der hinzugeströmten Neugierigen. Jetzt fiel mehreren die Begebenheit ein, die sich schon vor hundert Jahren, ebenfalls in der Adventszeit, zu Herbesheim ereignet hatte. Die Sage vom toten Gaste lebte wieder auf. Todesschrecken kamen über alle Familien. Auch der Meister Vogel hörte davon. Da dachte er mit heimlichem Grausen an Henriette, doch befremdete ihn ihr langes Schlafen nicht, da sie erst spät vom Balle zurückgekommen war. Aber wenn er des toten Gastes gedachte, wie ihn die Sage schilderte, und dann an den Grafen Altenkreuz dachte, an ihn, den großen, langen Mann, an sein bleiches Gesicht, an die schwarze Kleidung, in der er immer zu gehen pflegte, dann ward es ihm doch, als wolle sich ihm sein Haar aufwärts sträuben. Indessen glaubte er an die Sage nicht, weil die ganze Stadt an das Geschwätz nie geglaubt hatte. Er machte sich selbst über seine abergläubische Einbildung Vorwürfe und ging zum Schränkchen, eine kleine Herzstärkung gegen seine Schwäche zu nehmen, ein Gläschen Madeira von des Grafen Geschenken. Zu seiner Verwunderung fehlte die Flasche. Noch mehr staunte er, als er, in anderen Schränken nachsuchend, ein ums andere alles fehlen sah, was er oder seine Tochter jemals durch die Freigiebigkeit des Grafen empfangen hatten. Er schüttelte den Kopf. Ihm ward nicht wohl, ihm ahnte Böses. Allein und still schlich er die Treppe hinauf zu Henriettes Kämmerlein, das im schrecklichsten Fall kein anderer Zeuge vorhanden wäre und er nicht das Gerede der Stadt würde. Leise öffnete er die Tür. Er ging zum Bett der Tochter und hatte doch nicht das Herz aufzublicken. Als er endlich die Augen flüchtig dahin richtete, dunkel ward es ihm vor seinen Sinnen. Da lag sie tot, das schöne Gesicht im Nacken. Betäubt wie vom Blitzstrahl stand er da. Mitten in der Betäubung nahm er den blassen Kopf der Verstorbenen und legte denselben in seine natürliche Lage. Ohne zu wissen, was er tat, eilte er davon zum Arzt und meldete ihm den jehen Tod seines Kindes. Der Arzt betrachtete die schöne Leiche und schüttelte den Kopf. Meister Vogel, der um alles in der Welt die Wahrheit nicht verraten wissen wollte, meinte, Erhitzung auf dem nächtlichen Balle, dann der kalte Wintersturm bei der Heimkehr, möge die Ursache des schnellen Todes sein. Er heulte seinen Schmerz so laut aus, dass alle Nachbarn erschrocken zusammenliefen. Noch sprach alles in Straßen und Häusern vom Unglück der beiden Mädchen, als sich dazu ein neues Gerücht vom schnellen Hinscheiden der einzigen Tochter des Barons von Rohren mischte. Zwar die Ärzte, die vom Hause des Barons in die Stadt zurückkamen, versicherten, das Fräulein habe noch am Morgen gelebt oder lebe noch, ein Schlagfluß, folge nächtlicher Erkältung, folge des Balles, habe das zarte Leben zerstört. Allein, wer hätte das Glauben mögen? Jeder war überzeugt, die junge Baronin habe das Schicksal der Übrigen gehabt und der Baron ehrenhalber das Geld nicht gespart, um ihr Schweigen zu erkaufen. Wirklich war das Haus des Barons plötzlich aus einem Wohnsitze rauschender Freude in ein Trauerhaus verwandelt, der unglückliche Vater untröstlich. Sein Entsetzen, wenn es möglich gewesen wäre, zu vergrößern, musste er noch die Entdeckung machen, dass alle Geldwechsel und Geldrollen, alle Halsbänder, Ringe, Juwelen, die der Graf von Altenkreuz dem Vater oder der Tochter gegeben, gleichfalls mit dem Leben der jungen Baronin verschwunden waren. Ja, der Graf selbst, den man alle Orten suchte, zu dem man aus mehreren Häusern schickte, hatte sich auf die unbegreiflichste Weise unsichtbar gemacht. Seine Zimmer standen so leer, aufgeräumt und sauber da, als hätte er nie darin gewohnt. Mit Kisten und Kasten, Dienern und Pferden, Wagen, allem, was ihm angehörte, war er davon, dass man auch kein Fädchen und Stäubchen mehr von ihm entdeckte. So wurden an einem und demselben Tage die drei Leichen der unglücklichen Bräute zur Erde bestattet. Die Särge mit ihren Trauerbegleitungen trafen zu gleicher Zeit auf dem Kirchhofe vor der Stadt ein. Der Pfarrer hielt für sie insgesamt das Gebet. Da ging einer der Leidtragenden, in seinen schwarzen Mantel gehüllt, noch ehe das Gebet vollendet ward, seitwärts, und kaum einige Schritte war er entfernt, sah man ihn, wie in veränderter Gestalt, in altmodischer, sonderbarer Tracht, Schneeweiß, mit weißer Feder auf dem Hut, und auf dem Rücken wie auf der Brust, wenn er sich wandte, sah man drei dunkelrote Flecken und ganz deutlich Blutstropfen niedertröpfeln über das weiße Wams und die weißen Beinkleider. Er wandelte gegen den Schindanger und ward nicht mehr gesehen. Während das Krausen die Betenden ankam, die ihm nachsahen, überfiel Krausen die Sargträger, als sie die Särge heben wollten, um sie in die Gruft zu senken, denn diese schienen ihnen auch gar zu leicht, als wenn sie leer wären. Aber voller Schrecken stürzten sie die hohlen Särge in die Grüfte und schütteten eilfertig Erde nach. Wolkenbruchartige Regenschauer mit Sturm fuhren herein ins Land. Alles flüchtete mit Furcht und Schrecken dem Tore der Stadt zu. Ein schneidender Wind brauste ihnen im Nacken. Wenige Tage nach diesem, im traurigsten Wetter, verließ der Baron von Rohren sein Landgut. Nie kehrte aus seiner Familie einer wieder hierher zurück. Die Gärten verwilderten, das Schloss stand unbewohnt und verlassen, bis es, der Himmel weiß wie, ein Raub der Flammen ward. Ende von Kapitel 10 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 11 von der Tote Gast Von Heinrich Tschocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gegenseitige Erklärungen So schloss Waldrich seine Erzählung. Es war sichtbar, dass die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen, diesmal weniger von der Erzählung ergriffen als das erste Mal, ihre Plätze verließen und sich mit ungezwungener Munterkeit untereinander mischten. Indessen schien der zweite Teil der Sage doch auch nicht ohne Eindruck geblieben zu sein, denn man unterhielt sich den ganzen Abend davon und einige gar lebhaft über die Möglichkeit eines solchen Spuks. Am Kecksten jedoch spottete der alte Herr Bantes über das Märchen. Sein Witz und Spott aber wirkten bei den wenigsten, denn man kannte ihn schon als eine Art Freigeist, und man wußte, dass der ehemalige alte Pfarrer deutlich auf ihn gezielt habe, wenn in der Predigt von Arianern, Naturalisten, Deisten, Atheisten und Sozianern die Rede gewesen war. Wie mächtig die Erzählung Waldrichs allgemeine Teilnahme angeregt hatte, ward schon daraus klar, daß sie sich in den folgenden Tagen die ganze Stadt wiedererzählte, und daß sie, natürlich mit mancherlei Zusätzen reich ausgestattet, herumgeboten ward. Zu einer anderen Zeit hätte sie kaum hingereicht, den Abend einer hörlustigen Wintergesellschaft auszufüllen. Jetzt aber, da die Rede von der hundertjährigen Wiederkunft des Totengastes an der Tagesordnung war, beschäftigte es allerdings die Neugier auch des Ungläubigsten oder Gleichgültigsten, was für eine Bewandtnis es mit dem Totengaste habe. Waldrich selbst erfuhr erst spät, welches unbeabsichtigte Schicksal seine Geschichte hatte, denn er mußte Herbesheim in Geschäften seines Regiments auf einige Wochen verlassen. Das hätte er nun gern abgelehnt, nicht nur wegen des häßlichen Winterwetters, das sich früh einzustellen drohte, sondern auch Friederikes oder vielmehr seiner Selbstwillen. Denn nun erst, da seine Liebe durch den Herrn von Hahn Gefahr drohte, war diese zur Leidenschaft geworden. Er zweifelte zwar nicht an der Treue ihres Herzens, noch weniger an ihrem Mut, auf keine Weise in den kaufmännisch berechneten Heiratsplan ihres Vaters einzugehen, aber doch ängstigte ihn der Gedanke von hunderttausend Möglichkeiten, und hätten sie ihn nicht geängstigt, würde ihm doch die Trennung, von der ihm heimlich Verlobten, deren ganzes Wesen sich ihm in der Glut seiner Leidenschaft vergöttert hatte, unerträglich gewesen sein. Allein der Befehl war da, und der soldatische Gehorsam konnte nichts einwenden. »Friederike«, sagte er am Abend vor seiner Abreise, da er zufällig mit dem Fräulein im halbdunklen Zimmer allein beisammen war. »Friederike, nie, nie bin ich mit so schwerem Herzen von Herbesheim und von Ihnen gegangen als diesmal. Und ist es gleich nur für wenige Wochen, ist es doch, als wäre es für ewig. Es steht etwas vor mir, wie ein dunkles Unglück, das sich durch Ahnungen ankündigt. Mir wäre leichter, wenn ich bestimmt wüßte, es ginge in den Tod.« Friederike erschrak über diese Worte. Sie ergriff seine Hand und sagte, »Macht dir etwa der Herr von Hahn Sorgen, dass er während deiner Abwesenheit eintreffe? Oder ist dir wegen meiner Standhaftigkeit bange? Fürchte doch nichts, ich bitte dich, fürchte nichts. Sorge doch nicht für mich, sondern für dich, für deine Gesundheit, für dein Leben bei dieser ungesunden Jahreszeit. Denn ich gestehe dir, auch mir war noch bei keiner unserer Trennungen so übel zumute wie diesmal. Ich weiß nicht zu sagen, warum, aber ich zittere, du kommst gar nicht wieder.« Beide fuhren fort, sich ihre Bangigkeiten und Besorgnisse auszusprechen. Und was sie nicht öffentlich durften, taten sie jetzt. Sie sagten sich unter Umarmungen, Tränen und Küssen ihr Lebewohl. Beide mit dem schweren Gefühl, es sei das Letzte. Da trat eine Magd herein mit dem brennenden Licht. Waldrich eilte fort und aus dem Haus, um seine Tränen zu verbergen und seinen Schmerz im Freien auszuhauchen. Friederike ging in ihr Zimmer und schützte Kopfweh vor, um sich ins Bett zu legen und den ganzen Abend ungestört sein zu können. In der Nacht reiste der Hauptmann ab. Herr Bantes hatte vorher ihn noch gezwungen, einen guten, wärmenden Punsch bei ihm zu trinken. Aber der Punsch heiterte das Gemüt des Scheidenden nicht, ob er sich gleich in Gegenwart des Herrn Bantes Gewalt tat, fröhlich zu scheinen. Frau Bantes bemerkte es wohl. Als sie folgenden Morgens zu Friederike ans Bett trat und fragte, »Wie hast du geschlafen? Ist dir besser?« sah sie wohl, dass das arme Mädchen blass war und rot geweinte Augen hatte. »Kind«, sprach sie, »ich merke, du bist krank. Warum verhehlst du der Mutter deine Leiden? Bin ich deine Mutter nicht mehr? Liebe ich dich weniger denn sonst? Oder liebst du mich weniger, seit Waldrich deine Liebe ist? Warum wirst du rot? Errötest du vor einem Unrecht? Dass du ihn liebst, darin finde ich eben nichts Sündhaftes. Aber dass du mit deinem Herzen nicht wie sonst, klar vor mir wie vor Gott stehst, das ist zu tadeln.« Friederike richtete sich auf, breitete ihre Arme aus und drückte laut weinend die Mutter an sich. »Ja, ich lieb ihn. Ja, ich bin ihm zugesagt. Sie wissen es, ich hatte Unrecht, gegen die gute Mutter zu schweigen, aber ich wollte ihr ja nur mein Unglück verschweigen, um sie nicht zu früh mit in meine Leiden zu ziehen. Das muß endlich doch, aber so spät als möglich geschehen, wenn es der Vater erfahren wird, dass ich lieber unvermählt sterbe, als seinem für mich Erwählten die Hand zu geben. So dachte ich und schwieg. »Kind, ich bin nicht gekommen, dir Vorwürfe zu machen. Ich verzeihe dein Misstrauen gegen ein Mutterherz, das sich dir noch nicht verleugnet hat. Also still davon. Und was deine und Waldrichs gegenseitige Neigung betrifft, hatte ich sie längst befürchtet. Ja, es konnte nicht anders kommen. Ihr konntet beide nichts ändern. Doch sei ruhig. Hoffe. Bete. Wenn Gott will, wird er's lenken. Er ist deiner wert, ob er gleich nicht hat und ist, was dein Vater dir bestimmt hat. Ich werde es dem Vater entdecken, wie ihr beide zueinander steht. Um Gottes Willen, noch nicht, nur jetzt noch nicht. Ja, Friederike, jetzt. Es wäre besser gewesen schon früher. Ich muß es ihm entdecken, denn ich bin seine Frau. Als solche will und darf ich kein bedeutendes Geheimnis vor dem Manne haben. Habe du dergleichen auch nie im Leben vor deinem künftigen Gemahl. Das erste Geheimnis, welches Mann oder Weib in der sonst glücklichen Ehe voreinander hegen, bringt den Untergang alles Glücks, bringt Misstrauen und Spannung. Wir mögen jemals Recht oder Unrecht handeln. Offenheit tut zu allem wohl, hindert das Erscheinen vieles Bösen und macht selbst das Fehlerhafte minder schuldvoll. »Aber was soll ich tun?«, fragte Friederike. »Du?« »Was du?« »Weißt du's nicht?« »Wende dich im stillen Gebet zu deinem Gott. Die Unterhaltung mit dem, der die Sonne droben und die Sonnenstäubchen hier unten leitet, wird dich erheben, dich heilen, beruhigen. Du wirst besonnener, edler denken und tun, und dann wirst du nie Übles tun. Und tust du das Rechte und sagst du das Rechte, glaube mir, so wird nicht Unrecht gehen.« So sprach ihr Frau Bantes zu und verließ sie, um sich zu ihrem Mann ans Frühstück zu setzen. »Was fehlt dem Mädchen?«, fragte er. »Vertrauen zu dir und zu mir. Aus allzu großer Liebe zu ihren Eltern. Krummes Zeug und dergleichen. Mama, hast du wieder etwas im Hintergrunde? Gestern hatte sie Kopfweh und heute kein Vertrauen. Sie hat Furcht, dich zu kränken, darum wird sie krank. Possen und dergleichen. Sie fürchtet, du werdest ihr den Herrn von Hahn aufzwingen, auch wenn sie ihn nicht will. Sie hat ihn ja noch nicht gesehen. Sie möchte ihn lieber nicht sehen. Ihr Herz hat schon entschieden. Sie und Waldrich haben Neigung füreinander. Du hättest es längst bemerken können. »Halt!«, rief Herr Bantes und setzte die Kaffeetasse nieder. Besann sich, hob die Tasse wieder auf und sagte, »Weiter?« »Was weiter?« »Dass du behutsam gehen, dass du mit der Verlobung nichts übereilen musst, wenn du nicht Unglück anrichten willst ohne Not. Es ist möglich, dass Friederike den Herrn von Hahn, wenn sie nur weiß, dass er ihr nicht aufgedrungen werden soll, nach und nach recht angenehm findet. Es ist möglich, dass der Kommandant in eine andere Garnison verlegt wird, dass Trennung und Zeit die erste Leidenschaft schwächt. »Dann?« »Richtig.« »Das ist ganz in meinem Sinn.« »Ich schreibe seinem General.« »Er muß in eine andere Garnison.« »Zum Kuckuck und Küster.« »Friederike wird doch nicht Frau Hauptmännin werden wollen. Ich schreibe am nächsten Posttag. Das ist mir ein Teufelsstreich.« Jetzt hatte Frau Bantes angebahnt. Es gab freilich eine sehr lebhafte Unterredung. Vater Bantes stürmte nach seiner Art ein wenig und sprach seinen Willen entschieden genug aus. Doch gab er zu, man müsse behutsam gehen, keinem Strom einen Damm entgegenbauen und keiner Leidenschaft Gewaltgebote geben. Waldrich müsse mit guter Art von Herbesheim fort, Friederikes Neigung nicht offen widersprochen werden, damit sie sich beruhige, und so müsse dem Ziel unvermerkt zugesteuert sein. »Bei dem allen bleibt's ein dummer Streich,« sagte Herr Bantes ärgerlich. Das sagte er auch, als er sich mit Friederike unter vier Augen verständigt hatte. »Siehst du,« sprach er ihr zu, »du bist ein vernünftiges Mädchen und solltest dich da nicht wie ein anderes Gänzchen verplempern. Aber, wie gesagt, ich habe nichts dagegen. Meinetwegen liebt euch. Nur an Heirat denkt nicht, daraus wird nichts. Du bist zu jung. Nichts über Haspeln. Lerne alle Männer kennen. Es hat ein jeder sein Gutes. Denke daran, was sich für dich schickt. Lerne den Herrn von Hahn kennen. Taugt er nicht für dich, dann marsch mit ihm. Ich zwinge dich zu nichts, aber zwinge mich auch zu nichts. So ward der innere Frieden der Familie wiederhergestellt, und durch weise Leitung der Frau Bantes ein drohendes Ungewitter in einen stillen, trüben Regentag verwandelt. Die alte Heiterkeit, so gut es ging, kehrte zurück, und alles nahm den gewohnten Gang ein. Friederike, vollkommen beruhigt, dankte dem Himmel, dass es so weit gediehen sei, und erwartete von der Zukunft vertrauensvoll nur noch Besseres. Mit Zuversicht erwartete auch Herr Bantes das Bessere. Er freute sich, dass Friederike ihren bisherigen Frohsinn wieder annahm, und entwarf indessen das Schreiben an den General. Frau Bantes, die ihren Gemahl wie ihre Tochter mit gleicher Zärtlichkeit im Herzen umschloß, hoffte wenig, fürchtete wenig, sie überließ die Entscheidung dem Himmel. Waldrich war ihr lieb wie ein angenommener Sohn, aber auch der Herr von Hahn war ihr, durch die erhaltenen Anzeigen und durch die Vorliebe ihres Gatten schätzenswert. Sie wollte nur ihrer Tochter Glück, gleich viel durch wessen Hand es gegeben werden könne. Ende von Kapitel 11 Gelesen von Hokus Pokus Die Überraschung Ach, der arme Waldrich, sagte Friederike am Sonntage, da sie mit ihrer Mutter aus der Kirche gekommen war und nun plaudernd mit ihr im warmen Zimmer am Fenster saß und auf die öden Straßen hinabsah, die von Regenströmen rauschten. Wenn er nur jetzt nicht unterwegs ist, es wäre bisher das schönste Wetter zur Reise gewesen und nun er fort ist, muss auch das Übelste eintreffen. Ein Soldat soll alles tragen können, antwortete Frau Bantes, und willst du eines Soldaten Frau werden, so gewöhne dich zeitig an den Gedanken, dass dem Mann dem König mehr als dir, der Ehre mehr als der Liebe, dem Feldlager mehr als dem Hause gehört und dass, wenn andere Männer nur ein Tod nachlauscht, dem Soldaten hundert Tode aufpassen. Darum wäre ich nie eine Soldatenfrau geworden. Aber sehen Sie auch hinaus, Mama, wie es in der Luft wütet, wie schwarz der Himmel, sehen Sie doch zwischen dem Regen große Hagelsteine. Frau Bantes lächelte, denn es kam ihr ein Einfall, von dem sie anfangs nicht wußte, ob sie ihn mitteilen sollte. Endlich sagte sie, »Friederike, weißt du's? Heute ist der erste Adventssonntag, wo die Regierung des toten Gastes beginnen soll. Der wüste Prinz meldet sich, scheins, immer mit Sturm an. Ich wette, Mama, der Regensturz macht unseren Herbesheimern Himmel Angst. Sie verriegeln vielleicht schon am hellen Mittag die Haustüren, damit das lange, bleiche Gesicht nicht eindringe.« In diesem Augenblicke trat Herr Bantes eilfertig mit einem lauten, doch etwas sonderbaren Gelächter in die Stube. Ersonderbar war es, weil man nicht wußte, ob es ein willkürliches oder ein unwillkürliches Lachen war. »Tolles Zeug und dergleichen«, rief Herr Bantes. »Geh in die Küche, Mama, und bring die Mädel in Ordnung, sonst werfen sie dir den Braten in die Suppe, die Suppe ins Gemüse und das Gemüse in die Milchcreme.« »Was gibt es denn?«, fragte Frau Bantes verwundert. »Wißt ihr's nicht? Die ganze Stadt sagt, der tote Gast sei angekommen. Zwei Fabrikarbeiter kommen mir da atemlos und pudelnaß von der Gasse in die Zahlstube gesprungen und erzählen, was ihnen an zehn Orten schon erzählt worden ist. Mag von dem tollen Zeug kein Wort hören. Geh an der Küche vorbei, die Märkte drinnen lärmen. Ich stecke den Kopf hinein, zu sehen, was es gibt, schreien die dummen Dinger beim Anblick meiner schwarzen Perücke laut auf und rennen die Närrinnen seitwärts, meinen, ich sei der tote Gast. »Seid ihr alle unklug?«, rief ich. »Ach Gott!«, schrie die Käthe, »ich will's nicht leugnen, Herr Bantes, ich bin abscheulich erschrocken. Mir zittern die Knie, und ich brauchte mich eigentlich gar nicht zu schämen, dass ich mich mit dem Schornsteinfeger Max eingelassen und versprochen habe. Aber nun es so kommt, wollte ich, ich hätte den Max in meinem Leben nicht gesehen.« So schrie Käthe, und wie sie sich die Angsttränen abtrocknen will, lässt sie die Pfanne mit den aufgeschlagenen Eiern aus der Hand fallen. Die Susanne sitzt hinter dem Feuerherd und weint in ihre Schürze. Die alte, unschuldige Lene, mit ihren fünfzig Jahren sogar, sieht ganz verstört drein und schneidet sich richtig mit dem Küchenmesser in die Finger, da sie es abwischen will. »Hab ich es nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt, Mama?« rief Friederike, indem sie ausgelassen lachte. »Stelle Ordnung in der Küche her, Mama«, fuhr Herr Bantes fort, »sonst ist die erste Teufelei des toten Gastes in Herbesheim, das wir am lieben Sonntage verhungern müssen.« Friederike hüpfte lachend hinaus zur Küche und rief, »so arg soll es uns doch nicht treiben.« »Das sind«, sagte Herr Bantes, »die sauberen Früchte des Aberglaubens, der Pöbelweisheit.« »Alles Pöbelweisheit, von oben bis unten, vom Steilknecht bis zum Minister.« »Da schimpfen mir jetzt Schulknaben und Priester, Hebammen und Professoren, Geheimräte und geheime Speichellecker auf die Aufklärung. Sagen, sie bringe Insubordination, Irreligion, Revolution und wollen das Volk wieder in die alte Dummheit zurückklecksen. Und die Esel von modischen Fersemachern iaen ihre Wunder und heiligen Lieder dazwischen und die Esel von Bücherfabrikanten machen sich mit Ammenmärchen breit und wollen Heiden und Türken katholisch machen den Papst zum Herrgott der Könige, den Staat zum Notstall. Lumpenpack. Da geben sie kaum einen roten Kreuzer für Verbesserungen der Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin und für Üppigkeit. Da schnüren sie vernünftigen Leuten das Maul zu, wohl nicht den Hals. Aber wer Unsinn und Knechterei und Schlechterei Lob preist, den behängen sie mit Orden, Titeln und Tressen. Da haben wir's nun. Aber glauben oben und unten. Erster Advent, Winterwetter, sieh da, griechen die Narren in die Winkel und bekreuzen und segnen sich, meinen der tote Gastmache den Sonntagsregen und dergleichen. Frau Bantes lächelte sanft und sprach, »Papa, nicht so eifrig, nicht so böse, die Sache verdient's nicht.« »Verdient's nicht? He, du selbst hast wurmstichigen Glauben, Mama. Nimm mir den Aberglauben nicht in Schutz, nimm mir keinen Unsinn in Schutz. Ich will, wenn ich sterbe, zehntausend Gulden Legat aussetzen, bloß zur Besoldung eines Lehrers an der Schule, der gesunde Vernunft lehren soll. Wer solche wahnsinnigen Einbildungen von Gespenstern, Teufeln, Totenerscheinungen und Totengästen dulden kann, der kann auch dulden, daß die ganze Welt ein Tollhaus und jedes Land ein Sklavenjoch werde, worin die eine Hälfte des Volkes leibeigenfrohnen, die andere mit Musketen und Kanonen die Gehorchenden im Zaum halten muß. »Aber, aber, Papa, wohin verirrst du dich?« Verflucht sei der Aberglaube. Aber ich merke wohl, man will ihn. Nur zu, das ist den Engländern recht. Je dümmer die Völker, je leichter saugen sie uns aus. Es wird nicht eher besser, bis einmal wieder ein Haus Bonaparte mit eiserner Rute kommt und die Schule hält mit den Narren. Indem Herr Bantes noch fortfuhr, in vollem Ernste so zu donnern, während er hastig die Stube auf- und abging und von Zeit zu Zeit mitten im Laufe stehen blieb, trat leise der Buchhalter herein. »Es ist doch richtig, Herr Bantes.« »Was ist richtig?« »Er ist wirklich angelangt. Er logiert im Schwarzen Kreuz.« »Wer logiert im Schwarzen Kreuz?« »Der tote Gast.« »Narreheit!« »Müssen Sie als ein anständiger Mann denn alles glauben, was Ihnen alte Weiber sagen?« »Aber meine Augen sind keine alten Weiber.« »Ich ging aus Neugier ins Schwarze Kreuz.« »Der Herr Gerichtsschreiber war sozusagen mein Gefährte.« »Wir nahmen ein Gläschen Goldwasser.« »Sozusagen nur zum Vorwand.« »Da saß er.« »Was?« »Ich erkannte ihn auf der Stelle.« »Der Wirt schien ihn auch zu kennen.« »Denn wie der zur Türe hinausging, wandte er dem Herrn Gerichtsschreiber seitwärts das Gesicht zu, machte große Augen, zog den Mund und die Augenbrauen in die Höhe, als wollte er sozusagen andeuten, der da sitzt, bringt nichts Gutes.« »Larifari!« »Der Zolleinnehmer, der ihn schon am Tor erkannte, hat sich auf die Stelle zum Herrn Polizeileutnant gemacht. Der Zolleinnehmer hat es uns gesagt, als wir wieder aus dem Schwarzen Kreuz kamen. »Der Zolleinnehmer ist ein abergläubiger Narr. Schämen soll er sich in die Seele hinein.« »Ganz wohl. Aber erlauben Sie, wenn's nicht der tote Gast ist, so ist's sein Zwillingsbruder.« Ein bleiches Gesicht, vom Kopf bis zum Fuß rabenschwarz, eine Gestalt vier, fünf Ellen lang, eine dreifache goldene Kette über die Brust zur Sackuhr, an den Fingern funkeln Brillantringe, prächtige Equipage, extra Post. Herr Bantes sah den Buchhalter lange mit starrem Blick an, worin Unglauben und Befremden zu kämpfen schienen. Lachte endlich laut und übermäßig und rief, »treibt denn der Teufel seinen Spaß mit uns, daß er gerade am ersten Adventssonntag einpassieren muß?« »Und gerade wie die Kirche aus war,« sagte der Buchhalter, »gerade wie die Leute über die Gasse liefen und Wind und Regen sozusagen am schrecklichsten stürmten.« »Wie heißt denn der Fremde?« fragte Herr Bantes. »Mir nicht bekannt,« antwortete der Buchhalter. »Der aber gibt sich am Ende Namen, wie er will. Bald ist er ein Herr von Gräbern, bald ein Graf von Altenkreuz. Es ist mir sozusagen bedenklich, daß er geradezu ins Schwarze Kreuz einkehrte. Der Name scheint ihn angezogen zu haben.« Herr Bantes schwieg eine Zeit lang ganz ernsthaft und nachdenkend, fuhr sich endlich mit der Hand rasch über das Gesicht und sagte, »Ist nichts als Zufall, sonderbarer Spaß des Ungefährs. Denk doch nicht an den Totengast und dergleichen. Possen. Aber ein eigener Zufall ist's, ein toller Streich. Gerade am Adventssonntage, im schrecklichsten Wetter, lang, schwarz, blaß, die Fingerringe, die Äquipage. Ich würde kein Wort davon glauben, Buchhalterchen, wenn Sie nicht ein vernünftiger Mann wären. Aber nichts für ungut. Sie hören das Märchen vom Totengast, sahen einen Fremden, hatte schwarze Kleider, flugs spielt ihnen die gottlose Einbildungskraft einen Hexenstreich und setzt ihnen, was noch fehlt, hinzu. Dabei blieb es. Herr Bantes ließ sich auf keine anderen Gedanken bringen. Ende von Kapitel 12 Gelesen von Hukuspokus Kapitel 13 von Der tote Gast Von Heinrich Schocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Erscheinung Der tote Gast war nun das Gespräch über Tische bei der Mahlzeit. Man freute sich bald mehr über ihn zu vernehmen und gewisse Auskunft über den Fremden in der heutigen Winterabendgesellschaft beim Bürgermeister zu erhalten und wenn nicht aus offiziellem Munde des Stadtoberhauptes, so doch durch die Frau Amtsbürgermeisterin, die ohne Hilfe geheimer Polizei ununterbrochen eine wahre Tag- und Nachtchronik von Herbesheim hielt. Die Frauenzimmer fuhren sogleich nach Beendigung des nachmittäglichen Gottesdienstes zu ihr. Herr Bantes versprach, sobald es dunkel werden wollte, nachzukommen. Er hatte noch einige Geschäfte mit Leuten aus seiner Fabrik abzutun, die er gewöhnlich an Sonntagnachmittagen zu sich kommen ließ. Er war eben im Begriff, den Letzten dieser Leute abzufertigen und sich auf den Weg zur Wintergesellschaft zu machen, als plötzlich ein durchschneidender weiblicher Schrei geschah. Herr Bantes und der Fabrikarbeiter erschraken heftig. Es war tiefe Stille. »Sieh doch einmal nach, Paul, was begegnet ist«, sagte Herr Bantes zum Arbeiter. Dieser ging, kam aber nach wenigen Augenblicken mit ganz verstörter Miene zurück und konnte kaum halblaut mit bebender Stimme sprechen. »Es verlangt sie, jemand zu sehen.« »Nur herein«, sagte Herr Bantes ärgerlich. Paul öffnete die Tür, und es trat ganz langsam ein Fremder herein. Es war ein hagerer, langer Mann, in schwarzen Kleidern. Das Gesicht zwar von angenehmen, feinen Zügen, aber bleich. Durch das dicke, schwarze Seidentuch um den Hals ward die Blässe noch gesteigert und recht totenhaft. Die saubere Kleidung, die äußerst feine Wäsche, deren Schneeglanz unter der schwarzen Seidenweste hervorstach, die reichen Ringe, die von den Fingern blitzten, der Anstand in allem Äußern, verriet den Fremden als einen Mann von höherem Stande. Herr Bantes starrte den Unbekannten an. Er sah den toten Gast vor seinen Augen, fasste sich aber, so gut er konnte, und sagte, indem er sich mit etwas erschrockener Höflichkeit gegen den Eintretenden verneigte, zum Arbeiter, Paul, du bleibst hier, ich habe dir nachher noch etwas zu sagen. Es freut mich das Glück, Herr Bantes ihre Bekanntschaft zu machen, sagte der Fremde leise und langsam. Ich würde meine Aufwartung schon am Morgen gemacht haben, hätte ich nicht Ruhe von der Reise nötig gehabt, und Furcht gehabt, sie und die ihrigen sogleich nach meiner Ankunft unangenehm zu belästigen. Viel Ehre, viel Ehre, erwiderte Herr Bantes mit einiger Verlegenheit, aber es überfiel ihn ein unwillkürliches Grausen. Er traute seinen Augen kaum, er rückte dem Fremden einen Stuhl hin und wünschte ihn hundert Meilen weit von sich. Der Fremde verneigte sich langsam, nahm Platz und sprach, sie kennen mich nicht, aber erraten ohne Zweifel, wer ich bin. Es ward dem Herrn Bantes, als sträubten sich unter seiner Perücke alle Haare bergan. Er schüttelte höflich und ängstlich den Kopf und sagte mit erzwungener Freundlichkeit, ich habe nicht die Ehre, sie zu kennen. Ich bin Hahn, der Sohn ihres alten Freundes, sprach der tote Gast mit hohler Stimme und lächelte den Alten an, dem das Lächeln das Herz erstarrte. Sie haben keinen Brief von meinem alten Freund? fragte Herr Bantes. Jena wickelte eine prächtige Brieftasche aus und übergab ein Schreiben. Es enthielt nur wenige Zeilen zur Empfehlung und die Bitte, dem Überbringer alles zur Eroberung des Herzens der Braut zu erleichtern. Die Schriftzüge hatten wohl viel Ähnlichkeit mit der Hand des alten Bankiers, doch schien etwas Fremdartiges darunter. Herr Bantes las lange und las wieder, nur um Zeit zu gewinnen und zu überlegen. In ihm war ganz natürlich alles Widerspruch und Kampf. Er wollte als ein aufgeklärter Mann trotz dem unwillkürlichen Grauen nicht glauben, dass er den berüchtigten toten Gast vor sich habe. Aber ebenso wenig wollte er und konnte er sich überzeugen, dass der Sohn seines Freundes eben genau in Wesen und Gestalt der Aussagen vielbekannten Gestalt des entsetzlichen Gastes glich. Hier war weder Gaukelei der Einbildungskraft noch des Zufalls denkbar. Er sprang geschwind auf, bat um Verzeihung, er müsse seine Brille suchen, die Augen wären ihm etwas dunkel, und entfernte sich, um nur in dieser Verlegenheit zur Besonnenheit zu kommen. Wie Herr Bantes ins Nebenzimmer ging, griff auch Paul nach dem Schlosser der Stubentür. Der tote Gast wandte langsam sein Gesicht gegen diesen, und mit einem Sprunge, an allen Gliedern bebend, war Paul zur Stube hinaus und kam nicht wieder, bis er Herrn Bantes vom Nebenzimmer zurückkehren hörte. Herr Bantes hatte wirklich in der Eile überlegt und in der Eile einen verzweifelten Entschluß gefasst. Noch ungewiß, welchen Gast er vor sich habe, wollte er wenigstens die arme Friederike nicht geradezu in die Hände des Zweideutigen ausliefern. Er trat demselben, nicht ganz ohne Herzklopfen, näher und sagte mit Achselzucken und Bedauern, »Hören Sie, mein wertester Herr von Hahn, ich hege für Ihre Person alle Hochachtung. Indessen haben sich hier Dinge ereignet, äußerst fatale Dinge, die ich nicht voraussehen konnte. Hätten Sie doch uns die Ehre erwiesen, früher zu kommen. Seitdem hat sich zwischen meiner Tochter und dem Kommandanten der hiesigen Besatzung ein Liebeshandel entsponnen, Verlobung und dergleichen. Das vernahm ich erst vor wenigen Tagen. Der Hauptmann ist mein Pflegesohn, er war einst mein Mündel. Was konnte ich tun? Gern oder ungern, ich mußte mein Ja sagen. Ich hatte mir vorgenommen, morgen ihrem Herrn Vater die Widerwärtigkeiten zu melden, ihn zu bitten, sie nicht zu bemühen. Es schmerzt mich sehr. Was wird mein alter Freund von mir denken?« Weiter konnte Herr Bantes nicht reden, denn die Stimme ging ihm vor Entsetzen aus. Der Gast ihm gegenüber hatte nicht nur, wieder alle Erwartungen, ganz kalt und ruhig zugehört, sondern die Miene desselben, vorher still und düster, heiterte sich sogar bei den Wörtern Liebeshändel, Verlobung, sichtbar auf, als wenn es ihm eben recht, um ein Mädchen zu tun wäre, das einem anderen schon Hand und Herz geschenkt hätte. Auch entging Herrn Bantes nicht, dass das bleiche Gesicht, als hätte es sich verraten, schnell wieder den vorigen Ernst mit sich selbst zufrieden herzustellen suchte. Beunruhigen Sie sich deswegen nicht, sagte der Herr von Hahn, weder meines Vaters noch meinetwillen nicht. Herr Bantes dachte bei sich, ich verstehe dich schon, aber nun war es ihm doppelt darum zu tun, den aus der Sage wohlbekannten schrecklichen Verführer für immer von Friederike abzuhalten. Ich wollte sie, sprach er, freilich nicht im Wirtshause lassen, sondern bitten, bei mir im Hause vorlieb zu nehmen, allein eben jene Geschichte mit dem Kommandanten und meiner Tochter und dergleichen, sie begreifen, wie es da geht, einen zweiten Bräutigam in Abwesenheit des Anderen und dergleichen, und dann, sie begreifen wohl, die Leute in einer so kleinen Stadt schwatzen gleich mehr, als sie wissen, auch hat meine Tochter Ich bitte, keine Entschuldigung, sagte der Sohn des Bankiers, ich bin im Gasthof nicht übel, ich verstehe sie, wenn sie mir nur erlauben, dem Fräulein meine Aufwartung machen zu dürfen, aber sie, denn in Herbesheim gewesen zu sein und die Braut, die mir bestimmt gewesen, nicht gesehen zu haben, ich könnte es mir selbst nicht verantworten. Allerdings, sie sind, ich sollte den Herrn Kommandanten beneiden, alles, was man mir von der seltenen Schönheit und Liebenswürdigkeit des Fräuleins, sie sind zu gütig, mir wäre allerdings die größte Ehre widerfahren, in ihre herrliche Familie aufgenommen worden zu sein und der Sohn eines Mannes geheißen zu haben, von dem mein Vater nie ohne freundliche Gefühle reden kann, gehorsamer Diener. Darf ich bitten, dem Fräulein wenigstens vorgestellt zu werden? Tut mir leid, sehr leid, sie ist mit meiner Frau für diesen Abend in großer Gesellschaft und es ist Gesetz da, dass man keinen Fremden unter keinerlei Vorwand einführen darf, also, in der Tat liegt mir für diesen Abend wenig daran, ich fühle mich noch ermüdet, noch weniger liegt mir daran, sie in großer Gesellschaft zu sehen, wo man mehr oder minder beengt ist. Gerne sehe ich sie in ihrem häuslichen Wesen. Herr Bantes machte eine stumme Verbeugung. Noch lieber, und das gewähren sie mir doch gütigst, möchte ich dem Fräulein einmal unter vier Augen, wenn ich sagen darf, vertraulich manches mitteilen, was... Herr Bantes erschrak. Er dachte bei sich, da haben wir's, der marschiert in gerader Linie auf sein Ziel los. Er räusperte sich. Der Fremde schwieg nun und erwartete, ob Herr Bantes reden wollte. Da dies nicht geschah, fuhr jener fort, ich hoffe, durch meine Mitteilungen, das Fräulein vielleicht, in Betreff meiner, auf richtigerer Ansicht zu leiten, und vielleicht, indem ich sie über Verschiedenes beruhigen kann, mir ihre Achtung zuzusichern, die mir durchaus unter gegenwärtigen Umständen nicht ganz gleichgültig bleibt. Herr Bantes versuchte mancherlei Wenn und Aber zu entgegnen, um dies wahrscheinlich von Folgen begleitete, vertrauliche unter vier Augen abzulehnen. Er sprach in der Angst viel, aber verworren und aus Höflichkeit dunkel. Der tote Gast verstand ihn gar nicht oder schien ihn nicht verstehen zu wollen und ward immer zudringlicher. Desto peinlicher ward die Stellung des Herrn Bantes, der sein schönes Kind schon von jener Scheingestalt und ihren verruchten Künsten umgarnt und mit umgedrehtem Köpfchen sah. Über diese Unterredung, die ziemlich lange dauerte, war es dunkel geworden. Als der Gast sich schlechterdings nicht entfernen wollte, stand Herr Bantes jählings auf und erklärte unter großem Bedauern, dass er ihn verlassen müsse, weil unaufschiebbare Geschäfte ihn abriefen. So erzwang er den Abschied. Der Gast, etwas finster empfahl sich, bat aber, um die Erlaubnis wiederzukommen. Herr Bantes eilte in die Wintergesellschaft zum Bürgermeister, war aber auffallend still und nachdenkend. Man sprach von nichts als vom toten Gast. Man wollte wissen, er führe eine schwere Kiste voller Gold bei sich. Er kenne schon alle Bräute von Herbesheim, er sei ein sehr angenehmer Mann, doch spüre man ihm etwas Verwesungsgeruch an. Alles, was hier geredet wurde, stimmte meistens nur zu sehr mit dem überein, was Herr Bantes an dem, der vor ihm die Gestalt des reichen Bankiers angenommen, bemerkt hatte. Sobald Herr Bantes mit seiner Frau und Tochter wieder zu Hause war, erzählte er von dem Besuch des toten Gastes und wie er ihnen hoffentlich ein für allemal abgefertigt zu haben glaube. Anfangs erstaunten beide Frauenzimmer oder vielmehr sie erschraken. Dann lächelten beide verwundert sich an, als sie den Namen des Bräutigams aus der Residenz hörten. Zuletzt lachten sie hell auf, als sie hörten, der Vater habe Friederike förmlich zur Verlobten des Kommandanten erklärt. »O Papa, süßer Papa«, rief Friederike und fiel ihm um den Hals. »Ich bitte Sie, halten Sie auch Wort.« »Zum Kuckuck und Küster«, schrie der Alte, »ich werde doch wohl Wort halten müssen.« »Auch dann, liebster Papa, wenn der tote Gast zuletzt der Herr von Hahn wäre?« »Meinst du, ich habe keine Augen? Er ist es nicht. Eine Scheingestalt ist's, wie käme der junge Hahn auf den Teufelseinfall, sich in die Figur des toten Gastes zu vermummen, von dessen Geschichte er wahrscheinlich in seinem Leben nichts gehört hat.« Den Frauenzimmern war das Ereignis freilich etwas unbegreiflich, aber doch wollten sie lieber glauben, der Papa habe mit seiner Regenfantasie etwas hinzugefügt oder der Zufall diesmal drolligen Scherz getrieben, als dass sie an der Persönlichkeit des angekommenen Herrn Hahn gezweifelt hätten. Gerade diese Hartnäckigkeit der Mutter und der Tochter, sich durchaus keines Besseren belehren zu lassen, ängstigte den Herrn Bantes nur noch mehr. »So muß es kommen, gerade so«, rief Herr Bantes ärgerlich und zaghaft, »so hat er euch beide schon halb in seinen Krallen, hat euch schon betäubt. Ich bin doch wahrhaftig sonst nicht abergläubig und auch diesmal kein altes wundersüchtiges Weib. Aber was mir begegnet ist, das ist mir begegnet. Es ist ein höllischer Spuk, der mich verrückt machen könnte. Die Vernunft begreift's nicht, aber es mag vieles sein, was die Vernunft nicht begreift. Und sollte ich euch in den Keller sperren, ich sperre euch ein, nur dass ihr mir beide nichts mit dem Teufels Gespenst und der gleichen zu schaffen habt. Schönster Papa, rief Friederike, ich gebe ihnen ja gern die Sache wohlfeiler. Möge der tote Gast Herr von Hahn sein oder nicht, ich schwöre ihn, ich will ihn nicht lieben, ich will Waldrich nie vergessen, aber geben sie mir ihr Vater Wort, dass sie Waldrich nicht von mir trennen, es möge nun der Herr von Hahn oder der tote Gast um mich werden. Wahrhaftig, lieber gäbe ich dich dem ärmsten Bettler auf der Gasse, ist doch ein lebendiger Mensch als dem Gespenst, dem Satan. Kapitel 14 von der tote Gast von Heinrich Tschocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gute und schlimme Wirkungen Friederike schlief unter schönen Träumen die Nacht. Herr Bantes äußerst unruhig. Die schwarze bleiche Figur, deren Mondgesicht durch das schwarze Kopfhaar und den starken schwarzen Backenbart ihm so fürchterlich hervorblickte, schwebte ihm auch vor geschlossenen Augen sichtbar. Friederike hegte hingegen für den gespensterhaften Unbekannten recht dankbare Gesinnungen, dass er ihren Vater so schleunig bekehrt und in der Angst dem lieben Waldrich zugewandt hatte. Am anderen Morgen, sobald Herr Bantes mit den Seinigen gefrühstückt hatte, begab er sich zum Amtsbürgermeister. Dies war das Ergebnis nächtlicher Überlegungen und bat denselben, gegen den unbekannten Polizeimaßregeln zu versuchen, um ihn aus der Stadt zu entfernen. Er erzählte ihm nun offen, was sich gestern, ehe er in die Abendgesellschaft gekommen, in seinem Hause zugetragen habe, und wie seine Frau und Tochter schon halb und halb in ihren Sinnen benebelt wären, dass sie den toten Gast für den angekündigten Sohn des Bankiers Hahn hielten, ungeachtet der junge Bankier, um Bräutigams Rollen zu spielen, nicht dazu das Äußere des bekannten Gespenstes wählen würde, und wenn er sie aus Narrheit oder Spaß hätte wählen wollen, sie gewiß nicht gekannt haben würde. Der Bürgermeister schüttelte lächelnd den Kopf. Er wusste nicht, was er zum plötzlichen Aberglauben des sonst ungläubigen Herrn Bantes sagen sollte, versicherte aber, er wolle ernste Untersuchungen anstellen, denn die ganze Stadt sei von dieser wunderlichen Erscheinung beunruhigt. Als Herr Bantes nach einigen Stunden, denn auch mit dem Polizeileutnant und anderen Freunden hatte er sich beraten, nach Hause ging, sah er von ungefähr seitwärts durch ein Fenster ins Erdgeschoss seines Hauses. Das Fenster gehörte zu einem schön geschmückten Zimmer, das sonst der Kommandant Waldrich zu bewohnen pflegte. Herr Bantes glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen. Er sah den wüsten toten Gast, da im tiefen, ja, es schien im leidenschaftlichen Gespräch mit Friederike. Das Mädchen lächelte ihm freundlich zu und schien gar nichts dagegen zu haben, als er ihre Hand ergriff und küssend an ihre Lippen drückte. Jetzt schwankte alles vor den Augen des Kreises, oder vielmehr er schwankte. Anfangs wollte er geradezu hinein in das Kommandantenzimmer, um die zärtliche Unterredung zu unterbrechen und den unüberwindlichen Verführer aus dem Hause zu jagen. Dann besann er sich, daß dies üble Folgen für ihn oder Friederike haben könnte. Er erinnerte sich des Duells zwischen dem Grafen von Altenkreuz und dem Vicomte vor hundert Jahren. Er eilte totenbleich ins Zimmer seiner Gemahlin, die vor seinem Anblick erschrak. Als sie die Ursache seines Zustandes erfahren hatte, suchte sie ihn zu beruhigen, versicherte, das vermeintliche Gespenst sei in der Tat der erwartete Bräutigam, ein liebenswürdiger, bescheidener Mann, mit dem sie und Friederike sich lange unterhalten habe. »Ich glaub's schon, Mama, der ist mit dir in deinen Jahren ganz bescheiden, aber geh hin und sieh, wie weit er mit Friederike in kurzer Zeit gekommen ist. Sie küssen sich. Das ist nicht möglich, diese Augen strafst du nicht lügen. Er hat sie, sie ist verloren. Warum sind sie allein? Dir ist auch schon der Verstand vergiftet, sonst würdest du sie beide nicht allein gelassen haben. Lieber Papa, er bat um Erlaubnis sich allein gegen Friederike erklären zu dürfen, laß doch deine Einbildung fahren. Wie ist das möglich, daß du, eben du, aufgeklärter, alles verspottender Mann, deinen Glauben so betören lassen kannst und plötzlich der Abergläubigste aller Menschen wirst. Überrumpeln? Abergläubig? Nein, Vorsicht, behutsam und dergleichen gegen dieses Teufelsblendwerk. Sei es, was es immer wolle, man soll sich auf keine Weise prellen lassen. Das Mädchen ist mir zu teuer. Ich befehle ein für allemal, ihr sollt mit eurem sogenannten Herrn von Hahn allen Umgang abbrechen. Aber was wird sein Vater sagen? Oh, der alte wird nichts sagen. Und wie sollte er? Er hat weder Tod noch Teufel zum Sohn. Und in Gottes Namen sag er, was er wolle. Geh, ich bitte dich, schick den Verführer fort. Frau Bantes ward verlegen. Sie trat freundlich zu ihm hin, legte ihre Hand traulich auf seine Schulter und sagte mit bittendem Ton, lieber Mann, bedenke, was du aus Eidler Furcht tust. Wegen eines blassen Gesichts und eines schwarzen Kleides ist ja ein Fremder noch kein Gespenst. Wenn du aber befiehlst und darauf beharrst und es zu deiner Ruhe beiträgt, so werde ich dir gehorchen. Doch bedenke, Friederike und ich haben ihn schon zum Mittagessen eingeladen. Da könnte einen ja der Schlag rühren, schrie Herr Bantes. Nun gar zum Mittagessen, der muss einen Zauberdunst oder dergleichen in seinem Odem haben, dass er euch behext, wie die afrikanische Schlange die kleinen Vögel, die sich ihrem offenen Rachen gern oder ungern nähern müssen. Fort, 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 ich will nichts von wo ist der Herr von Hahn? fragte die Mutter mißmutig. Nur auf einen Augenblick in seine Wohnung, er kommt gleich zurück, er ist wahrlich ein guter, edler Mensch. Da haben wir's, rief Herr Bantes. In einer Viertelstunde Gespräch hat sie's schon weg, dass er ein guter, edler Mensch ist, wie, du den Waldrich lieben, oh, dass Waldrich hier wäre, wenn er, kurz weg, eine ehrliche Notlüge, ich sei krank geworden, wir bedauern sehr, könnten heute nicht die Ehre haben, ihn bei Tisch zu sehen und dergleichen. Friederike erschrak über die Heftigkeit ihres Vaters. Hören sie mich doch, Papa, sie sollen alles wissen, was er mir gesagt hat, er ist gewiss ein vortrefflicher Mann und sie werden Halt, rief Herr Bantes, ich will nichts hören, habe schon zu viel Treffliches gehört. Sie, Kind, lass mir jetzt meinen Willen, nenne es Wunderlichkeit, nenne es wie du willst, höre mich an, gleicht der tote Gast dem Herrn von Hahn oder der Herr von Hahn dem toten Gast, so ist das alles ein Teufel, ich mag und ich will nichts von ihm, kannst du deinen edlen, vortrefflichen, guten Menschen und dergleichen bewegen, dass er Herbesheim noch heute verlässt, auf immer verlässt, so gebe ich dir mein Ehrenwort, sollst den Waldrich behalten und wenn der wirkliche Sohn meines Freundes dann auch wirklich ankäme, ich verspreche dir, auf der Stelle an seinen Vater zu schreiben, alles mit ihm abgekartete ganz ehrenhaft rückgängig zu machen, sobald ich weiß, dass der Schwarze fort ist, da, nimm meine Hand darauf, nun sage mir, kannst du ihn bewegen einzupacken und sich aus dem Staube davon zu machen? Wohl, rief Friederike freude glühend, denn sehen sie, er wird gehen, erlauben sie mir, ihn nur noch einige Augenblicke zu sprechen, unter vier Augen, da haben wir's wieder, nein, fort, fort, schreib ihm ein paar Zeilen, nicht zum Essen, fort mit ihm. Es half kein Widerreden, aber der Preis, der Friederike geboten war, entschuldigte durch Krankheit ihres Vaters, die Einladung zum Mittagessen widerrufen zu müssen, bat ihn sogar, wenn er einige Achtung und Freundschaft für sie habe, die Stadt so bald als möglich zu verlassen, denn von seiner Entfernung hänge ihr Glück und der Frieden ihres Hauses ab. Sie verhieß ihm mit der nächsten Post in einem Briefe die sonderbaren Ursachen dieser sonderbaren unartigen aber höchst dringenden Bitte zu entwickeln. Ende von Kapitel Vierzehn Gelesen von Hokus Pokus Kapitel Fünfzehn von Der tote Gast von Heinrich Schocke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unterhaltungen mit dem toten Gaste Ein Hausknecht trug Friederikes Brief ins Wirtshaus und fragte dem Bankier von Hahn nach. Der Kerl war schnell gegangen. Er hoffte, den vielbesprochenen toten Gast bei dieser Gelegenheit aus der Ferne zu sehen. Indem er aber die Tür vom Zimmer des Bankiers öffnete, wie man ihn angewiesen hatte, fuhr er plötzlich zusammen, als er den langen, schwarzen, blassen Herren gegen sich zuschreiten sah, und Fragen hörte mit hohler Stimme »Was willst du?« Die Gestalt schien ihm jetzt noch weit schwärzer, länger und bleicher zu sein, als er sich gedacht hatte. »Halten zu Gnaden«, sagte der Erschrockene mit einem Gesicht, worin sichtbar Todesangst lag, »ich wollte nicht zu Ihnen, sondern zum Herrn Bankier von Hahn. »Der bin ich. Sie selbst?« fragte der arme Mensch zitternd, weil ihm Zumute ward, als klebten seine Fußsohlen fester am Boden. Um Gottes Willen lassen sie mich wieder gehen. Ich halte dich nicht. Wer hat dich geschickt? Fräulein Bantes. Weswegen? Diesen Brief sollen sie mit diesen Worten, die er nicht vollendete, weil der Bankier einen Schritt näher kam, warf er demselben den Brief vor die Füße und lief in vollem Sprunge davon. Der Bankier sagte halblaut für sich, »Sind die Leute hier zu lande allesamt närrisch?« Er las Friederikes Zeilen, runzelte die Stirn, nickte mit dem Kopfe und ging pfeifend im Zimmer auf und ab. In dem ward wieder leise an die Tür gepocht. Schüchtern trat der Wirth herein, er erbietig die Mütze in der Hand unter vielen Verbeugungen. »Sie kommen zur rechten Zeit, Herr Wirth. Ist das Essen fertig?« sagte der schwarze Herr. »Das Essen bei uns wird ihrer Gnaden ohne Zweifel zu schlecht sein. Nichts weniger als das. Es ist gut gekocht. Ich freilich esse nie viel, aber das soll keinen Vorwurf gelten. Man speist im goldenen Engel besser. Ich mag nichts vom Engel. Ich bleibe beim Kreuz. Sie sind bescheidener, als ich je einen Wirt gesehen habe. Lassen sie bald decken. Der Kreuzwirt rieb die Mütze in den Händen herum und schien verlegen, wie er noch etwas anbringen sollte, das ihm auf dem Herzen lag. Der Schwarze bemerkte es anfangs nicht, sondern ging, vertieft in Gedanken her und hin. So oft er aber dem Wirte zu nahe kam, wich dieser sorgfältig auf vier Schritte aus. Wollen Sie noch etwas, Herr Wirth? fragte der Bankier endlich. He ja, euer Gnaden wollen es doch aber ja nicht übel deuten. Nicht im geringsten, frisch heraus mit der Sprache, rief der tote Gast und streckte den Arm aus, um dieser aber verstand die Bewegung unrecht und vermutete das ärgste er mochte sich wohl gar einbilden der Gastwolle an seinem kopfe und genicke den versuch machen den derselbe vor hundert oder zweihundert jahren an manchem mädchen gemacht hatte drum duckte sich der bedroht glaubende wetterschnell mit dem ganzen leibe nieder drehte sich um nahm einen satz und war mit einem einzigen sprung zur türe hinaus herr von hahn konnte sich wie ärgerlich ihm das betragen auch vorkommen mußte doch das lächeln nicht verwehren er hatte dieselbe wunderliche schüchternheit an allen hausgenossen bemerkt sie war ihm besonders erst seit dem heutigen morgen aufgefallen hält man mich denn sprach er bei sich selber für den zweiten doktor faust es ward abermals an die tür gepocht diese nur halb und leise geöffnet und ein martialischer kopf mit einer römernase und dem kräftigsten schnurrbarte schob sich mit der frage herein bin ich hier recht beim herrn von hahn allerdings ein großer baumstarker mann in polizeilivré kam nun hinter der tür hervor ins zimmer der herr ans bürgermeister läßt ihre gnaden bitten sich auf einige augenblicke zu ihm zu verfügen verfügen das klingt etwas polizeimäßig wo wohnt er am ende der straße gnädiger herr im großen eckhaus mit dem balkon ich werde die ehre haben sie hinzuführen nun das wäre eben nicht nötig guter freund ich liebe weder militärische noch polizeiliche eskorten der herr amts bürgermeister hat es so befohlen gut und ihr gehorcht unbedingt nicht so ihr seid soldat gewesen beim dritten husaren regiment aus welchem treffen habt ihr die schöne narbe auf der stirn gnädiger herr aus einem treffen mit kameraden um ein hübsches mädchen da wird eure frau die narbe nicht gern sehen falls sie nicht selber das hübsche mädchen war ich habe keine frau nun gleich viel also ein liebchen denn wer solche ehrennarben für das schöne geschlecht zur schau trägt der bleibt nicht unempfindlich aber nicht so eure auserwählte wird jetzt wenn sie um alles weiß etwas widerspenstig sein der schnurrbart runzelte die stirn den frager belustigte in den minen des helden eine art bestätigung seiner vermutung zu lesen und erfuhr daherfort ihr müsst nur nicht den mut verlieren gerade mit eurer narbe bringt ihr eurer geliebten den beweis was ihr für einen einzigen blick in ihre großen schwarzen augen ja für eine einzige locke ihrer braunen haare wagen würdet der polizeibedienstete verfärbte sich und riß die augen weit auf ihre gnaden stammelte er kennen sie das mädchen schon warum nicht es ist doch gerade das niedlichste kind in der ganzen stadt versetzte herr von hahn lächelnd den es kitzelte durch zufälliges dreistes forschen die liebeshändel der polizei so schnell zu erraten den polizeibediensteten fragen gar nicht besonders leuchte ihm das schalkhafte lächeln des bleichen totenhaften antlitzes etwas gräßliches höllisch boshaftes zu haben ihre gnaden kennen sie schon wie ist das möglich seit gestern erst sind sie in der stadt ich habe die haustür der putzmacherin mit keinem auge verlassen und war ich nicht da hatte ein anderer acht sichtbarer weise kamen sie nicht ins haus guter freund ein artiges mädchen ist leicht zu erkennen und die häuser haben auch hintertüren der schnurrbart stand mit verblüfftem gesicht da weil er sich in der tat einer hintertür erinnern mochte herr von hahn dagegen ward durch die verlegenheit des polizeimanns immer mutwilliger und legte es darauf an ihn ein wenig eifersüchtig zu machen also sie spielt nun sagte er die spröde gegen eure zärtlichkeiten dachte ich's doch die narbe nein gnädiger herr nicht die narbe nichts für ungut sie selbst was ich laßt euch das von mir nicht träumen pfui ihr seid doch nicht schon eifersüchtig machen wir einen bund miteinander versteht mich wohl ich verstehe nur zu gut daraus wird diesmal nichts gott bewahre mich ihr führt mich bei eurer putzmacherin ein und ich versöhne sie mit eurer narbe der polizeibeamte machte eine bewegung als ginge ihm ein schauer über den leib dann lud er mit trockener amtsmine den herrn von hahn ein ihm zum bürgermeister zu folgen ich werde kommen aber eure begleitung durch die stadt verbitte ich mir ich habe befehl so und ich befehle das gegenteil also geht und meldet dem bürgermeister macht ihr die geringsten umstände so zählt keinen augenblick mehr auf euer mädchen herr um gottes willen sagte der ehrliche schnurrbart in großer beklemmung ich gehorche aber lassen sie gnädiger herr um gottes willen das unschuldige blut am leben ich hoffe ihr traut mir doch nicht zu ich werde euch das mädchen aus purer liebe fressen euer ehrenwort gnädiger herr sie verschonen das arme kind dann will ich für sie tun was sie befehlen und sollten sie meinen eigenen tod begehren seid ruhig ich gebe euch gern mein ehrenwort das artige mädchen am leben zu lassen aber sagt mir wie springt eure furcht gleich welt will denn einem schönen kind gleich ans leben sie haben ihr ehrenwort gegeben gnädiger herr ich bin zufrieden was kann ihnen daran liegen dem guten keterle das genick umzudrehen ich gehe und lasse sie allein gehen auch die hölle muss wort halten mit diesen worten war der arme mensch zur tür hinaus er hörte hinter sich den toten gast laut lachen das lachen drang ihm schneidend durch die ohren es kam ihm wie hohen gelächter des satans vor er lief zum amtsbürgermeister und erzählte zum erstaunen dasselben seine ganze geschichte ende von kapitel 15 gelesen von hukuspokus kapitel 16 von der tote gast von heinrich schocke diese librivox aufnahme ist in der public domain das verhör herr von hahn nahm stock und hut und ging noch mußte er heimlich über die herzensangst des polizeibeamten lächeln dessen eifersucht er erregt zu haben glaubte er bemerkte bald als er über die straße ging daß er in einer kleinen stadt sei wo man jeden fremden wie ein wundertier angafft und mit begrüßt werden und wieder grüßen im jahr ein dutzend hüte auf dem kopfe verdirbt wo er ging rechts und links fich man ihm höflich aus mit tiefer verbeugung schon von weitem zogen die ihm begegneten ihre hüte und mützen tief ab keinem könige konnte mit mehr ehrfurcht begegnet werden rechts und links in den häusern wo er vorüberkam sah er hinter den ungeöffneten fenstern eine menge neugieriger köpfe durch die glasscheiben nach ihm schauen das ärgste aber widerfuhr ihm als er dem bezeichneten eckhaus mit dem balkon näher kam unweit dem hause befand sich auf dem platze ein brunnen der aus sieben röhren sein wasser in ein weites steinbecken goss um den brunnen stand eine schar mägde mit eimern und zubern emsig plaudernd einige schabten fische andere wuschen salat andere setzten ihre leeren eimer unter die röhre andere trugen ihn schon gefüllt auf dem kopfe herr von hahn der wohnung des bürgermeisters sicherer zu sein trat seitwärts um eine dieser geschäftigen mägde zu fragen die ihn in der lebhaftigkeit ihrer unterhaltung anfangs nicht bemerkt hatten wie er aber den mund öffnete und sämtliche jetzt die augen nach ihm wandten hilf heiliger himmel welch ein zetergeschrei welch eine verwirrung alle prallten mit entsetzen auseinander die eine ließ die fische in das brunnenbecken fallen die andere schüttete den gewaschenen salat auf den erdboden der dritten stürzte der wassereimer vom kopfe alle rannten bleich und atemlos davon nur eine alte deren fußwerk nicht mehr gehorchen mochte drängte sich mit dem rücken hinterwärts gegen den hohen brunnenpfeiler als wollte sie ihn umstürzen schlug mit der dürren hand vor sich kreuze über kreuze sperrte die lippen voneinander und stierte ihn mit augen der verzweiflung an während ihr haar auf dem kopfe empor stieg so sieht man eine vom hund angebellte katze den krummen rücken ganz in sich hineingezogen das haar gesträubt das maul offen mit durchbohrenden blicken jeder bewegung des bellenden folgen verdrießlich über die närrischen leute wandte herr von hahn sich ab und ging geradezu in das haus mit dem balkon er war am rechten orte der bürgermeister ein kleiner feiner gewandter man empfing ihn sehr artig oben an der treppe und führte ihn ins zimmer sie haben mich rufen lassen sagte herr von hahn und in der tat ich komme gern denn ich hoffe bei ihnen mir rätsel lösen zu können ich bin erst seit gestern in ihrer Stadt und gestehe hier habe ich schon mehr abenteuer erlebt als sonst auf allen meinen reisen ich glaube es sagte lächelnd der bürgermeister ich habe davon gehört und einige male sogar das unglaubliche sie sind der herr von hahn sohn des bankiers aus der hauptstadt haben verbindung mit dem hiesigen hause bantes kamen weil fräulein bantes richtig alles soll ich mich bei ihnen legitimieren herr bürgermeister herr von hahn zog bei diesen worten einige papiere aus der brieftasche der bürgermeister lehnte es nicht ab sie flüchtig durch zu sehen gab sie aber mit den verbindlichsten äußerungen seiner zufriedenheit zurück ich habe ihnen nun alles gesagt und beurkundet herr bürgermeister worüber sie irgend von mir auskunft begehren können nun bitte ich hingegen sie um auskunft über allerlei seltsamkeiten ihrer stadt herbesheim herbesheim liegt doch nicht so gar weit von der übrigen welt getrennt es werden doch zuweilen auch fremde hierher kommen wie geht's nun zu daß man mich ich weiß was sie sagen wollen herr von hahn sie sollen alles erfahren wenn sie die güte haben mir ein paar fragen zu beantworten ich stehe zu befehl zählen sie einstweilen meine fragen nur auch zu den seltsamkeiten von herbesheim die ihnen aufstießen hinten nach werden sie den grund davon ohne mühe sehen kleiden sie sich gewöhnlich schwarz ich bin in trauer um eine meiner tanten waren sie schon in herbesheim nie haben sie früher schon bekanntschaft mit personen aus dieser stadt gehabt oder zufällig etwas von den geschichten dieser stadt nämlich von alten geschichten märchen volkssagen der herbesheimer gelesen oder gehört ich kannte persönlich niemand von herbesheim und wusste von dieser stadt nichts als dass hier das haus bantes sei und das fräulein bantes ein äußerst liebenswürdiges frauenzimmer wäre was ich nun mit vergnügen bestätigen will haben sie vielleicht nie eine geschichte vom toten gaste der herbesheimer gelesen oder davon gehört ich wiederhole es die historie von herbesheim zumal die alte ich muss es zu meiner schande sagen herr bürgermeister ist mir so fremd als die historie des königreichs siam und pegu nun herr von hahn und ihre abenteuer bei uns die ich mehr vermute als kenne stammen in gerader linie von unseren hiesigen alten geschichten her wie komme ich mit ihren alten geschichten zusammen der gleichen ist mir in meinem leben nicht begegnet sagen sie doch der bürgermeister lächelte und erwiderte man hält sie für den toten gast für einen gespenst aus unseren volksmärchen und wie spaßhaft mir auch die lächerliche einbildung unserer spießbürger ist kann kann ich doch sie nehmen mir die offenheit nicht übel selbst meine verwunderung nicht bergen wie sie mit dem helden aus unserer herbesheimer schreckens historie eine ganz eigene ähnlichkeit haben vorausgesetzt sie haben mit mir nicht etwa einen abfälligen scherz fortsetzen wollen und wissen durchaus nichts von der geschichte des toten gastes will ich sie ihnen so erzählen wie ich sie mir habe von mehreren erzählen lassen herr von hahn gab die lebhaftesten äußerungen seiner neugier der bürgermeister sagte es ist wohl das erste mal dass man ein ammenmärchen ganz offiziell vorträgt und nun hob er lachend die erzählung vom toten gaste an jetzt erklärt sich mir alles sagte lachend herr von hahn als die geschichte beendet war den schönen herbesheimer rinnen ist um ihre helse bange scherz beiseite herr von hahn mir ist noch mancherlei dunkel ich glaube zwar auch an die buntesten spiele des zufalls aber hier spielt dieser launenhafte schicksalsgott doch fast zu grob als dass ich nicht wirklich einen kleinen verdacht gegen sie fassen sollte wie herr bürgermeister sie sind doch nicht in der stimmung mich für den mann ihrer fabel zu halten der herbesheim nur alle hundert jahre besucht um arme täubchen zu schlachten das wohl nicht aber etwas von dem gespenstermärchen könnten sie doch zufällig gehört und ihre gestalt genutzt haben um sich an dem schrecken unserer leichtgläubigen schönen zu belustigen warum zum beispiel wählten sie eben den ersten adventssonntag zu ihrer ankunft und eben den augenblick des ärgsten sturmes und regens wenn sie nichts gewusst hätten von der fabel sie haben recht her bürgermeister er ist auffallend dieser zufall er überrascht mich selbst indessen darf ich sie versichern dass ich im kalender so unerfahren bin dass ich eben jetzt das vergnügen habe zu erfahren ich sei am ersten advent her gekommen auch kann ich mit meinem himmel gar nicht bestellt hatte umgekehrt ich hätte ihn gerne abbestellt weil das wetter mir sehr übel zuschlug wie aber herr von hahn erklären sie mir den griff den sie diesen morgen so schalkhaft nach dem nacken ihres wirtes machten wußten sie nichts von unserem gaste und seinem berühmten griff herr von hahn lachte laut auf aha darum duckte sich der arme teufel tief unter mir weg der wirt hielt meine unschuldige handbewegung ich wollte ihm auf die schulter klopfen für verdächtig noch eins herr von hahn kennen sie die jungfer wiesel manche wiesel herr bürgermeister aber keine jungfer dieses schönen namens man will doch behaupten sie wären mit ihr sogar bis auf die hintertür bekannt hintertür der jungfer wiesel oh nun verstehe ich an der hintertür erkenne ich jetzt die abgöttin ihres polizeidieners nun werden mir auch die reden und bitten dieses menschen erst klar noch eins herr von hahn sie werden bemerken dass ich von allen ihren schritten unterrichtet bin und die geheime polizei von herbesheim der besten von paris aus den zeiten der spionenmeister foucher und savinier nicht nachgibt wenn ich mir nun im notfall auch alles bisherige sehr natürlich erklären kann ohne sie in verdacht zu haben unser frommes völkchen durch absichtliches spielen der toten gastrolle ängstigen zu wollen muss sich doch eine frage noch tun wenn sie diese rolle wirklich nicht spielen konnten oder weniger aus mir selbst als für jemand anderes an sie wie war es möglich da sie mit fräulein bantes das sie vorher nicht kannten diesen morgen binnen weniger minuten binnen einer viertelstunde so jählings so innig vertraut wurden dass sie das fräulein ich weiß nicht wie ich sagen soll also auch das haben sie schon erfahren sagte der herr von hahn ganz betroffen und über das bleiche doch lebhafte gesicht verbreitete sich eine röte die dem scharf blick des bürgermeisters nicht entging ich bitte sie noch einmal wegen meiner neugier um verzeihung setzte der bürgermeister hinzu sie wissen ja polizeibeamte und ärzte haben das vorrecht indiskrete fragen zu tun und bekannt ist ihnen dass der tote gast ganz besonders im rufe steht frauenzimmer wetter schnell zu bezaubern eine kunst die ich ihnen übrigens gerne zutraue ohne sie für tot zu halten herr von hahn schwieg eine weile endlich sagte er herr bürgermeister ich fange bald an mich vor ihnen mehr zu fürchten als ich ihre ganze bürgerschaft vor meinem schwarzen rocke fürchten kann ihnen müssen die wände ausplaudern können denn ich war diesen morgen mit dem liebenswürdigen fräulein bantes nur eine kurze zeit allein wenn sie mit dem wort vertraut werden darauf anspielen erlauben sie mir aber über diesen punkt zu schweigen entweder ihre wände haben ihnen den inhalt meiner unterredung ausgeplaudert dann kennen sie ihn oder nicht dann geziemt es mir nicht darüber den vorhang weg zu ziehen falls fräulein bantes es nicht mit eigener hand tun will der bürgermeister zeigte mit einer sanften neigung des hauptes an daß er nicht weiter in ihn dringen wolle sondern wandte das gespräch bleiben sie noch lange bei uns herr von hahn ich reise schon morgen wieder ab meine geschäfte sind hier beendet und wahrhaftig es ist doch auch gar nicht lustig den poltergeist spielen zu auserwählt sein mußte dem toten gast ihrer hundertjährigen stadtsage oder stadtchronik auf ein haar ähnlich zu sein diese erklärung der plötzlichen abreise kam dem bürgermeister sehr gelegen er verlor also darüber kein wort mehr und unterhielt sich über andere dinge mit seinem inquisiten diese empfahl sich endlich der bürgermeister fand die sache sonderbar denn für ein ungefähres zusammentreffen der Umstände zum toten gast stempeln wollten war es im gewöhnlichen gange der dinge hier zu viel und von der anderen seite hatte sich auch kein grund gezeigt an der redlichkeit der aussage des fremden zu zweifeln dies erwog der bürgermeister hin und her indem er zum offenen fenster hinaus auf die straße sah er war gleich nachdem sein besuch aus dem zimmer verschwunden an dies fenster getreten den toten gast betrachten würden allein zu seiner großen verwunderung verließ dieser das haus nicht der bürgermeister wartete noch lange es verging fast eine viertel stunde und er wartete vergebens er zog die klingel der bediente kam und ward vom bürgermeister befragt der bediente schwor seit einer stunde unter dem balkon vor der haustür gestanden aber keinen herrn in schwarzer kleidung gesehen zu haben der bediente ward entlassen das sieht mir doch etwas gespenstisch aus brummte der bürgermeister verlegen lächelnd vor sich hin und lag wieder im fenster nach einiger zeit trat der bediente ungerufen herein und meldete das kammermädchen sitze totenbleich und weinend in der küche und erzähle der tote gast sei beim fräulein tochter des herrn bürgermeisters das fräulein tue mit der schrecklichen gestalt sehr bekannt der unbekannte habe dem fräulein ein paar prächtige armbänder überreicht und dazu etwas leise mit dem fräulein gesprochen das kammermädchen habe zwar alles gesehen aber nichts verstanden es wäre auch vom fräulein sogleich aus dem zimmer fortgeschickt worden der bürgermeister lachte zuerst dann verging ihm bei den armbändern bei dem leise miteinander reden bei dem fortschicken des kammermädchens alle neigung zum lachen er hieß ärgerlich den bedienten sich fortmachen armbänder flüstern mit meinem mädchen woher kennt er sie jesus maria wie wird das mädchen mit dem manne so schnell vertraut wahrhaftig der legt darauf an den toten gast zu machen so sprach er bei sich bald lief er zur stubentür öffnete und wollte hinaus um seine tochter und den fremden zu überraschen bald schämte er sich seines keimenden aberglaubens und legte er seiner ängstlichkeit zaum und gebiss an darüber verging eine viertelstunde endlich ward ihm die zeit zu lang er ging zu seiner tochter deren zimmer nicht weit vom seinigen entfernt war sie saß am fenster allein und betrachtete die köstlichen armbänder zeitdiener sogleich nachspüren ob der fremde wirklich seinem worte gemäß abgereist sei Ende von Kapitel 16 Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 17 von der tote Gast von Heinrich Schocke Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Neue Schrecken Der Bürgermeister durchaus ein Mann ohne Vorurteil und Aberglauben hatte doch eine etwas schlaflose Nacht gehabt In der Nacht aber beim Monden oder Sternenschein oder beim Mangel alles Lichtes hat nicht nur die Gestaltung der äußeren Welt ein anderes Aussehen sondern auch die innere Welt des Menschen Man ist religiöser zum Glauben an ungewöhnliches seltsames abenteuerliches und wunderhaftes geneigter was auch die altkluge Vernunft dagegen einzuwenden habe Die Vernunft ist die Tagessonne des Gemüts Alles wird hell und klar durch ihren Schein Der Glaube des Gefühls und der Fantasie ist der nächtliche Mond des Gemüts Alles wird in dessen zweifelhaftem Schimmer und zauberhaftem Helldunkel fremdartig Durchlief Der Bürgermeister nun die ganze Geschichte mit der sich die Stadt vom Totengaste trug und verglich damit die Zeit und Stunde in welcher der Herr von Hahn erschien seine Gestalt sein bleiches Gesicht seine Kleidertracht seine verschwenderischen Geschenke sein schnelles Vertrautwerden mit Bräuten Denn auch Mienchen war auf dem Sprunge versprochen zu werden Und das Geschichtchen von der Jungfer Wiesel hatte in der Tat etwas Verdächtiges So mußte das alles wenigstens auffallen Jungfer Wiesel hatte dem Polizeidiener wirklich noch am Abend gestanden Der schwarze Gast sei bei ihr im Putzladen gewesen habe eine Kleinigkeit gekauft Doch erst in der Abenddämmerung sei er erschienen und nie vorher noch weniger wollte sie von der berüchtigten Hintertür etwas wissen Dies hatte der Bürgermeister von seinem Polizeidiener wiedervernommen und es machte ihm allerlei sonderbare Gedanken Für einen bloßen Spaßvogel konnte er den schwarzen langen Herrn unmöglich halten Dazu sah er zu ernsthaft aus Auch waren seine Geschenke viel zu kostbar gewesen als daß er nur einen Scherz mit den lieben Herbesheimern getrieben haben sollte Herr Bantes sonst ein Todfeind alles Aberglaubens hatte aber dem Bürgermeister so viel Seltsames erzählt und geklagt daß dieser allerdings eine unruhige Nacht haben konnte indem er für und wieder in seinem Kopf umherwarf Ehe noch der Polizeidiener folgenden Morgens auf Befehl des Bürgermeisters zum Kreuz kam erzählten ihm schon die Leute auf der Straße daß der tote Gast und sein Diener Knallauffall verschwunden wären man wisse nicht wohin er hätte weder Wagen noch Pferde noch Extrapost genommen wäre zu keinem Stadttor hinaus und doch nirgends zu finden dies bestätigte auch die Aussage des Kreuzwirtes der den Polizeimann in das Zimmer führte wo der angebliche Herr von Hahn gewohnt hatte da war noch alles in bester Ordnung als hätte niemand darin gewohnt die Betten standen unangetastet die Stühle an ihrem Ort kein Koffer kein Kleid kein Bändchen kein Stückchen Papier nichts hinterlassenes keine Spur nur auf dem Tische lag die volle Zahlung des Wirtes in harten Talern die er aber wohlweislich nicht anrühren mochte nehme das Teufelsgeld wer will sagte der Kreuzwirt man weiß ja dabei ist kein Segen leg ich es in meine Truhe wird mir zu stinkendem Unrat ich will es den Armen im Stadtspital schenken ich mag es einmal nicht er übergab die harten Taler dem Polizeidiener der sie dem Spitalpfleger bringen mußte das gerücht vom plötzlichen verschwinden des toten gastes war mit allen neben umständen sogleich durch ganz herbesheim verbreitet auch herr und frau bantes da sie kaum das bett verlassen hatten vernahmen es von ihren mägden bald auch von dem buchhalter und kassierer wunderbar sagte herr bantes zu seiner frau nun was sagst du denn dazu ich freue mich daß er fort ist du wirst doch glauben daß es da nicht ganz mit rechten Dingen zuging ich sage dir das war mir nimmermehr der sohn meines alten freundes sahn wer hätte jemals an so tolle märchen an solchen unsinn und dergleichen glauben sollen wenn man nicht mit leiblichen augen zeuge gewesen wäre frau bantes brachte gegen die aussagen der mädchen und des buchhalters einige bescheidene zweifel vor man schickte den kassierer zum kreuzwirt aber auch dieser kam bald mit der vollen bestätigung zurück frau bantes lächelte befremdet zu allem und wusste nichts mehr zu erwidern sie meinte wohl das müsse sich noch anders aufklären denn ihren gesunden verstand wollte sie doch nicht bei dieser geschichte preis geben plötzlich fuhr herr bantes mit wahrhaftem todesschrecken auf und er ward so blass dass frau bantes für ihn zu zittern anfing denn lange konnte oder wollte er nicht reden endlich rief er mit einer matten ungewissen stimme mutter ist das eine wahr so könnte auch das andere wahr sein was denn um gottes willen glaubst du friederike schlafe noch wir sind doch schon lange wach gewesen in unseren betten hast du denn von ihr im nebenzimmer auch nur den geringsten ton nur einen fußtritt nur das rücken eines stuhles gehört rede doch papa du wirst doch nicht arg wohnen das kind sei aber wenn das eine wahr ist kann auch das andere es wäre doch entsetzlich mama ich habe nicht den Mut nachzusehen wie denn glaubst du sie sei nun ja den kopf im nacken mit diesen worten sprang der alte von den schwersten ahnungen gefoltert zu friederikes schlafkabinett ängst ängstlich trippelte frau bantes ihm nach er legte seine zitternde hand auf das schloss der tür er öffnete diese leise er wagte kaum zu atmen und da ihm keine stimme entgegentönte getraute er sich lange nicht zum bett hin zu blicken sieh du hin mama sagte er und war in ängstlicher beklemmung sie schläft ja sanft sagte frau bantes er richtete die augen dahin da lag friederike harmlos im bette das zarte gesicht mit dem vom morgenschlummer geschlossenen augen noch an der gehörigen stelle aber lebt sie fragte herr bantes und hielt mißtrauisch das steigen und fallen der atmenden brust des kindes für eine täuschung der augen erst wie er ihre warme hand berührte ward ihm wohl und noch mehr als sie davon erwachend ihre augen aufschlug und ihr erstes ein freundliches doch verwunderungsvolles lächeln war die mama erklärte ihr nun den besuch und erzählte das geheimnisvolle verschwinden des herrn von hahn und die daraus entstandene angst des papa und allesamt waren sie nun zufrieden und fröhlich Ende von Kapitel 17 gelesen von hukuspokus Kapitel 18 von der tote Gast von Heinrich Schocke diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Ende gut alles gut noch zufriedener und fröhlicher aber wurden sie da allesamt an dem selben Tage des Abends beim Nachtessen saßen und ein Wagen rasch durch die Straßen rollte und plötzlich vor dem Hause hielt Friederike horchend sprang auf und rief Waldrich er war's alles eilte ihm entgegen Vater Bantes schloss ihn zum Willkommen herzlicher denn jemals in seine Arme da hatte man sich nun tausend Dinge zu fragen und zu antworten und wieder zu fragen Herr Bantes machte endlich auf den gewohnten Platz zu sich an den Tisch da aber ging des lebhaften freudigen Geschwätzers von neuem an und denken sie nur rief Herr Bantes denken sie nur Schätzchen Hauptmännchen wir haben den Teufelskerl den toten Gast und der gleichen leibhaftig in Herbesheim leibhaftig im Hause hier gehabt was sagen sie dazu ja was sagen sie dazu er hatte schon wieder seine drei Bräute binnen kaum vierundzwanzig stunden aufgefischt da war voran das mädchen friederike dort dann bürgermeisters mienchen und zum dritten die jungfer wiesel bei der putzmacherin wir haben uns hier alle in der stadt gefürchtet wie die kleinen kinder und der gleichen der kommandant lachte hell auf und sagte ich aber habe heute mit ihm im posthause von odernburg zu mittag gespeist sie werden doch den herrn von hahn meinen denke ich und keinen anderen herr bantes lächelte ärgerlich herr von hahn hin herr von hahn her sei er gewesen wer er wolle er war der tote gast wie er leibt und lebt und der bekommt meine denn ich möchte nicht erleben daß ich einen kalten schauer bekäme so oft ich meinen schwiegersohn erblicken würde ist es der sohn meines freundes wirklich gewesen desto schlimmer für ihn denn er sah bestimmt aus wie sie den toten gast beschrieben haben ah rief der hauptmann daran ist er sehr unschuldig als ich jenen abend die alte sage vom toten gaste in der wintergesellschaft fand ich in der eile zu meiner figur kein original als eben unseren herrn von hahn der gerade fiel mir ein weil er mir gerade damals doppelt zuwider war als ich diesen sommer mit meiner kompanie nach herbesheim verlegt und auf dem marsch hierher nur wenige meilen von der residenz entfernt war machte ich unterwegs einen kleinen abstecher dahin an der wirtstafel im könig von portugal fiel mir unter den vielen gästen die übergebühr lange gestalt des herrn von hahn auf die um eine kopflänge über alle sterblichen hinweg ragte zugleich sein schwarzes haar sein erdfahles gesicht und die schwarze kleidung dazu ich vernahm er sei der sohn des berühmten bankiers er war mir damals sehr gleichgültig aber ich konnte doch die gestalt nicht vergessen und noch weniger vergessen konnte ich sie da er mir aufhörte gleichgültig zu sein weil er sie erlauben mir doch es zu sagen weil ich wusste dass er um fräulein 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 warb donner rief herr bandes lachend aus und rieb sich klopfend auf die stirn fantasiestreich eines nebenbuhlers weiter nichts dass das keinem in den sinn kommen mußte selbst dem allwissenden klugen bürgermeister und seiner polizei nicht hätte ich nicht sobald ich den herrn von hahn sah gleich darauf verfallen sollen dass der schelmische kommandant ihn wahrscheinlich gekannt und aus ihm den toten gast geschnitzt habe wir alten bleiben doch einfältige kinder und dergleichen bis ins graue haar aber herr kommandant sie sind an der fatalen geschichte schuld der junge hahn wird entsetzlich aufgebracht sein wird wettern und fluchen wie man ihn hier behandelt habe wird mich einen alten hans kaspar heißen und dergleichen nichts weniger papa als das sagte waldrich vielmehr er ist sehr mit der wendung der dinge und dem gange des schicksals zufrieden freundlich empfiehlt er sich durch mich ihnen der mama und fräulein friederike er und ich sind heute wirklich freunde geworden denn wir haben uns einander alle geheimnisse des herzens gebeichtet anfangs da wir beide im posthause allein bei tisch saßen und unsere suppe verzehrten ging es unter uns trocken zu er war finster und still obgleich er mich nicht kannte ich war finster und still eben weil ich ihn kannte und glaubte er sei auf der bräutigams fahrt nach herbesheim zufällig als wir aus höflichkeit einige worte über tische wechselten vernahm ich nun dass er von herbesheim komme und heimreise da brannte mich eine verzeihliche neugier mehr zu erfahren natürlich konnte ich nun nicht leugnen ich sei in herbesheim wohl bekannt sei der stadtkommandant aha rief er lachend und reichte mir über den tisch die hand mein glücklicher nebenbuhler dem ich für sein glück noch dankbar sein muß da war die bekanntschaft gemacht und die offenherzigkeit an der tagesordnung denken sie Papa er behauptet fräulein friederike selbst habe ihm erklärt sie sei schon mit mir versprochen und habe ihn gebeten sie und mich nicht unglücklich zu machen er hingegen habe dem fräulein die hand geküsst und gesagt er habe zwar unbedingt dem willen seines alten vaters gehorchen nach herbesheim reisen und um das fräulein werben müssen doch sei es ihm damit nur halber ernst und in ihm sogar hoffnung gewesen alles durch seinen betragen rückgängig zu machen denn er habe schon in der residenz eine geheime liebe die tochter eines dortigen professors der aber außer seinen geistesschätzen wenig irdische besitze was dem alten bankier hahn ein ärgernis und gräuel wäre der alte herr hätte ihm also unter strafe der enterbung alle gedanken an das arme professormädchen untersagt der junge herr habe seiner geliebten treue gelobt und sei fest entschlossen sie nach dem tode seines vaters dennoch zu heiraten was rief er bandes erstaunt und du friederike hast das alles von ihm selbst gewußt kinder es will mir zu sinnen kommen ihr habt mich alle zum besten warum hast du mir davon keine silbe keinen buchstaben gesagt friederike küsste die hand ihres vaters und sagte besinnen sie sich wohl väterchen und machen sie ihrer friederike keinen vorwurf wissen sie wohl als ich so froh von meiner unterredung mit herrn hahn zu ihnen kam und ihnen sein lob verkündete und ihnen alles haarklein erzählen wollte wie sie böse geworden sind wissen sie wie sie mir zu reden verboten und mir zur belohnung meines stummen gehorsams versprachen den waldrich da drüben für herrn von hahn auszu wechseln wissen nichts über den gehorsam wenn man damit sein vorteilchen haben will mußte ich denn nicht gehorchen drohten sie nicht die liebe mutter und mich in den keller sperren zu wollen wenn ganz gut du plapper maul rücke mir nicht meine sünden vor da du aber doch mit dem jungen hahn weißt du es ohne mein vorwissen geplappert hast konntest du ihm nicht gleich damals sagen welches wunderliche vorurteil gegen ihn aufgekommen sei er wäre gewiß im stande gewesen uns sogleich anders zu belehren wenigstens hättest du ihm einen anständigen grund und dergleichen sagen sollen warum wir uns so und nicht anders gegen ihn betrugen das habe ich getan sobald er vernahm bei mir im herzen sei kein kämmerchen mehr zu vermieten freute er sich und erzählte mir das gleiche geschichtchen von seinem herzen ein anständigerer grund zur trennung ließ sich nicht finden sie wissen ja wir mama und ich hatten ihn zum essen eingeladen allein schweig kommandantchen weiter erzählen er war also gar nicht zornig auf uns was muss er auch von uns ehrlichen herbesheimern denken glaubt er nicht wir wären samt und sonders am adventstag narren geworden und dergleichen walderich antwortete ungefähr so etwas ähnliches glaubte er wirklich das benehmen der leute in herbesheim mußte ihm aufgefallen sein denn er erzählte mir drollige auftritte von der allgemeinen furchtsamkeit als er aber durch den amtsbürgermeister die sage von dem toten gaste und zugleich erfahren hatte daß man ihm die unverdiente ehre erwies ihn für den hofkavalier des vor zweihundert jahren hochselig verstorbenen winterkönigs zu halten kam ihm alles noch toller vor und er belustigte sich an den ärgernissen und dem schrecken weidlich das er mit seiner person unschuldigerweise verursacht hatte und woran sie mit ihrer gottlosen erzählung rief friederike allein schuld sind herr kommandant daß sie's nur nicht vergessen wer wußte denn vor dem ersten wintergesellschaftsabend wie der tote gast ausgesehen habe am folgenden tag sagten sich schon alle kinder auf der gasse wieder nun ich war ehrlich genug dem herrn von hahn meine sünde zu bekennen sobald mir nach einem viertelstündigen lachen der gebrauch der stimme wiederkam daß mir närrischerweise eben seine figur bei der erzählung vorgeschwebt hatte war verzeihlich doch ließ ich mir damals eher den einsturz des himmels als solche wirkung meiner unschuldigen historie träumen herr von hahn lachte aus leibeskräften mit mir er erzählte mir nun dagegen daß er um die aufgeklärten herbesheimer noch mehr zu ängstigen und in ihrem frommen glauben zu besteifen allerlei schwenke getrieben einen verliebten polizeidiener zu plagen habe er dessen braut bei einer putzmacherin besucht um seinen erschrockenen kreuzwirt noch mehr in furcht und erstaunen zu setzen habe er vorgegeben früh ins bett zu gehen und am anderen tage abreisen zu wollen habe aber in der dunkelheit des abends durch seinen bediensteten den reisekoffer zum tor hinaustragen lassen den spaziergang bis zum nächsten dorf zu fuß bei mondschein gemacht und dort bis zur nächsten poststation fuhre genommen nachdem er ausgeschlafen genug nicht leicht in der welt haben zwei menschen das unauslöschliche gelächter der homerischen götter über vulcans geschäftigkeit im olymp so treu nachgelacht als wir beide in unserem gelächter über die geschäftigkeit der herbesheimer mit dem toten gasten bei einer flasche champagner schlossen wir zwei versöhnten nebenbuhler unseren freundschaftsbund und schieden später voneinander als wir anfangs dachten da wir noch bei der suppe gesessen hatten herr bantes schien trotzdem er zu waldrichs fernere erzählung lächelte mit sich selbst im kriege zu sein verdruß und frohsinn waren in seinen minen wunderlich vermischt zu sehen friederike schmeichelte ihm zärtlich denn sie sah wohl was in ihm vorging küßte ihm die falten von der stirn weg so oft sie sich zeigen wollten kinder sagte herr bantes da seht ihr nun welche schleppe von narrheiten und albernheiten der aberglaube hinter sich zieht und sogar ich alter philosoph habe noch die schellenkappe aufsetzen und mittraben müssen möchte mich gerne schämen aber finde es doch auch lächerlich sich seiner armen menschlichen natur geradewegs zu schämen also bleibts dabei dünke sich keiner hoch fest stark auf den füßen sondern sehe sich lieber vor daß er nicht falle mama lass eine bohle punsch machen damit wir froh werden mit unserem kommandanten ich sage wir das soll heißen nur meiner wenigkeit denn du mama hast einen vollständigen sieg der aufklärung davon getragen und bist froh und dir friederike sieht man es auch wohl an dass du dem waldrich gegenüber gar nicht bekümmert bist denn du hast einen vollständigen sieg für deine liebe davon getragen mama reichte dem kommandanten mit gütigem wahrhaft mütterlichem lächeln die hand und sagte haben sie das letzte wort des papa recht verstanden nein sagte der kommandant verlegen und errötend aber ich möchte beinahe verwegen genug sein es zu verstehen mama lass eine bohle punsch anrichten lass alles geschwätz und dergleichen beiseite wir müssen uns die verwünschte geschichte aus dem gedächtnis mit punsch wegbeizen auch der stärkste und mutigste der schon mehr als ein dutzend kugeln um seine ohren pfeifen hörte hat einmal seine reißaus minute auch der weltumsegler der sich in den fremdesten ländern und meeren nicht verirrt kann einmal auf einem spazierganger den rechten weg verfehlen auch die andächtigste reinste himmelsbraut im kloster hat einmal einen augenblick wie jede evenstochter auch der gescheiteste mann unterm monde hat einmal seinen tag wo hans ballhorn verständiger ist als er fangen sie doch an papa rief friederike schmeichelnd und reden sie von etwas anderem zum beispiel fangen sie doch von etwas anderem an apropos kommandantchen fuhr herr bantes fort wissen sie daß ich sie verkauft habe um den preis mir den toten gast vom halse zu schaffen habe ich sie an friederike verkauft nehmen sie es mir nicht übel daß ich so mir nichts dir nichts in ihrer abwesenheit über sie disponierte als ehemaliger vormund glaubte ich mir so etwas herausnehmen zu dürfen da friederike nimm ihn seid glücklich zusammen beide sprangen auf und fielen sich um den hals halt rief er waldrich aber fort mit der uniform sie muß fort sagte der kommandant mit freudentränen in den augen und abschied genommen vom militär denn friederike wohnt bei ihren eltern und ich habe sie ihr und nicht sie ihnen geschenkt also morgen fordere ich den abschied papa kinder rief bantes indem er sich unter den lebhaften umarmungen der jungen leute luft machte eure freude hat etwas würgendes und dergleichen an sich mama bringe den punsch ende von der tote gast von heinrich schocke gelesen von hukuspokus greifen hier das lie